so und damit herzlich willkommen und ein fröhliches hallo von eurem herringway ich begrüße euch an diesem samstagabend zu einem weiteren stream mit mütze ja mit mütze und irgendwie also entweder war die mütze schon immer so eng oder die ist noch enger geworden oder mein kopf ist gewachsen oder so ich krieg das alles nicht so nicht so drunter wie es sollte aber es ist egal okay so eventuell habt ihr es gemerkt bald ist ostern oder so naja okay ja weihnachten ja gut und weil bald weihnachten ist sprich morgen gibt es wieder ein kleines schmankerl von meiner wenigkeit nämlich einen vielleicht ganz langen stream ich weiß es noch nicht so hundertprozentig genauso wie im letzten jahr versuchen wir kurz vor weihnachten ein spiel komplett durchzuspielen von a bis z von anfang bis ende von anfang bis abspann trifft es bei diesem spiel aber es irgendwie am besten wir spielen super mario odyssey mehr oder weniger komplett durch also wie gesagt von anfang bis abspann wir starten das spiel und durchlaufen dann alle möglichen welten und werden so das normale zeug halt machen oder den normalen kram und ja dann werden wir irgendwann am ende des abends bowser besiegen und damit hoffentlich ein glorreiches happy end feiern so ist zumindest der plan kann es auch komplett mit allen monden machen nee das irgendwie nicht ja im letzten jahr gab es banjo kazooie vielleicht erinnert ihr euch dran auch ein tolles spiel und erlebnis und letztes jahr zu silvester oder einen tag vor silvester gab super mario 64 zu 100 prozent dementsprechend ich weiß noch nicht genau was wir in den nächsten wochen machen vielleicht auch was ganz cooles vielleicht aber auch nicht keine ahnung jo mario odyssey haben die meisten von euch ja wahrscheinlich gespielt denke ich mir jetzt einfach mal so ist ja nun mittlerweile schon zwei monate draußen und alle welt hat das spiel irgendwie so ein ganz klein bisschen gefeiert ich habe kein let's play dazu gemacht ich habe es bisher noch nicht gestreamt dementsprechend ist das hier im endeffekt irgendwie eine premiere ich selber habe das spiel jetzt glaube ich auch ungefähr seit vier wochen nicht mehr angefasst oder so das heißt im endeffekt ich weiß überhaupt gar nichts mehr das sind gute voraussetzungen denke ich mal um so einen run zu starten einfach mal ins blaue wir versuchen das beste aus dem spiel rauszuholen und ich bin gespannt wie lange wir brauchen werden ich habe nämlich absolut keine vorstellung aber egal also ich versuche natürlich ein bisschen flott zu spielen aber irgendwie auch nicht weil ich werde mir bestimmt zwischenzeitlich auch zeit lassen denke ich mal so nun gut meine lieben dann würde ich mal sagen wir begrüßen dann noch mal super stern und mio und wer auch immer noch so eine chat gekommen ist ich hoffe ihr habt einen schönen abend ich hoffe ihr werdet ein schönes weihnachtsfest haben das schicke ich jetzt einfach schon mal voraus und lange rede kurzer sinn ich denke jetzt einfach mal so dass wir starten und zwar mit meinem test account weil ich da noch kein spielstand habe so und dann hoffe ich auch mal dass der sound vor allem so okay ist wenn ihr es lauter oder leise haben möchte dann sagt bitte bescheid spiele mit zwei entfernten joycon controllern oder wahlweise auch mit dem pro controller so tue ich es zumindest auch wenn das spiel eher so ein bisschen auf die joycon controller schon ausgelegt ist insbesondere was die schüttelmechanik angeht aber egal so guten abend es sieht trash lange nicht mehr gesehen das stimmt das ist jetzt also der startbildschirm und als ich das ist alle erst mal gesehen habe habe ich mir erst mal so gedacht okay das ist ja schon ein bisschen schmucklos keine musik einfach nur start oder start im hilfe modus in diesem hilfreichen spielmodus zeigen dir feile den weg und du kehrst nach stürzen aus großer höhe schnell ins spiel zurück nein wir spielen natürlich ganz normal ja na gut nintendo dann habt ihr halt keine lust mehr auf musik ist ähnlich wie bei zelda ganz komisch so im himmel über dem pilz palast das ist das ende für dich ja zeit für meine hochzeit mit peach bist du etwa eifersüchtig mario und da ist sie dahin oder auch nicht die dumm die dumm die dumm ja es geht direkt flott los man wird komplett in einen bowser kampf geworfen den man leider nicht beeinflussen kann ich hätte sehr cool gefunden wenn man gleich die möglichkeit gehabt hätte da aktiv einzugreifen dass man den kampf dann verliert ist klar aber zumindest so ein bisschen was wo man auch selber mal was machen kann das hätte ich noch ganz cool gefunden aber okay so ja mario hat also diesen kampf gegen bowser verloren weil er sich ziemlich ungeschickt angestellt hat wenn wir mal ganz ehrlich sein wollen ja und wir sind ziemlich weit von oben nach unten gefallen und sind jetzt hier in dieser öden öden ödnis wo dieser seltsame kleine knuff geist uns hier und da mal ein bisschen piekst und mal so guckt ob wir tatsächlich noch leben knuff knuff okay hüpft die oh okay so kleiner kerl hat er sich ganz schön erschrocken ich hab mich auch erschrocken ähm gut ja ansonsten alles wie gehabt also mario bewegt sich so wie man das von ihm kennt aus jedweben 3d mario spiel wir können rennen wir können springen wir können uns umsehen und wir können versuchen diesen ollen geist irgendwie zu fangen mal gucken ob es das gelingen wird wie hallo froschis äh froschis froschis wir wissen schon mal uns erwartet jede menge spaß wer bist du bist du einer von denen wer sind die und da und dort und überhaupt tut mir leid tut mir leid dass ich abgehauen bin ich bin etwas schreckhaft ich hab gesehen was vorhin passiert ist alles gut bei dir du bist hier du bist hier im hutland wir wurden gerade vom selben ungeheuer angegriffen das dir so übel mitgespielt hat das schlimmste ist aber dass es meine kleine schwester entführt hat ich wollte eigentlich ein schiff klar machen und diesem ungeheuer hinterher aber unsere gesamte flotte wurde während des angriffs vernichtet ich meine wir sollten im benachbarten land noch ein schiff finden von der spitze des hut turms komme ich da bestimmt hin aber die schergen des ungeheuers versperren den weg hey wir kämpfen für dieselbe sache nicht wir sollten uns zusammentun mal sehen ob wir blub und blub aus der klemme helfen können blub come on nicht so dein stil wie wärs hiermit verwandelung hmmm hmmm Kappy ist jetzt dein Begleiter schön gut mit y kannst du mich werfen versuch's doch mal yay ok das ist jetzt unser neuer Freund Kappy ich meine was für ein Zufall Bowser macht Marios Mütze kaputt und in was für einer Welt landen wir in einer Welt voller Kopfbedeckung die leben ich find das super so ja Mützenwurf ganz toll und so wir können Kappy überall hinwerfen Kappy kann uns zum Beispiel solche tollen Dinge hier machen und was kann Kappy noch achso ja eigentlich äh wir können die Lampen an äh machen wenn wir Kappy dagegen werfen und oh nein mein Luftschiff wir können Kisten kaputt machen und so weiter und so fort also Kappy ist wirklich unser allerbester neuer Freund und er hilft uns an unglaublich vielen Stellen und äh mit der Mütze können wir auch noch einige andere tolle Dinge machen auch dazu später so ja zu Beginn kann man sich also hier ein bisschen umgucken im zerstörten Hutland das sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde als ich hier so herumgelaufen bin und mir das ganze so angeguckt habe habe ich auch nebenbei versucht ein bisschen mehr auf die Musik zu achten und mich hatte teilweise also ein bisschen hat ihn mich an Banjo Tui erinnert und teilweise hatte ich irgendwie auch so ab und zu an äh Fable denken müssen das Rollenspiel für die Xbox beziehungsweise gibt es auch für den PC aber egal die Mütze steht dir gut danke und guten Abend äh blutiger Tod so ja natürlich konnte Bowser nicht umhin allen nochmal Bescheid zu sagen übrigens ich war hier ist auch sehr raffiniert von ihm du 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 so wenn wir schon mal da sind können wir wenigstens noch ein paar Schätze mitnehmen ok alles klar die Musik erinnert mich an Harry Potter zumindest im Hutland ja viele Reviewer haben ja diese Umgebung immer so ein bisschen mit so einem Tim Burton Szenario verglichen und ja es stimmt schon wenn man sich das so anguckt keine Ahnung könnte auch irgendeine Szenerie aus Nightmare Before Christmas sein also die Handlange des Ungeheuers kann ich von hier aus sehen aber ich kann nur tatenlos umher schweben und zusehen das ist doof jay willst du zum Hutturm? der Eingang liegt in dieser Richtung so jetzt bescheid tut 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 boah ich mag diese kleinen süßen zuckersüßen Tauben guckt euch das an sogar die haben Hut auf damit verdammt ist weggeflogen das ist so putzig Man sollte übrigens nicht in den Nebel hinabspringen. Gute Arbeit. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Wie war denn das? Konnte man nicht? Ah. Rollen konnte man. Ist richtig. Ah. Wusch, 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 wusch. Was für Typen. Scheint, als würden sie dich kennen und nicht mögen. Warum bloß? Einmal so, einmal so. Das ist ja auch ein Nightmare. Before Christmas. Wirf mich mal gegen die Tür. Okay. Ha. Hut-Tür geöffnet. Nur echt mit Hut. Im Inneren des Hut-Turms. Yay. Ja, diese Frage zu den Blöcke kann man eigentlich ein bisschen cooler melken. Wenn man sich richtig gut anstellt. So, da oben ist jetzt ein Block erschienen. Das ist cool. Merken wir uns. So, eigentlich sollte man, ja, so machen. Den Y-Knopf gedrückt halten. Dann bleibt Käppi auf einer Stelle stehen. Zumindest für einen kurzen Moment. Und wenn man ihn so gegen einen Block rotieren lässt, dann kann man den Block eben auf die Art und Weise aufmelken. So. Und jetzt. Das sieht so hoch aus. Wirf mich doch mal auf den Frosch. Okay. Okay. Komm mal. Komm mal. Du hast einen Frosch gecapert. Gekapert. Ja, was auch immer. Quark, quark. Quark, quark. Schöne Animation. Kommt die jetzt jedes Mal? Zum Glück nicht. Aber sie wollten das erste Mal halt besonders spektakulär darstellen. So. Das ist jetzt, ja, im Wesentlichen eines der Hauptelemente, Kernfeatures von Käppi. Wir können also, ja, bei bestimmten Gegnern das eben so deichseln, dass, ähm, wenn wir die Mütze auf sie draufwerfen, wir die Kontrolle über diese Gegner übernehmen. Wir werden zu diesen Gegnern. Und, ja, dann können wir deren Fähigkeiten natürlich auch entsprechend benutzen. In dem Fall verwandeln wir uns also in einen Frosch. Und können jetzt total froschige Dinge tun. Wir können hier zum Beispiel besonders hoch springen. Ups. Guten Abend, Industrial Mayhem. Und mit dieser wunderbaren Froschfähigkeit können wir jetzt hier überall, überall hoch und den zufälligerweise genau auch so angelegten Weg erklimmen. Ui. So. Das Ganze machen wir bis hier. Und dann, genau, drücke ZL, um dein ursprüngliches Äußeres anzunehmen. Lups. Und schon haben wir den Frosch befreit und alles ist wieder gut. Nebenbei öffnen wir noch die Truhe. Bekommen ein bisschen zusätzliche Lebensenergie. Könnt ihr hier oben nochmal alles angucken. Sieht cool aus. Sogar die Kerzen sehen aus wie Hüte. Ist auch super. Kann ich die Kerzen ausmachen? Ja. Da bringe ich sogar ein bisschen Kohle für. Okay. Und weiter geht's. Ich möchte gleich am Anfang des Streams meinen Mario 3D World kritisieren. Deren Vorzeige-Item, nachdem alles thematisiert wurde, war Katzen-Mario. Vergleichen wir das mal mit Cappy. Katzen-Mario war dir zu wenig, ja? Aber er war eine Katze. Dieses Ungeheuer hat alles zerstört. Hallöchen, Chippy. Manche Tage laufen eben nur so lala. Hut auf und durch. Kannst du uns nicht irgendwie helfen? Wer hat das angerichtet? Ich kann vor lauter Angst nicht mal den kleinen Finger rühren. Ach, das ist so schrecklich. Die langohrigen Handlanger des Ungeheuers sind immer noch oben. Hopi-Dopi-Dopi-Dop. Pass bitte auf. Ja, pass auf. Ich bin Onkel, pass auf. Und deshalb renne ich jetzt hier hoch. Na, wer seid ihr denn? Der Chef hatte recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitungen einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Brudels. Unseres Zeichens Hochzeitsplaner des glücklichen Paares. Glücklich. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch diese Störenfriede aus dem Weg räumen. Okay, Mr. Brudel. Wenn du das so möchtest, dann ist das halt so. Ups. Okay. Uh. Ja, äh, Hasen. Mensch. Ähm. Sind die Hasen jetzt cool? Sind sie nicht cool? Hätten nicht auch die normalen Bowser-Kinder gereicht? Man weiß es nicht. Äh, in jedem Fall, es sind mal wieder neue Charaktere. Also seien wir einfach froh und glücklich, dass wir sie haben. Und... In dem Fall sind sie auch leicht zu besiegen. Bupi-Doo. Wey. Okay. Beeindruckend. Jetzt kommen wir mit Hilfe der Leitung weiter. Strom. Britzel. Bababababababab. Ah. Super Mario Odyssey. Nur für den Fall, dass ihr vergessen haben solltet. Und was für ein Spiel wir jetzt hier spielen. Ich find's gut, dass es nochmal gezeigt wird. Kaskadenland. Fossil-Fälle. Mario kann einem schon ein bisschen leid tun. Unser erster Power-Mond. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin auch ganz elektrisiert vom Kapern der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Okay. Altes Luftschiff. Suchen wir es. So. Und jetzt. Ja. Sind wir auch direkt schon in der ersten, mehr oder weniger vollwertigen Welt. Also, komplett vollwertigen Welt. Wir sammeln lustige Gegensteine ein. Von denen es irgendwie 50 Stück gibt. Und wir haben tolle Musik. Und wir haben... Eine ganz nette Umgebung. Also, ich fand es erstaunlich. Oder beziehungsweise, ich war dann in dem Moment erstmal überrascht darüber. Ich wusste es im Vorfeld so nicht. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir mal hier in Mario Odyssey wieder eine richtige Oberwelt zur Verfügung hätte. So ähnlich wie bei Mario 64. Ist ja jetzt nochmal gar nicht der Fall. Fand ich im ersten Moment ein bisschen schade. Eigentlich ist es auch immer noch schade, weil ich mag Oberwelten an sich schon. Aber, ja. Es funktioniert irgendwie auch so. Deswegen kann ich dem Spiel da jetzt nicht zu böse sein. So, wenn man die Dinger hier mit dem Hut abwirft, dann werden daraus Plattformen. Und jo. Noch bin ich relativ beschwingt und froh mit Mutes und denke mir so, was zum Geil. Das war ein Pizzen Mario. Und denke mir noch nichts weiter bei. Mal gucken, wie ich so reagiere, wenn wir in drei Stunden tatsächlich noch in der zweiten Welt sind. Das wäre mir, glaube ich, nie so richtig aufgefallen. Aber hier sind ja so Pixel-Arts von den Gegnern drauf. Kleine Pumbas, kleine Stappis. Das ist schon hübsch. Das ist schon hübsch und nett. So, was haben wir da? Einen wundervollen Kettenhund. Hi, Kollege. Wuh. Ha. So, den können wir uns natürlich auch schnappen. Nur echt mit Schnurrbart. Und dann kann ich sowas cooles machen. Und die ganzen kleinen Felsbrocken hier kaputt machen. Obwohl dann mehr oder weniger tolle Sachen drin sind. Tadamts. Kering besitzt einen Freundschaftsvertrag mit dem Weihnachtsmann? Ja, das sowieso. Ich weiß doch nicht, worum es geht, aber ja. Aber Mario leidet schon unter Alzheimer, ne? Ja, ist das. Er will es sich auch nicht zu einfach machen, glaube ich. Daran liegt's. Juhu. So, das ist der erste von ganz vielen. Ein Mond für dich. Unser erster Power-Mond. Nur echt am 23.12. Ta-ta. Multimond hoch über dem Wasserfall. Na, dat ist mal ein dicker Hase. Oh, wir haben einen Power-Mond gefunden. Mit diesen Monden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? Nein. Noch nicht. Zeige mir mehr Spiel. Vorbei haben wir einen schönen Wasserfall. Da ist es. Genau hier nach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechteren Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist ja auch ein altes Modell. Aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Nein, Nixan. Nicht jedes Mal. Das war... Also es gibt so normale Monde, die man unterwegs findet. Da ist es nicht so ein großes Trara. Das hier war mehr so ein Story-Mond, in Anführungszeichen. Also das war die aktuelle Mission des Levels. Deswegen gab es da jetzt sowas. Das nächste Mal dann halt, wenn wir uns den Multimond dort oben organisieren. So. Jetzt hat man noch ein bisschen was geschrieben, was ich mir jetzt noch gar nicht durchgehoben hatte. Ich finde die Ähnlichkeiten zu Sonic Unleashed sehr interessant. Nicht nur wegen derselben Thematik. In Japan ist es Sonic World Tour oder so ähnlich. Sondern auch, weil viele Umgebungen optisch sehr ähnlich sind. Bin gespannt, mal mehr von dem Spiel zu sehen. Ich habe Sonic Unleashed leider nicht gespielt. Kann ich gar nichts zu sagen. Blups. Was? Sie rührt sich nicht. Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Mit Sicherheit. Gut. Nebenbei versuchen wir jetzt also so viele Monde wie möglich einzuhalmsen. Damit wir das komische Ding in Gang bekommen. Das ist Sonic Unleashed-Farben wirklich nicht so gut, aber es existiert. Ja, das ist ja bei vielen Sachen gespielt. Aber macht ja nichts. Die Leute haben sich bei Unleashed ja immer über die Wehr-Igel-Abschnitte beschwert. Kann ich einschätzen, ob das tatsächlich wirklich so grausig war. Oder ob manche Leute dann einfach nur ein bisschen übertreiben oder so. Kein Schimmer. So, mehr Kettenhunde. Oder... Döp, 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 döp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war schon recht geflasht. Gute Güte, was ist das nur für ein riesiges Ding. Ich meine, den T-Rex, den kennt man aus den Trailern, ja. Und der wurde einem komplett aufs Auge gedrückt. Aber ich war sehr geflasht darüber, dass man ihm tatsächlich schon in der ersten Welt begegnet ist. Also ich habe das mehr so für späteren Content gehalten. Dafür ist dieser T-Rex aber auch extrem passiv, wenn man sich das mal so anguckt. Und davon war ich dann wiederum so ein ganz klein bisschen enttäuscht. Boops. Okay. Boops. 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 Interessiert ihn kein bisschen. Ja gut, ne? Na. Komm her. Boah. Dafür ist das jetzt wiederum recht cool. Ähm. Wenn ich nicht runterfalle, wäre es noch cooler. Döps. 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 Da hatte ich direkt auch wieder, äh, Banjo-Tui-Vibes. Dort konnte man sich in der prähistorischen Welt, ach verdammt, dort kann man sich in der prähistorischen Welt ja auch in einen, äh, T-Rex verwandeln. Der eigentlich extrem nutzlos war, der eigentlich extrem nutzlos war, weil so viele Aufgaben konnte man mit ihm gar nicht machen. Aber ich meine, mein Gott, wir spielen T-Rex. Er kann nicht so schrecklich und schlimm sein. So. Ja. Wir können aber nicht ewig mit ihm unterwegs sein. Wie wir jetzt feststellen. Huch. Das Ding war zu groß. Ich konnte es nicht mehr länger halten. Ja. Nur kleine Gegner. Mit denen können wir halt die ganze Zeit unterwegs sein. Bei den großen Gegnern gibt es ein Zeitlimit. Dü-dü-dü. Oh. Jibby hatte mit Unleashed Spaß. Das ist cool. Man muss sich auf Unleashed einlassen können. Wie halt bei vielen Spielen. Oh. Apropos. Katzenpeach. Oh mein Gott, wie süß. Wir werden ihr noch sehr häufig begegnen. Ups. 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 Und jetzt? Wurde der T-Rex in eine andere Dimension verfrachtet? Oder wo ist der hin verschwunden? Er ist wieder genau da, wo... Also wir könnten jetzt wieder dort runter gehen und ihn wiederholen. Also, ja. Es ist halt ein Spiel. Ich bin übrigens doof. Äh, Moment. Wie fehlt hier gerade was? Hab ich es kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Verdammt. Ich bräuchte eigentlich den Kettenhund wieder. Ups. Ups. Deswegen hauen wir mal ganz kurz ab. Und hoffen, dass der Kettenhund gleich hier spawnt. So, was war hier? Achso, ja, Moment. Ah. Controller ein bisschen schütteln. Dann macht Mario so einen Wirbelangriff mit seiner Mütze. Gegenstände können wir übrigens auch so einsammeln. Hup, 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 hup. du als Spieler komplett überfordert bist. Ein Mond für dich. Beiß dich durch das Gestein. So, okay. Ihr habt es gesehen, das passiert, wenn man einen normalen Mond einsammelt. Also ist jetzt nicht so... nicht so weltbewegend. Lups, lups, lups. So, hallo. Und Feuer. Ja, was ist denn das bloß? Ich weiß ja nicht genau. Hey, wir sind ja ganz flach. Und irgendwie auch pixellig. Ja, wie kann das denn nur sein? Ich weiß ja nicht genau. Ja. Ich finde es super cool, dass dann auch die... Also wenn man sich in solchen Abschnitten befindet, dass dann auch die Musik komplett 8-Bit-Retro-mäßig wird. Das hat in einigen späteren Welten noch richtig schöne Effekte. Also... Generell, ich habe von einigen gehört, dass sie den Soundtrack von Super Mario Odyssey gar nicht so spektakulär und cool finden. Aber ich persönlich habe da eigentlich nicht viel zu bemängeln oder auszusetzen. Ein Mond für dich. Hinter dem Wasserfall. Bisschen fies versteckt, aber kann man eigentlich ganz gut finden. Ich bin mir sicher, dass der Ausblick von der Mastspitze einmalig ist. Na, dann gucken wir doch mal. Oh. Was für ein Hinweis. Wey. Ich habe aber schon volle Lebensnergie. Boing. Dann können wir ein bisschen Billiard spielen mit den beiden. Funktioniert ganz gut. Guten Abend, Kirby Freak. Was? Du willst meine Monde um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Monde doch nicht einfach an der Hergelaufene. Schon gar nicht an Kettenhundfutter. Die alte macht mir Angst. Ahahaha. 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 Aha. Okay. Ah. Du, 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 du. Boing. Fantastisch. Das ist super, das ist irgendwie nicht fantastisch. Haben wir so verdacht. Oh. Okay. Okay. Und nochmal. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, lass mich in Ruhe. Und boing. Genau so. Die alte hat's doch nicht anders verdient, hat sie's. Das kam schon in der ersten Welt. Ja. Kannst du mal sehen. Ups. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich sehe, wie jemand einen Hasen mit einem Hund verprügelt. Nichts ist unmöglich in der Welt von Super Mario Odyssey. Ein Multimond für dich. Multimond hoch über dem Wasserfall. Ja. Und das wird natürlich dann so richtig schön zelebriert. Ja. Du hast es geschafft. Und nun haben wir einen Multimond. Diese kleinen Ode besitzen die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von ihr weg. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Okay. Mach ich doch glatt. Und bitteschön. Nebenbei haben wir noch ein paar andere Monde eingesammelt. Erstaunlich, wie das Spiel gleich mit einem Bang beginnt. Nach der Tutorial-Welt sofort Kettenhunde, T-Rex, 2D-Abschnitt, großer Boss. Ja. Also sie haben so ein bisschen aufs Tempo gedrückt. Ich meine, sieht man ja auch schon am Intro. Wie schnell man reingeworfen wird. Absolut kein Vorgeplänkel. Die Odyssee ist funktionstüchtig. Ich meine, kein blöder Brief von Peach, die einen erstmal zum Kuchenessen einlädt oder irgendwie sowas in der Art. Nee, du bist gleich, zack, beim Kampf gegen Bowser dabei. Zack, Mario verliert sofort. Und zack, im nächsten Moment ist es... Also... Ist anders irgendwie. Irgendwie ist es... Es fühlt sich ein bisschen anders an. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal... Ich glaube, sie heißt Tiara, ne? Wir wollen Tiara und Peach retten. Möchtest du ins Steuer? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland, drücke A und schon geht's los. So, ja. Also, wie gesagt, keine schicke Oberwelt oder so. Sondern stattdessen halt nur... Ja, ne Map. Wo man halt die einzelnen Welten dann anwählen kann. Man hat zu diesem Zeitpunkt absolut keine Ahnung, wie viele Welten noch dazukommen werden. Was auch sehr, sehr schön ist. Weil, wär ja auch langweilig. Und, ja, dann gehen wir mal direkt in die nächste Welt, ne? Das Wüstenland. Unser eigenes, mega krasses Luftschiff. Und jetzt sind wir noch die schicke Kapitänsmütze. Ja, dann setzen wir das Abenteuer mal fort. Na, wie gefeile ich dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fesch, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser, richtig? Gut, mit der Odyssee holen wir ihnen nullkommanichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. So, und das ist jetzt im Endeffekt das Tutorial. Reisetipp. Stampfattacke. Also, nicht irgendwie mitten im Spiel. Also, im Spiel bekommst du trotzdem immer mal wieder ja Einblendungen und so, was du zu tun hast. Aber zwischen den Welten, dann liest du dir immer noch so ein paar Dinge vor, die du dann so einfach mal nebenbei noch mit auf den Weg bekommst. Um mit Blöcken oder Gegnern unter dir oder Bodenunebenheiten fertig zu werden, geht nichts über eine Stampfattacke. Drücke ZL in der Luft, um mithilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Falls du mal was nachschlagen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Okay. Ah, die Anleitung. Steuerung, Basisaktionen, Körperaktionen, Bonusreisetipps. Ja, hier kann man sich jetzt alles wirklich haarklein nochmal erklären lassen, wenn man denn möchte. Hechtsprung, Rolle vorwärts, Stampfattacke und so weiter und so fort. Ah, genau, hier kann man dann auch sich angucken. Wir haben jetzt mittlerweile die gefunden, also Frosch, Kettenhund und T-Rex. Aber da kommt noch jede Menge dazu. Bonusreisetipps. Ja, Amiibo, bla bla. Ich habe die Amiibo übrigens gestern bei, ähm, beim Mediamarkt gesehen. Also ein Amiibo hat 14,99 Euro gekostet. Und dann gibt es ja noch die Box mit allen drei Amiibo, also mit Mario, Peach und Bowser. Die hat 50 Euro gekostet. Das heißt, wenn du alle drei Amiibo einzeln kaufst, hast du insgesamt 45 Euro. Und wenn du die große Box haben willst, dann bezahlst du für die Box 5 Euro mehr. Das fand ich irgendwie komisch. Aber nun gut. So. Du kannst jederzeit das Menü mit Plus öffnen und die Anleitung auswählen. Aber der Trick dahinter war wahrscheinlich, Bowser war ausverkauft. Das heißt, du hättest dir nur Mario und Peach kaufen können, wenn du das auf Bowser gehabt hättest. Dann musstest du ja also das Ding für 50 Euro kaufen. Aber nun gut. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt. Ach was. Und wohl auch ziemlich heiß. Ach nee. Dort gibt es Ruinen zu sehen und... Jetzt kommt's. Den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehering. Dieser Bowser klingt ja ganz nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehlen würde. Was bringen die? Die Amiibo? Damit kannst du bestimmte Dinge freischalten. Ich weiß es nicht im Detail. Einer der Amiibos... Wüstenland. Brutzel-Ebene. Einer der Amiibos hilft dir wohl irgendwie diese lila Münzen zu finden. Aber was die anderen beiden Amiibo machen, keine Ahnung. Oben auf dem Ruinentor. Da wollen wir hin. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssee war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt. Und ich dachte immer in der Wüste wäre es heiß. Hm? Warum leuchtet das auf der Turmspitze? Ist das etwa ein Mond? Wer weiß. Es ist tatsächlich kalt. Es ist eiskalt. Ich stehe noch überall so Eis-Dings das rum. Die ich kaputt hauen kann. Davon abgesehen. Aber egal. Dupdi-dupdi-dup. So, gucken wir uns mal kurz rum. Was geht denn hier so ab? Warum ist es denn so kalt? Oh. Jihau. Oh. Äh. Jihau. Diese Münzen kann man nur in diesem Land ausgeben. Ja. Also Münzen generell sind eine Währung. Oben links sehen wir das. Ich habe 384 normale gelbe Münzen. Und momentan zwei von den... Da oben ist ein Mond. Äh. Zwei von den lila Münzen. Diese lila Münzen sind also die Währung für das jeweilige Land, in dem man sie findet. Deswegen sehen sie auch immer sehr landesspezifisch aus. Und... Eikaramba. Wer bist du denn? Mir ist so kalt. Was ist hier noch passiert? Alles froh auf einmal ein. Uh. Komm schon, Taxi. Ich warte schon seit einer halben Ewigkeit. Okay. Willkommen in unserem Shop. Shop. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Und guten Abend, Walfahrer. Und hallo, kleines Hündchen. Hündchen, Hündchen. In dem Schrank sind deine Klamotten. Du kannst dich jederzeit umziehen. So, diese Shops gibt es auch in jeder Welt. Herzlich willkommen. Reden wir mal kurz über deine Münzen. Du besitzt gelbe Münzen und deine lila Münzen. Gelbe Münzen kannst du überall einsetzen. Lila Münzen kannst du nur in dem Land, in dem du sie gefunden hast, ausgeben. Hallo. So, was verkauft er denn hier? Er verkauft zum Beispiel so einen total tollen Wüstenland-Mond. Oder, ähm... Ja gut, Punkte-Shorts kann ich mir leider noch nicht leisten. Sonst könnte ich in Unterhose rumrennen. Ähm... Ja, keine Ahnung. Wenn ihr wollt, dass ich mal was Bestimmtes kaufe. Wir können doch erstmal sparen. Weil die Crazy Cap-Ausrüstung, die ist jetzt halt so ein bisschen... Naja. Naja. Gibt's bestimmt coolere Sachen. Ich meine, die coolsten Kostüme gibt's ja sowieso, wenn man genug lila Münzen hat. Dann könnte ich mir hier zum Beispiel so einen mexikanischen Mario zusammenbauen. Oder so ein Cowboy-Mario. Aber da brauche ich halt noch ein paar lila Münzen für. Ist sehr teuer, sich die Kleidung von Leib zu reißen. Offensichtlich. Wird es einen Nintendogs für die Switch geben? Vielleicht. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht. Uh. Dup, 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 dup. Ich meine, die Reihe haben sie dann noch irgendwie... nicht weiter fortgeführt. Aus welchen Gründen auch immer. Danach kamen ja nach Nintendogs noch Ninten-Cats. Oder so. Glaube ich. Ah. Und dann kam nix mehr. Plupp. Ein Mond für dich. Nur für Angestellte. Ach was, der ist auch für mich. So. Tschüssi Kowski. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Eis in der Wüste am Tag. In der Nacht, klar. Aber tags? Na, deswegen. Es ist ja auch super kalt. Ich meine, nur weil die Sonne scheint, kann es ja trotzdem kalt sein. Oder? Denke ich mal. Glaube ich mal. Vielleicht wäre der Effekt tatsächlich cooler, wenn hier einfach alles komplett vereist wäre. Ich weiß es nicht. Aber. Es ist jetzt wie es ist. Oh. Ein Mond für dich. Blick über die Wüstensiedlung. Ja, in manchen Monde stolpert man tatsächlich einfach so drüber. Wuhu. Na. So, die Dinger katapultieren einen ein bisschen nach oben. Da unten ist noch so ein bisschen Lammenszeug. Alles klar. Na, dann setzen wir unser Abenteuer mal fort, ne? Dieses seltsame Brautpaar ist vorne in die Ruinen rein und seitdem noch nicht zurück. Es kam viermal dasselbe Nintendogs für DS und dann gab es noch Nintendogs und Cats für 3DS. Das war es dann mit der Reihe. So. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich war unschuldig. Ich war sehr unschuldig. Mein Internet war einfach weg. Tut mir leid. Ich hoffe, es hält jetzt. Keine Ahnung. Probieren wir es. Probieren wir es. Erstmal muss ich mich richtig hinsetzen. Wesker war es? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Wesker war. So, okay. Habt ihr irgendwas verpasst? Ich hoffe nicht. Ich denke nicht. Wie gesagt, kann mich nur dafür entschuldigen. Ich weiß ja jetzt schon... Ich wollte es eigentlich wirklich gesammelt auf YouTube hochladen. Das ist jetzt schon wieder doof. Weil jetzt darf ich im Nachhinein schneiden und alles zusammenfügen und das ist alles zum Davonlaufen. Aber egal. Hey, guten Tag Maxi. Guten Abend meine ich. So, wir setzen unser Abenteuer fort. In der viel zu kalten Wüste, die kalt ist und wir verstehen es nicht. Weil es ist ja eine Wüste. So. Wuhu. Und so weiter. Au. Dups, di Dups, di Dups. Ruzel-Ebene. Der Ruinen-Eingang. So. Dann erkunden wir mal diese wunderbare Ruine. Die seltsamerweise einen Eingang hat. Bei Ruinen lässt sich das normalerweise immer ein bisschen schlecht feststellen, glaube ich. Wo der Eingang ist. Aber diese Ruinen hier sind noch verhältnismäßig gut erhalten. Wenn man das sich so anguckt. Oder oben ist sogar ein cooler Mond. Damit man sich theoretisch organisieren könnte. Wenn man weiß wie. So. Und hier kann man sich noch was anderes organisieren. Nämlich Kugel-Willis. Bei der Haut. Gibt es eigentlich einen Grund, warum die Goombas gelb sind? Und seit wann sind die so klein? Ja, das sind Mini-Goombas. Das sind keine vollwertigen Goombas. Vollwertige Goombas kommen erst später im Spiel. Da besteht dann ein gewisser Unterschied. Bei diesen Mini-Goombas kann ich zum Beispiel auch nicht kapern. Da muss man irgendwie auch hinkommen, denke ich mal. Ein Mond für dich. Auf der schiefen Säule. Eventuell reicht es sogar noch für einen Rückflug. Danke. Hier noch irgendwas cooles. Katzen-Peach. Reise-Tipp. Stampf-Attacke. Achso. Ja gut. Wissen wir doch. Ist doch alles in Ordnung. Hüpf. 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 Wow. Dass das jetzt gut gegangen ist. Und man geht ein bisschen retroentschend. Dieses Geräusch ist extrem befriedigend, wenn man einen Mond einsammelt. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum sie so viele davon versteckt haben. Ich meine, prinzipiell ist es ja auch richtig, dass man dann ein gutes Gefühl eigentlich hat, wenn man so einen Mond gefunden hat. Aber vielleicht haben sie es hier und da doch ein bisschen übertrieben. Wir sind verdacht. Diese Kameras können wir übrigens auch kapern. Und da sehen wir es schon. Da ist ein wundervoller Mond. Und dort hinten ist... Irgendwas anderes. Ja, und auch generell sieht man hier viel von der Umgebung. Dorthin ist noch ein wunderschöner Tempel. Da irgendwie ein paar Liedermünzen und dergleichen. Dort hinten die wunderschöne Stadt. Mit ihren eifrigen Bewohnern. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, und das ist zum Beispiel ein Mond. Ich war ein bisschen... Ich war ein bisschen enttäuscht von der zweiten Welt, von der Wüstenwelt. Wahrscheinlich war es einfach so ein... Ja, keine Ahnung, irgendwie... Wüstenwelten sind jetzt vielleicht generell nicht so meine allerlieblingswelten im Videospielen. Und die... Ja, die schiere Größe der Wüste, die hat mich irgendwie... Ja, mich gleich schon wieder ein bisschen abgeschreckt. Weil ich mir so gedacht habe, okay, wie viele Stunden werde ich jetzt hier durch die Gegend laufen? Bis ich dann mal wieder was halbwegs Interessantes gefunden habe, oder so. Unterm Strich, wenn man es spielt, geht es dann doch nochmal. Weil es ist ja auch genug Interessanter Kram hier überall verborgen. Aber im ersten Moment war es zumindest für mich erstmal so ein kleiner Downer, mich hier zu bewegen. Und bei der Musik, wirklich, da geht einem das Herz auf. Weil ich habe dann direkt so... Weiß ich nicht, ich muss an Megaman denken, ich muss an Ducktales denken. Kann es sein, dass Mario in dem Spiel nicht besonders hoch springen kann? Findest du? Geht, oder? Ich denke jetzt nicht, dass es so viel schlimmer oder schlechter ist als in Mario 64 und Co. Man kommt doch eigentlich überall ran. Ein Mond für dich. Oben auf dem Ruinenturm. Und guten Abend, bis der Mario käme. Und ja, ein hoffentlich entspanter Abend, wenn das Internet hält. Mondstücke im Sand. Weiter geht's. Diese Dings da sind total cool, weil die meine Mütze noch ein bisschen weiter schießen. Irgendwie so. Irgendwie so. Und auf dieser Plattform den Weg fortsetzen. Will ich hier überhaupt sein, frage ich mich gerade. Geht so. Eigentlich will ich hier rüber. Huh. So klug ist die Dinger zu aktivieren, davon muss ich es vielleicht auch fragen. Wow. Ich meine, ich finde es auch so cool, dass solche Geschichten hier schon direkt in der zweiten Welt rankommen. Das war eigentlich in Super Mario 3D World, das waren so Sachen aus der Bowser-Region, oder? Sehr viel früher kamen die doch gar nicht dran. Glaub ich zumindest. Röntgolid-Habitat. Röntgoliden. Was können denn nur Röntgoliden sein? Ähm. Oh, ein Mondstück. Ja, wir müssen jetzt fünf Monde einsammeln. Röntgoliden sind diese Kollegen hier. Die total cool aussehen. Und mit Y kann ich die Sonnenbrille aufsetzen oder wieder abnehmen. Und wenn ich das tue... Oh. Dann sehen wir, dass hier Geheimnisse verborgen sind. Tja. Also diese Plattformen sind permanent da. Die sind halt einfach nur unsichtbar. Ohne die super krasse Brille der Röntgoliden wüsste ich es aber halt nicht. Und guten Abend, Anni. Die Vögel zeigen einem auf eine gewisse Art und Weise auch den Weg. Hui. Äh. Hui. Ja, ist klar. So oder so ähnlich. Ähm. Hust. Na ja. Äh. Es kann passieren. Das äh. Ich wollte es nochmal demonstrieren. Der dritte kleine Mond. Wie viel habe ich verpasst? Äh. Die erste Welt. Die ersten beiden Welten im Endeffekt. Die Tutorial Welt und ja. Das erste. Die erste Welt hast du verpasst. Also eigentlich gar nicht mal so viel. So. Wo sind... Die andere Monde. Genuglich. Achso. Moment. Hier unten ist noch einer. Und für den letzten werde ich wohl die Hilfe der Röntgoliden nochmal benötigen. Wuhu. 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 Mein Kollege. Äh. Jetzt warum möchte ich mal hiermit hier rüber gehen. Und dann mal mit ihr hoch. Die erinnern an die Osterinselköpfe aus Super Mario lernt. Stimmt so ein bisschen. Da hast du recht. So. Ja. Sonnenbrille absetzen und... Aha. Wie lustig. So. Weiter, 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 weiter. Und. Weiter, 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 weiter. Das hat schon was Putziges. So. Und da hätten wir unseren Power-Mode. Kann ich jetzt nicht eigentlich... Geschwind so machen. Und dann so machen. Und dann haben wir's. Ich denke schon. Ein Mond für dich. Mondstücke im Sand. Kopfstand-Pyramide. Showdown. Hilfe. Ja, wer mag da wohl um Hilfe rufen? Es könnte sich um unsere Prinzessin handeln. Die sehen aus wie Bananen, die Monde. Nein. Also... Ja. Aber nein. Aber ja. Aber nein. Es sind wirklich vollwertige Monde. Keine Sorge. So. Dort sollen wir hochgehen. Dort oben ist Bowser. Er hat direkt neben sich schon den riesigen Ehering. Ich weiß nicht genau, wie Peach... Ich weiß nicht genau, wie Peach... Also, wie er Peach den Klunker... ...verabreichen will. Aber... Na gut. Er wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Zumindest kann man nicht sagen, dass er sich lumpen lässt. Was ist bei der Kopfstand-Pyramide los? Die sind bestimmt auf unseren Ring der Einheit scharf. Ich wünschte, ich könnte unser wertvolles Artefakt beschützen. Aber kann ich leider nicht, weil ich dumm bin. So. Hier könnt ihr mir mal kurz helfen. Hier. Ihr total tollen Experten. Weil hier ist so ein Bonusraum... Wo man... Ja. Also, es ist folgendermaßen. Man geht in den Raum rein. Man kann sich so einen Röntgoliten schnappen. Mit der Sonnenbrille sehe ich ja jetzt, wo die Wege sind. Das heißt, in dem Fall weiß ich jetzt, wie ich mich bewegen muss. Und zwar... Irgendwie so. Und dann so. Und dann renne ich hier so durch. Und dann ist gut. So. Das Gleiche mache ich dann jetzt nochmal hier. Dann sehe ich nämlich, dass hier eine Plattform ist. Das ist ja eigentlich auch recht easy. Weil... Dann kann ich mich hier an der Stelle an den Münzen orientieren. Dann mache ich einmal so. Und einmal so. Bin ich hier auch fertig. Auch easy. So. Dann gucke ich mir das hier nochmal an. Okay. Ist auch easy. Machen wir einmal so. Einmal so. Und zack. Mond. Und jetzt... Ein Mond für dich. Das unsichtbare Labyrinth. Ähm... Ich weiß, dass in diesem Gebiet hier noch ein zweiter Mond. Mond sein soll. Sehr intelligent. Dass in diesem Gebiet noch ein zweiter Mond sein soll. Aber den habe ich selber noch nicht gefunden. Ähm... Könnt ihr mir sagen, wo der ist? Er hat den Ring ja nicht mal gekauft. Sondern bloß geklaut. Aber mit Liebe geklaut. Okay. Der zweite Mond ist sehr gut versteckt. Ja, das dachte ich mir. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe den auch nicht. Ich sage mal im ersten Raum. Ist der wirklich im ersten Raum? Beim Schild? Wie? Beim Schild? Hier? Aber... Nicht beim Schild. Zweiter Raum. Ich werde verarscht. Die Münzen zählen als Leben. Wie viel verliert man denn, wenn man stirbt? Zehn. Zehn Münzen. Also ist eigentlich... Du wirst niemals im Leben Game Over sehen. Oder erster Raum. Den Hinweis würde man auch von der Hinweiseule kriegen. Oben auf dem Stiel. Oben auf dem Stiel? Auf das Schild. Nicht dagegen. Kann es sein, dass der Sprung ein bisschen blöd ist? Ja, wirf Cappy auf das Schild. So war es. Ach so. Cappy werfen und damit er dann... Okay. Ja, gut. Alles klar. Ja, so ein Blödsinn. Okay, es ergibt ja vielleicht auch ein bisschen Sinn. Weil wenn man hier guckt, wofür soll die Plattform unten links auch sonst sein? Ja, gut. Totenkopf im unsichtbaren Labyrinth. Gut. Dankeschön. Den habe ich... Da saß ich wirklich länger hier. Also und habe die ganze Zeit hin und her überlegt. Mensch, wo soll der denn sein? Und so weiter und so fort. Aber dass es dann im Endeffekt dann doch so ist... Naja. Naja. Von mir aus. Ähm. Was war jetzt hier nochmal? Ach so. So. Einmal so. Einmal so. Und zack. Und durch. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das stimmt. Wie gesagt. Ist nicht so hundertprozentig eindeutig. Ich meine klar. Diese Mechanik mit Käppi irgendwo gegenwerfen und dann rotieren lassen. Das wird hier schon mehrmals im Spiel gezeigt. Also so ist es jetzt nicht. Auf die Idee kann man kommen. Aber trotzdem so hundertprozentig eindeutig, dass man das Schild dann bewerfen kann. So richtig eindeutig ist das nicht. Ja. Ich bin so durch den Wind. Drei meiner kleinen Schafe sind verschwunden. Bringen sie zu mir zurück. Bitte. Ja. Aber nur wenn du ganz lieb bitte, bitte sagst. Oh. Schafe. Sogar die Schafe haben Hüte. Und. Schäfchen. Ich finde es so cool, wie die Schafe nicht die Gegend fliegen. Das ist so süß. Halt. Moment. Nein. Ah. Schäfchen. Wohin. Haust du ab? Nein. Tu mir das nicht an. Ne. Und. Na im Endeffekt kann ich sie auch so vor mich hintreiben. Also ich muss sie nicht mal bewerfen. Dö 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 dö. Okay. Das war das erste Schaf. Äh. Ah. Hallo Schäfchen. Du dumm. 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 Das ist eine Invasion der Hüte. Ja. Dumm. 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 Ob ein Tennons dann was sagen will. Hüte sollten wieder schwer in Mode kommen. So sieht es doch aus. Äh. So. Wo ist das letzte Schaf? Hü. 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 Dö 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 dö. Dö 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 dö. Invasion der Hüte. Dort unten. Oh. Das sieht sehr Multimod mäßig aus. Der ist aber komplett vereist. Und. Oh mein Gott. Es ist ein richtiger Mensch. Der richtige Proportionen hat. Ein Kunde wartet schon auf mich. Aber so wie es aussieht komme ich hier erstmal nicht weg. Sein Taxi ist komplett eingefroren. Nein. Wie kann sowas nur sein? Hüfti. Hüfti. Coole Sache. Oh. Ich habe gerade ein Schaf weggeholzt. Vom Taxi gefallen. Schäfchen komm her. So Schäfchen. Alle Schäfchen als Trockene bringen. Dö 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 dö. Mein Hut. Der hat vier Ecken. Vier Ecken hat mein Hut. Warte nicht. Eigentlich drei Ecken. Wer fährt mit dem Taxi durch die Wüste? Also ganz ohne Straße. Das ist ein super Taxi. Mit super Rallyereifen. Kannst du mal sehen. Danke. Bitte. Schafe hüten. In den Dünen. Mäh. Mäh. Ihr Schafe. Mäh. Ihr Schafe. Okay. Hätten wir das Problem gequert? Drum gehen wir einfach mal weiter. Ja. Wihou. 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 Willkommen in der Brutzelebene. Bist du hier zu Besuch? Du weißt, wie die Anleitung funktioniert? Weiß ich schon. Ich bin ja so erleichtert. Ja, alles gut. Wihou. Das Brautpaar ist dort hinein. Ich glaube, es hat es auf den legendären Ring der Einheit abgesehen. Und das können wir natürlich nicht zulassen. Weshalb wir direkt in die Kopfstandpyramide einkehren. Im Inneren der Kopfstandpyramide. Okay. Dann gucken wir uns dieses wunderbare Gebiet doch einfach mal an. Ah. Dieses wunderbare Gebiet, in dem uns weder ein Netz noch ein doppelter Boden hilft. Stattdessen müssen wir hier mit unserem Kugelbilly die Hände hinüberdüsen. Ich sag mal so, wenn das hier schon so doof aussieht. Ah. Zumindest Münzen findet man eigentlich fast immer überall. Und da ich sehe, dass wir schon 53 der Münzen eingesammelt haben, die es hier in dieser Welt gibt. Worauf habt ihr mehr Lust? Auf Sombrero Mario oder auf Cowboy Mario? So, das ist natürlich auch super cool. Erinnert mich total an Megaman 5. Die Welt von Gravity Man. Da funktioniert das im Endeffekt komplett ähnlich. Huh. Hui. Sombrero Cowboy. Hering der Energiesparer. Hering der Energiesparer? Huh. Hi. Dup, dup, dup. Dup. Ah, toll. Ja gut, das war sehr intelligent. Hier geht's übrigens weiter. Mysteriöse Kopfstandwandmalerei. 3 zu 1 für Sombrero. Sombrero. Dem Mexikanern macht halt keiner was vor. Huh. Oh. Na, was haben wir denn hier? Wenn ich mir das hier gerade so angucke. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir diese drei Münzen in meinem richtigen Spielstand noch fehlen. Das kam mir jetzt gerade so schrecklich unvertraut vor. Cool. Kann sein, dass ich also was Neues für mich gesehen habe. Gibt's denn irgendwo einen Zylinder? Ja, klar. Mit den normalen Münzen könnte ich mir jetzt was Zylindermäßiges eigentlich schon kaufen. Extraherzen. Kann nicht schaden. So, gucken wir uns mal ein bisschen um. Hier ist eigentlich nix weiter. Hier segeln wir einfach mal konsequent rüber. Bam. Wuh. Obsele. Wuh. Okay, das können wir bestimmt irgendwie extrem cool machen oder so. So eine richtig krasse Kettenreaktion. Veranstalten. Hab ich natürlich nicht hinbekommen. Aber egal. Zumindest sind wir oben. Was für eine Aussicht. Was für eine Aussicht. Boah. Hallo, große Statue. Hier können wir zum Beispiel Käppi auch so ein bisschen durch die Gegend wirbeln lassen. Ich glaube, hier hinten waren auch noch ein paar Münzen. Genau. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es hier auch irgendwo einen Mond gab, wenn man das gemacht hat. Aber zumindest momentan scheint es eher nicht der Fall zu sein. Halt, ne, doch, Moment. Das da sieht specialmäßig aus. Aber hier hat es wenigstens ein bisschen geleuchtet. Direkt im Vorfeld. So, dass man wusste, dass das hier interessant aussieht. Anders als bei dem Schild im Bonusraum. So. Ihr sucht den Ring der Einheit? Den hat der Chef sich schon gekrallt. Ihr armen Schnüffler seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Okay. Äh, hallo, Hasi. Äh, so, was machen wir jetzt? Ich greife dich an. Und du wärst es einfach so ab. Das ist cool. Äh, oh. Uh. Boing. Sie ist ja schon irgendwie ein bisschen knuffig. Also sie sieht ein bisschen knuffig aus. Kann man, glaube ich, nur so sagen. Hoppsel. Ach, verdammt. Ich dachte, ich könnte direkt... Ne. Ha. So, das funktioniert auch. Ich mag auch ihre Lache. Ich mag auch ihre Lache. Was für ein Kampf. Aber wir haben es geschafft. Aber wir haben es geschafft. Ein Multimond für dich. Kopfstand Pyramide Showdown. Das Loch in der Wüste. Wie auch immer das jetzt funktionieren mag. Also die Pyramide trotz weiteren physikalischen Phänomenen. Diese Mese Brudel hat es uns echt nicht leicht gemacht. Aber wir greifen uns weiterhin in unsere Monde. Oh, die Kopfstand Pyramide schwebt. Und es ist erheblich kälter geworden. Ist ja auch Nacht. War hier Bausamenwerk? Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Tja, viel hat sich also nicht gebessert. Aber okay, zumindest sind wir jetzt wieder hier. Und das bedeutet, wir können uns jetzt... Upsala. Mit Zombies anlegen, die in der Wüste rumlaufen. Und... Wir können einkaufen gehen. Und uns ein bisschen anders kleiden. Und willkommen zurück. Machineplay. Äh, so. Also hat der Sombrero irgendwie gewonnen, ja? Danke für deinen Einkauf. Jetzt umziehen. So. Und der Poncho noch dazu. Damit wir gleich richtig stilecht gekleidet sind. Bis zum nächsten Mal. Tja. Wenn das mal nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, allein wegen der Geschichte wurde ja irgendwie das Spiel im Vorfeld so ein bisschen kritisiert. So nach dem Motto, oh, Nintendo macht sich über Mexikaner lustig. Das ist ja alles total klischee-mäßig und so. Das darf ja überhaupt gar nicht so sein. Äh, ja. Naja. Hat die Kleidung irgendeinen Effekt? Hat sie tatsächlich, wenn du es so nennen willst, zumindest. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das jetzt in dem Moment schon angucken können oder nicht. Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Fetziger Hut? Check. Verrückter Poncho? Check. Check. Du bist ja partywürdig. Hinein mit dir, mein Freund. Ja. In den jeweiligen Ländern gibt es eben, ja, immer mal wieder solche Abschnitte, wo man eben nur rein kann, wenn man das landestypische Outfit besitzt. Und hallo, Biskuit. Du tanzt und du tanzt und du auch. Und alle zusammen. Tanzt. Da, ba, 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 ba. Jeha. Okay, das war jetzt wenig mexikanisch, aber. Tanzen mit neuen Freunden. Ja. Gut. Das war jetzt. Verhältnismäßig unspektakulär. Eigentlich. Aber. Geht das nur, wenn man das Outfit hat? Ja. Geht nur, wenn man das Outfit hat. Sonst wären wir hier nicht reingekommen. Der hätte einen nicht reingelassen. Komische Nacht, findest du nicht? Ich würde die Pyramide gern von nahem sehen. Aber es ist zu gefährlich da draußen. So. Ich bin jetzt gerade nur im Überlegen. Können wir nicht hier theoretisch ein bisschen abkürzen? Indem wir mal folgendes machen. Uns wieder in so eine Kugel verwandeln. Achso. Womit? Oh. Oh. Vogel. Scheiße. Falsche Knopf gedrückt. Ach, ist egal. Ja. Theoretisch muss man diesen leuchtenden Vogel angreifen. Und wenn ich ihn treffe, dann hinterlässt er auch einen Power-Mond. Und der fliegt hier einmal kreuz und quer durch die Wüste. Nein. Ist egal. So. Upsala. Genau. Hier. Rechtzeitig. Rausgehen. Oben auf dem Steinbogen. Ein Mond für dich. Ein Mond für dich. Für dich. Und für dich. Und hier sind extrem viele dieser... Ja. Nervigen, kleinen, gelben Goombas. Tütütütü. Habsala. Wollte ich gar nicht. Oder? Weiß ich nicht. Ne, eigentlich wollte ich es nicht. Oder? Ne, eigentlich kann ich doch von hier aus schon längst hingehen. Hui. Beziehungsweise ist hier noch irgendwas? Weiß doch unentscheidend. Ah. Wo könnten wir den Samen hier einpflanzen? Okay. Ja, gut. Sonst können wir doch kurz zeigen. Ähm. Dahin kommt schon wieder der Vogel. Was macht man mit dem Samen? Den Samen muss man in der Tat, wie Cappy schon sagt, den muss man wo einpflanzen. Ich finde es jetzt irgendwie total witzig, dass ich den Samen verloren habe. Uh. Und dass hier in der Wüste jetzt des Nachts überall Zombies auftauchen. Nur weil es, ja. Nur weil es ein bisschen dunkel geworden ist. Ah. Das ist ja gruselig. Das Einpflanzen funktioniert hier hinten. Nämlich bei diesen wunderbaren Töpfen. Kann ich nämlich einmal so machen. Und einmal so machen. Und einen dritten Samen gibt es auch noch irgendwo, aber das weiß ich jetzt gerade nicht, wo er ist. Au. Toll. Ich hätte geguckt. Hinterlässt der Vogel nur einen Mond? Man könnte ihn ja theoretisch an mehreren Orten abwerfen. Ja. Aber pro Special Vogel gibt es auch nur einen Mond. Also ich kann es jetzt gerade nicht ausschließen, dass es eventuell in einer Welt auch mal zwei dieser Special Vögel gibt. Aber dann hinterlässt halt auch jeder von denen nur einen Mond. Okay, das ist eigentlich... Ja. Ist jetzt so semi-klug, was ich hier gerade mache? Ja. Insbesondere, wenn man nicht mehr trifft. Oh, ich bin so dumm. Dup, 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 dup. Sollte man eigentlich auch anders machen, diese Stelle hier. Aber okay. Okay, wir wollen uns ja eigentlich um das Problem kümmern, ne? Der Pyramide. Das ist schon wie das... Ich kümmere mich um Hinz und Kunz, aber ich kümmere mich nicht um das Richtige. Äh. Obwohl eigentlich... Moment. Wenn wir jetzt sowieso in der Stadt sind... Äh, damit das Ganze auch ein bisschen flotter eventuell geht. Weil eine total tolle Sache hier in der Wüste habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. So. Nehme ich das hier. Hallo. Äh, wie geht's dir? Ich bin das Miauxi. Von dem du sicherlich schon gehört hast. Wenn du möchtest, stehe ich dir für 30 Münzen zur Verfügung. Na, was sagst du? Reiten wir los. Bist du ein Urlauber? Dann ist die Kopfstandpyramide ein absolutes Muss. Die Steuerung ist kinderleicht. Drücke B zum Bremsen und ZL zum Absteigen. Ich sprinte los, sobald du aufgesessen bist. Aber halte dich ordentlich fest. Ich bin schnell wie der Wind. Äh... Jihau! Wuhu! Andale, andale! Miauxi, miauxi! So. Döp, 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 döp. Also er sprintet automatisch, äh, nach vorne los. Und ich kann wirklich nur halt ein B so ein bisschen abbremsen und ihn dann versuchen in eine andere Richtung zu lenken. Äh, ja. Brauchen wir halt ein bisschen Übung. Aber dann klappt das schon. So, kann ich eigentlich... Ah, tatsächlich. Ich kann hier schon rein. Wuhu! Yay! Bonus-Tempel! Der Miauxi-Tempel. So. Okay. Und das hier erfordert jetzt tatsächlich so ein bisschen... Wuhu! Wuhu! Fingerspitzengefühl! Wenn man alles haben will, zumindest. So wie meine Wenigkeit. Dubsdi-Dubs. Äh, tt, 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 tt. Okay. Alles gut. Alles gut. Bis hier an funktioniert das irgendwie. Wuhu! So. Was haben wir hier? Wir haben hier jede Menge Kakteen. Wir haben hier Münzen, die man auch einsammeln kann. So, dann haben wir hier einen Notenschlüssel. Kennt man ja seit Super Mario Galaxy. Oh! Wow. Dass das gleich so gut gepasst hat. Ich liebe es. Und! Danke dafür. Ein Mond für dich. Querfällt ein mit dem Miauxi. So, wo muss ich jetzt hin? Achso, die Rampe tut hoch. Wuhu! Bisschen gucken und geradeaus. Jihau! Und, 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 und. Geschafft. Er schafft das in einem Rutsch, oder? Was soll ich sagen? Naja. Naja. War okay. Schönen Abend noch, Biskuit. So. Ha. Erstmal ein kleines Erfolgserlebnis gehabt. Das ist gut. Wenn man da mal ein bisschen Selbstvertrauen wieder tanken kann. So kann es jetzt ruhig den ganzen Abend weitergehen. Lalalalala. Poser. Offensichtlich. Ganz offensichtlich. Da unten scheint irgendetwas zu sein. Aber ich trau mich einfach nicht hineinzuspringen. Äh. Lang halte ich diese Kälte nicht mehr aus. Ja gut. Ich kümmere mich drum. Geranimo! Waaah! Sag ich doch. Untergrund-Tempel. Gut. Hier sieht es jetzt wirklich kalt aus. Uiuiuiuiuiuiui. Und es ist rutschig. Und es ist so rutschig. Ui. Okay. Ah. Da habt ihr euren normalen Goombas. Die ich jetzt auch tatsächlich übernehmen kann. Fantastisch. Wir rutschen keinen Millimeter mehr weg. Genau. Weil ähm. Warum eigentlich? Weil Goombas rutschfeste Schuhe anhaben? Weiß nicht genau. Was der Grund dafür ist. Aber das ist jedenfalls die Special-Fähigkeit der Goombas. Sie können nicht rutschen. Ähm. Na gut. Das ist eine Special-Fähigkeit der Goombas. Sie haben noch eine andere. Das gucken wir uns dann gleich an. Allerdings. So. Was geht hier? Nicht viel. Zumindest für den Moment. Oh. Die sind jetzt dauerhaft aktiv. Ja. Das ist ja eine herrliche Idee. Ne. Das ist eigentlich eine selten dämliche Idee. Ha. Lups. Lups. So. Das ist nämlich die weitere Special-Fähigkeit der Goombas. Sie können sich stapeln. Und damit eine riesige... Was auch immer bilden. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel mal so mache. Und dann mal so mache. Dann ist dieser Goomba-Haufen auf einmal noch viel, viel größer. Und... Dann sollte es eventuell möglich sein. Ui. Ach, scheiße. Dann sollte es eventuell möglich sein, dass ich jetzt hier oben den Mond bekomme. Ja. An der Spitze des Goomba-Turms. Hup. Hup. So. Das war jetzt aber noch nicht fertig. Weil wir wollen ja auch noch die Münzen dort haben. Ups, die Dups. Ich liebe die Goomba-Stapel. Ja, es sieht schon witzig aus. Dup, dup, dup. Alle kleinen Münzen dieser Welt. Das Zittern erinnert mich an das ängstliche Zittern von Luigi. In Luigi's Mansion. Da hast du recht. Sehr ähnlich. So. Tschüss, Goombas. Und jetzt? Oh, aha. Der hatte einen Hut auf. Äh, jetzt machen wir so. Und dann irgendwie so. Und dann habe ich so... Mal ganz nebenbei das hier erspielt. Also wir hätten jetzt auch ganz normal geradeaus durchgehen können. Aber... Hey. Warum nicht einfach mal hier oben gucken, was geht? Kann ja nicht so schrecklich verkehrt sein. Dups, dup, dups. Oh. Sieht jetzt erstmal... Nicht so blöd aus. Hallo, Schatztruhe. Aha. Nein, Hering ist nett. Ja, Hering ist sehr nett. Ein Mond für dich. Schatztruhe im Untergrund. So, dann springen wir einmal hier herüber. Und schon haben wir uns den ganzen... Quark hier in der Mitte erspart. Was jetzt auch nicht sonderlich schwierig gewesen wäre. Da mit dem Kugelwilli durch. Aber ist egal. So. Und weiter geht's. Tiefster Untergrund. Hier war der Ring drin. Der Ring der Einheit. Das Symbol... Ewiger Liebe. So oder so ähnlich. Na, was könnte das hier bloß sein? Ich weiß ja nicht. Sieht ja zum Glück gar nicht aus wie eine Boss-Arena. Wo ist der Ring hin? Hast du den Ring gestohlen? Ja, natürlich. Ich bin der Einzige, der dafür in Betracht kommt. Offensichtlich. Autsch. Ha. Äh. So. Faust übernommen. Und... Bäm. Nimm dies. So, das ist das ganze Konzept des Kampfes. Jetzt muss ich das nur noch eine Weile so durchziehen. Ich fand den Boss übrigens nicht so einfach. Als ich den das erste Mal gemacht habe. Kann aber auch in mir gelegen haben. Hup. So. Faust genommenst. Und... Perfekt. Der Ring ist in seiner Nase. Das ist ein anderer Ring. Das ist aber auch so irgendwie... Wie man sich so einen typischen Nintendo-Boss-Gegner vorstellt, oder? Großes Gesicht. Mit zwei Händen. Und dergleichen. Irgendwie... Das kommt einem jetzt nicht so... Super innovativ vor. Aber es erfüllt seinen Zweck. Autsch. Okay. Links, rechts, geradeaus. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Fortsch. Guten Abend, Papa. Mein Mein. Düp, 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 düp. Und ich merke, dass ich tatsächlich wohl ein bisschen... schneller spielen muss, unter Umständen. Es ist schon 20 vor 8. Und wir sind noch nicht mal aus Weltzweifels. Naja. Äh. Ein Multimond für dich. Yay. Aber gut, wir hatten auch eine kleine Internet-Pannenpause. Puh, so heiß. Aber das war ja der Sinn der Sache, was? Bleiben wir dran und knöpfen uns Bowser vor. Haben wir genug Power-Monde, um ins nächste Land zu reisen? Das kannst du überprüfen. Wirf mich auf den Globus. Ja. Und wir dürften mehr als genug Monde haben. Wie viele Welten hat denn das Spiel? Einige. Ich weiß, es ist gerade offen gesagt nicht. Aber es sind einige. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Davon sind manche Welten natürlich größer als andere. Aber, naja. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Oh, die Qual der Wahl. Was meinst du? In welches Land hat sich Bowser wohl verkrümelt? Seeland oder Forstland? Was wollt ihr zuerst sehen? Äh. Sagt Bescheid. V-Roll entscheidet sich für Seeland. Okay, dann gehen wir ins Seeland. So. Seeland, dann haben wir es hinter uns. Das Seeland. Gute Idee. Okay. Im Endeffekt sehen wir sowieso beides. Also, komplett egal. Schauen wir es uns einfach an. Ist ja auch völlig egal. Ja. Ja. Hm, hm, hm. Er ist ein führter Tiara und jetzt hat er auch noch den Ring der Einheit an sich gerissen. Und somit einen Ehering. Will der sich die gesamte Hochzeitsausstattung zusammenklauen? Offensichtlich. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp. Mützenzielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle den Pro-Controller dann erneut, um einen Mützenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Nächster Stopp. Seeland. Das soll ganz bekannt für seine Mode sein. Ach ja, ein berühmtes Hochzeitskleid. Das Schnixenkleid gibt es dort auch. Das Schnixenkleid. Natürlich. Ja, so eine Hochzeit kostet. Das stimmt. Je nachdem, wie man es drauf anlegt. Seeland. In Seelegant. Brudels über dem See. Brudel, Brudel. Die kleinen Hasen. Oh weh, die Brudels sind auch hier. Nein, wer konnte damit nur rechnen. So. Duptiduptidu. Woran erkennt man eine kleinere Welt? Man kann hier nur 50 der lila Mütze. Die Brudels sind auch hier nicht einsammeln. Von daher. So, hallo. Oh, sie müssen eine Schnixe sein. Oh, na hört. Die Handlanger des Ungeheuers sind hier völlig ungebeten durchgerauscht. Sie haben das schönste Schnixenkleid unseres Landes gestohlen. Fürchterlich. Das können sie doch nicht einfach so machen. So. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Brudels über dem See. Hallo. Da wieder jede Menge Goombas. Die auch hübsche... ...ja... ...Schleier tragen. Oh, was haben wir denn da? Ah, ein Teaser. Das darf ich noch gar nicht sehen. Äh, schnell zurück. So. Sie haben die Treppe zum Aquagrund zerstört. Ja, das ist sehr schlimm und schrecklich, weil... ...jetzt kann ich hier nicht abkürzen. Äh, kann ich eigentlich... Ah. Ja, das kann ich machen. Das ist cool. Ups. Ich finde übrigens das Schwimmen ein bisschen ungewohnt. Also es funktioniert. Aber irgendwie ist es trotzdem anders als sonst. Weil um abzutauchen, muss ich einfach nichts drücken. Und nur dann taucht Mario. Erst wenn ich Knöpfe drücke, dann schwimmt er wieder nach oben. Das ist irgendwie seltsam. Das fühlt sich seltsam zumindest an. Upsa. Äh. Hilfe. Hä? Äh. Okay, hat funktioniert. Und guten Abend, Vincent. Ein Mond für dich. Notenjagd im kühlen Nass. Okay. Direkt hinter mir durch geht's zum Aquagrund. Okay, schön, dass du uns das mithaltst. Oh. Oh, hier gibt's noch ein paar Schätze. Die hast du natürlich nicht erwähnt, ne? Ist klar. So, jetzt sind wir ein, äh, ein Reißverschluss. Warum auch nicht. Es müssen ja auch nicht immer nur Gegner sein oder so, ne? Okay, jetzt ab. Ins kühle Nass. Und tief nach unten. Gib auf die Stachel in Acht. Unter Wasser Action. In der schönen Welt. Ist es nicht entspannend? Ist es nicht wunderschön? Irgendwie ja schon. Ein Mond für dich, Schatz im stacheligen Wassertunnel. So schrecklich viele Monde müssen wir auch gar nicht einsammeln. Oben links sieht man's ja auch immer. Also mir fehlen jetzt noch sechs Monde im Endeffekt, damit ich dann die auch wirklich die nächste Welt ansteuern kann. Das sollte sich irgendwie nebenbei organisieren lassen. Oh, und kleinen Cheepcheeps. Hallo. Nur echt mit Schnurrbart. So. Tauchen, auftauchen. Ist klar. Fische müssen nicht auftauchen, um Luft zu schnappen. Das ist vollkommen richtig. Fische haben ein echt gutes Leben. Cheep-Cheep-Wechsel. Links, rechts, links, rechts. So, mal gucken, ob wir alle Monde finden. Oder ob das total egal um Bananen ist. Dupst, 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 dupst. Achso. Hier, Fischileien. Ja, ja. Put, put. Plups. Hi. Ich dachte eigentlich, dass sie dann dazu was sagt. Hä? Die Handlanger vom Ungeheuer sind mir ein Graus. Sie haben unser geliebtes Schnixenkleid gestohlen. Ach so. Kann sein, dass ich ihre Quest in Anführungszeichen erst machen kann, wenn die Brudels sich verdünnisiert haben. Dann wäre es nämlich theoretisch so, dass ich ihr ein Cheepcheep zeigen soll. Hoppe Hoppe Dory. Und ja, den könnte ich halt auf die Art und Weise organisieren, so wie ich es jetzt gerade schon gemacht habe. Fischseine, ja Fischseine, das stimmt. Die Spielbahn Cheepcheeps werfen die Unterwasserwelten erheblich auf. Ja, macht schon Spaß. Das stimmt. Weihnachten war auch die Zeit vor einem Jahr, wo ich mit der Heringen-Community angeschlossen habe. Es war auch gleichzeitig die Zeit, wo ich den ersten Hering-Stream gesehen habe. Das war Weihnachten. Okay, cool. Das freut mich irgendwie. Und dass ich nach einem Jahr immer noch hierher führst. Aber zumal. So, was haben wir hier? Jede Menge bösartiges Unkraut. Das immer wieder aus dem Boden emporwächst. Egal, wie oft man das besiegt und vernichtet. Deswegen möchte ich mich damit nicht weiter befassen. So. Okay, einmal noch so. So, wo ist der letzte Mond? Gute Frage. Da ist der Mond. Ha! So einfach geht das. Hey, du kannst hier drinnen atmen. Verschwinde. Ja, ja, ich verschwinde schon. Die checken das mit den Verkleidungen leider nicht immer so richtig. Die denken dann, ich bin wirklich ein Feind. Ich weiß, Vincent. Ich weiß. Aquagrundeingang. Daran erinnere ich mich noch gut und gerne. Auf der nächsten Etage ist ein Schaufenster mit wunderschöner Auslage. Ach, wie herrlich. Ich muss immer noch an fröhliche Weichnachten denken. Das ist ja nun wirklich sehr lange her. Sehr, sehr lange. Aber ja, stimmt. Vor einem Jahr waren wir noch auf Hitbox. Jetzt mittlerweile halt Twitch. Oh. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm diese als Belohnung. Unser geheimes Kämmerlein. Dieser Ort ist unser kleines Geheimnis. Hihihi. Okay. Geheimnis. Opsala. Hä? Hä? Ah. Auch dieser Ort ist offensichtlich ein kleines Geheimnis. Jede Menge Schotter haben die Schnicksen. Pollywainkeks. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß. Ich weiß. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Überraschung in der Bröckelsäule. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn. Finde ihn. Chipperie. Chippy. Äh. Nicht Chippy. Cheap. Also der Papagei kann einem nochmal zusätzlich Hinweise geben, wo man eventuell Monde noch finden kann. Der Shop ist eine Etage weiter oben. Darüber existiert noch eine weitere Ebene. Wie du da hochkommst, genauso wie überall hier, in dem du schwimmst. Ergibt total viel Sinn. Schwimmen, schwimmen. Aquagrund-Schaufenster. Oh. Wie komme ich denn geschickt da ran? Vielleicht so. Hä? Hangeln. 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 Hi. Wenn du den weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Reisender, du bist überhaupt nicht fürs Schwimmen gekleidet. Sehr schade. Hier wurde also bisher das Kleid ausgestellt. Hm. Wir hatten hier einst ein herrliches Schnixenkleid im Schaufenster. Aber dann hat dieses Ungeheuer es gestohlen. Er hat den größten Schatz unseres Landes einfach geklaut. Das muss ein unfassbar cooles Kleid gewesen sein. So, wir können einkaufen. Yay. Wie wär's mit neuen Klamotten? Herzlich willkommen. Münzen sind in... Ja, das weiß ich doch. Kann ich dir weiterhelfen? So, wollen wir Schwimmbrille und Schwimmer-Outfit tragen? Vielleicht. Wir können uns sogar gerade kaufen. Also. Warum denn nicht? Wäre in jedem Fall passender für diese Welt. Vielen Dank. Achso, nein. Ja. Und sonst muss ich es dann vielleicht auch gleich anziehen. Schwimmbrille und Poncho. Auch ganz toll. So. Hier zum Schrank kann ich gehen. Und hier kann ich mir die ganzen Outfits dann nochmal aussuchen. Was ich schön finde, ist, dass er mit den Schwimmflossen immer noch genauso behende läuft wie ohne. Aber, ne? Aber, nun ja. Wäre ja auch irgendwie doof, finde ich. Unser kleiner Pummel-Klempner. Mit Klempner. Wenn du den weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, mussten wir in Schwimmer gekleidet sein. Reisender, so kannst du problemlos schwimmen gehen. Herein spaziert. Ihr Kinderlein kommt. Okay. Ihr mögt das Schwimm-Outfit offensichtlich gar nicht. Es ist ja auch eine kurze Welt. Passt schon. Unpassend gekleidet. Nicht mal dem Spiel gefällt das Schwimm-Outfit. Södele. Äh, joa. Jetzt habe ich hier jeder mit dem Kram gemacht, aber ich habe mich um das Hauptproblem, nämlich die Brudels, immer noch nicht gekümmert. Ach so. Wir kennen auch... Warum so ungefähr? Du gelangst durch den Schacht hoch auf das Dach. Ja. Ah. Und wie kommen wir dort hoch? Indem ich zum Beispiel diesen Knopf drücke. Ein Unterwasserfahrstab. Okay. Coole Sache. Ach so, kommt man schnell wieder hoch. Wenn man irgendwie aus solchen Gründen auch immer runterfallen sollte. Interessant. Bin ich jetzt irgendwie dusselig? Wo ist der Mond hingegangen? Äh. Äh. Entweder war ich jetzt sehr unaufmerksam, weil ich so halb in den Chat geguckt habe, oder... Wo ist denn der Mond hin? Er hat jetzt gerade irgendwas verrafft? Wo ist der denn hin? Leute? Ach, da hinten. Okay. Oder ist er das? Andere Seite. Gut. Gut, dann muss ich der sein. Uh. Na. Okay. Passt. 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 Ja. Was ist wohl in der Kiste? Gut. Dann haben alle Monde eingeheimst. So. Und... Ab geht es zu den Broodels. Tidum. Bohoho. Du bist zu spät. Wir haben unser Schnixenkleid schon unter den Nagel gerissen. Es passt sogar zum Frack vom Chef. Du willst es zurück? Schmink es dir ab. Das behalten wir. So. Hallo, langer Lulatsch. Äh... Uh, wie bist du so drauf? Okay. Ah. Wuhu. So habt ihr euch das vorgestellt. Alles klar. Okay. Boing, 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 boing. Wow. Okay. Äh... Nein. Irgendwie nicht. Irgendwie schon. Aber im Moment hat mich der Hase an Kung Laos Monde gekommen, bitte erinnerst. Okay. Oder Goofy. Auch gut. Wetten, dass wir beim nächsten Mario Kart nicht die Kooperlinge, sondern die Brutals als Fahrer haben werden. Dann wäre es ja zumindest nur vier oder fünf, wenn wir den ganz großen, dicken Hasen noch mit eingerechnen. Wir kommen zurück in das Trim, Mayhem. Geht halt so. Vom Verpassen her. Ein Multimond für dich. Brutals über dem See. Ich sorge mich um Tiara und Peach. Wir müssen schnell hinterher. Ja, in der Tat. Also es gäbe jetzt noch einiges. Ihr seht, die Treppe ist jetzt zum Beispiel auch repariert hier. Es gäbe jetzt noch einiges, was man hier in der Welt machen könnte und so. Aber ja, wir haben schon genug Monde. Wir können direkt ins nächste Land reisen. Das ist der Wahnsinn. Die Odyssee ist leistungsfähig. Und es lohnt sich durchaus, in die Welten da nochmal reinzugehen, wenn man quasi die Haupt-Quest-Reihe der jeweiligen Welt abgeschlossen hat. Weil dann haben sich hier und da eben so ein paar Dinge verändert. Gibt neue Plattformen, gibt neue Bewohner, mit denen man sprechen kann und so weiter und so fort. Also da kann man dann schon noch ein bisschen was entdecken. Wir können jetzt ins Forstland reisen. Vielleicht ist Bowser ja dort. Aber gerne doch. Ab ins Forstland. Seht ihr? Das Seeland war super schnell abzuschließen. Alles. Kein Problem. Wer kommt denn auf die glorreiche Idee, eine Hochzeit mit einem gestohlenen Kleid zu feiern? Wie geschmacklos. Lass uns diesem Scheusal ein paar Manieren beibringen. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tu folgendes. Bewege den Po-Controller ruckartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Unser nächstes Ziel ist das Forstland. Da soll's ein riesen Gewächshaus voller Blumen geben. Außerdem gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. Wow, nett. Okay. Bowser ist in den Wald gegangen, um Blumen zu klauen. Naja. Forstland. Robo-Hein. Robo-Robo. Fahrt zum Himmelsgarten. Eine Hochzeit mit einem gestohlenen Kleid zu feiern, ist geschmacklos. Aber eine Hochzeit mit einer gestohlenen Braut ist okay. Die Braut, die sich nicht traut. Warte mal, hörst du das? Nein. Noch höre ich fast nichts. Ich kann mich vor lauter Aufregung nur noch wie verrückt im Kreis drehen. Bzzz. Ein Handlanger des Ungeheuers stibitzt unsere Blumen. Unerhört. Ein unidentifiziertes Objekt ist vorbeigeflogen. Hallo Shop. Leider habe ich noch keine Münzen. Aber gucken wir uns mal an, was wir uns hier kaufen können. Ein Abenteurerhut oder Labor-Outfit. Also Abenteuer-Outfit oder Labor-Outfit. Ja. Überleg dir schon mal, was wir haben wollen. Jetzt im Folgenden muss ich aber erstmal die Münzen dafür sammeln. Wuhu. Dupdi-dupdi-dup. So lange muss ich jetzt leider noch in Schwimmklamotten. Hier durch den Wald heizen. Hier ist natürlich ein recht zweckmäßiger Kontrast. Also auf der einen Seite haben wir halt hier die blühende Natur. Und auf der anderen Seite die technophilen Bewohner. Das sind halt Roboter. Mein Gott. Ähm, ja. Ist halt so. Komischer Fels, oder? Ja, sehr komisch. Leider kann ich damit noch nichts machen. Dupdi-dupdi-dupdi-dup. So, was haben wir hier? Nur ein paar Münzen. Also schon mal deine Mütze gegen die Stereoanlagen geworfen? Weiß ich nicht. Bestimmt. Vielleicht. Keine Ahnung. Soll ich es ausprobieren? Foto von Hinweiskunst schießen. Wir sehen einen Koopa mit einem Sombrero. Und wir sehen ein blaues Kreuz und Büsche. Ja, das ist irgendein Hinweis für irgendeinen Mond. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich den Mond schon mal gefunden. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau. Also ihr seht, die Welten funktionieren auch so ein bisschen übergreifend. Und es gibt auch in den Welten selbst verschiedene Durchgänge, die dann in andere Welten wiederführen, wo man dann auch wieder jeweils den Mond bekommen kann. Oh. Okay. Oh, merke ich auch jetzt. Ja, ist ja cool. Wenn Mario in der Nähe der Stereoanlage steht, dann fängt er an zu tanzen. Yay. Awesome. Und das mit Käppi sieht total verrückt aus. Dance, move, dance, move. Und je nachdem, wie schnell die Musik ist, ist ja geil. Dann bewegt er sich auch entsprechend. Okay, das ist witzig. Echt witzig. Guten Abend, Armandur. Ähm. So. Hallo. Alterwürdige Sphinx. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was ist es, das das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Wasser, Holz, Blumen, Erde. Captain Planet. Ach, ne. Ähm. Blumen. Ja. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Wehren sie uns bald wieder. Bei Sphinx Enterprises. Okay. Upsi. Äh. War hier nicht eigentlich auch... Ne, noch nicht. Aber dort oben ist irgendwann mal ein Mond. Bau so an sein Holz. Ja. So. Und jetzt fängt's auf. So richtig mit der Musik an. Hier in dieser Welt. Überlass das Gift mir. Aber gern doch. Ja, das ist ein bösartiges Fui-Fui-Gift. Da sollten wir lieber nicht reingehen. Aber wenn wir Käppi werfen, dann können wir das Gift relativ schnell vertreiben. Eisenbergstraße Zugang. Oh, können wir unten bleiben. Ein paar weitere... Ups. Dieser Ding saß. Einsammeln. Juhu. Jetzt nur noch mal so für mich. Mich würde irgendwie interessieren, wer von euch hat denn jetzt Super Mario Odyssey tatsächlich sehr ausführlich gespielt? Und wer von euch hat Super Mario Odyssey bis hierhin eigentlich noch gar nicht gespielt? Also für wen zeige ich jetzt hier komplett was... Was komplett Neues. Sag mal, sehe ich etwa wie Pflanzenfutter aus? Okay. Bösartige Piranha-Pflanzen, die Gift spucken. Aber wenn sie das Maul voll haben, dann können sie auch hin. Hier gibt's dann. Ups, ups. Oh, oh, oh. Oh, oh. So. Was ist hier? Gar nichts ist hier. Was heißt ausführlich? Joa, durchgespielt? Nicht alle Monde. Aber so von Anfang bis Ende halt. Von Anfang bis Abspann. Wee. Oh. Hallo. Yay. Sehr ausführlich gespielt. Sehr ausführlich gespielt. Auf dem Weg zu 100%. Bis auf das Bonuslevel. Noch nie gesehen. Da ich auf deine Vorführung gewartet habe. Das ist nett. Ich kenne das Spiel offensichtlich nicht. Noch gar nicht. Nah an 100%. Ausführlich gespielt. Ich noch gar nicht. Durchgespielt und gespeedrunnt. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Doch. Aber noch kein Bonuslevel freigeschaltet. Okay. Also im Endeffekt haben wir die ganze Bandbreite momentan im Chat. Das ist sehr schön. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und freut mich natürlich, dass einige von euch dann sich jetzt tatsächlich das Spiel das allererste Mal bei mir angucken. Ja, dementsprechend ist es fast schon schade, dass ich dann euch heute eben nicht alles zeigen kann. Sondern nur quasi ein Bruchteil. Also halt das Übliche, was man so machen muss, um zum Abspann zu kommen. Wie gesagt, das Spiel hat durchaus noch ein bisschen mehr Content. Jetzt dann eben die Frage, wie weit man es dann treibt. Weil ihr werdet ja vielleicht auch gehört haben, dass in dem Spiel sehr, sehr viele Monde zu finden sind. Und meint es hier, Leute sind halt doch der Meinung, dass es eventuell zu viele Monde sind. Aber gut. So. Jetzt hier sind kleine, ich weiß nicht, Zwiebelgegner oder so. Ihr seht schon, die haben eine total tolle Fähigkeit. Wir können uns strecken und dann so eine lustige Vorwärtsrolle machen. Hui. 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 Und dann können wir zum Beispiel hier solche Blöcke finden. Und kaputthauen vor allem. Hui. Und dann irgendwie muss ich uns auch hier so durchqueren. So. Was ist das hier? Weiß man noch nicht. Münzen gibt es hier. Ich komme wieder, keine Frage. Ich gucke es nur, weil du gerade streamst. Ich hätte auch zuguckt, wenn du das anderes geschwindet. Okay, alles klar. Gut. Die Dom. Naja. Das war auch kein absoluter Masterplan, heute Mario Odyssey zu spielen. Das wären noch einige andere Kandidaten in der Pipeline gewesen. Aber jetzt machen wir es halt. Und jetzt erfreuen wir uns einfach an diesem wundervollen Spiel. Und ich selber merke auch, also es ist jetzt kein Krampf oder so, das nochmal zu spielen. Weil im Endeffekt kenne ich es ja schon. Nö. Im Gegenteil. Das macht einfach Spaß. Spielt sich schön fluffig. Ist auch einigermaßen flott. Also so, dass da glaube ich, da entsteht halt nicht viel Leerlauf dazwischen. Würde ich mal so sagen. Das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man sich schnell langweilt. Weil sich halt alles wiederholt und wiederholt und wiederholt. Zumindest wenn man es wirklich nur so spielt. Also nicht die 100%-Warnung. Oh. Eine wandelnde Silberzwiebel. Dem Ding wachsen Gurken aus dem Hintern. Packe es an ein Glas mit Essig. Okay. Blumendiebe im Himmelsgarten. Wir hätten ja auch Donkey Kong spielen können. Ja, das kommt aber wahrscheinlich eher als nochmal das Let's Play-Gedienst. Astrein, damit kommen wir rüber. Ich mag diese Blumenpfade total. Die sich übrigens, ja, so ein bisschen auflösen, wenn man zu lange braucht. Sollte man eventuell mit einplanen. So, bei diesen ganzen Verschwindibus-Plattformen. Dann merkt man vielleicht so ein ganz klein bisschen. Oder zumindest ein wenig der Schwierigkeitsgrad jetzt auch schon ansteigt. Hab's ja da. Aha. Die Nuss auf der Turmruine. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es ist nur etwas deprimierend, wenn ich mich mit dir vergleiche. Nein, darfst du nicht, darfst du nicht machen. Außerdem, als ich das das allererste Mal gespielt habe, da habe ich mich hier und da auch sehr, sehr dumm angestellt. Das gehört bei so einem Spiel, glaube ich, einfach noch dazu. Im Inneren des Himmelsgarten-Turks. So, ah, Münzen. Wollen wir uns die Münzen noch? Wir holen uns die Münzen noch. Hui. Hauptsache. Diese Zwiebel-Monster sind wie total. Fähigkeit ist klasse. Die im Turm gepflanzte Nuss. Wow. Wee. Ach so. Das wird jetzt mal draus. Ah. Und da drüber, kreuz und quer. Das ist doch mal gar nicht schwer. Hui. Hier irgendwas? Ah. Noch ein Mond. Die Musik ist interessant. Joa. Ist irgendwie. Hat einen guten Beat. Ist schön eingängig und so. Und macht Spaß einfach. War fast. Himmelsgarten-Turm. Hopp. Wihuuu. Zu spät, ihr Dummköpfe. Wir haben das Blumenarrangement längs geklaut. Und jetzt macht Platz, damit wir auch die restlichen Blumen mitnehmen können. Jetzt haben wir übrigens alle vier Hasen durch. Also, gleich. Quasi. Iiiiih, der spuckt ja. Was bist du denn für ein ekelhaftes... Was? Ah. Okay. Ich war jetzt gerade irritiert. Der hat sich nicht so verhalten, wie ich es wollte. Hauptsache. Okay. Okay. Kommisch, warum konnte ich ihn nicht eben gerade so locker leicht aufhalten und dann jetzt im nächsten Moment nicht. Egal. Er ist ein Hase vom Typ Gift. Offensichtlich. Pokéball, los! Mario, nur echt mit Schwimmreifen. Da warst du draufgesprungen. Achso. Blumendiebe im Himmelsgarten. Wäre es eigentlich nicht eine sinnvollere Reihenfolge für Bowser gewesen, zuerst alles für die Hochzeit zu klauen und dann die Braut zu entführen? Ja. Vielleicht. Geheimes Blumenfeld. Fahrt. Hm. Es geht hoch hinaus. Ist da oben eben was gelandet oder habe ich mich verguckt? Die Handlange des Ungeheuers stibitzen wieder unsere Blumen. Ein weiteres unidentifiziertes Objekt. Was soll nur aus Blumen? Blumen, Blumen. Achso. Oh. Ah. Ja gut. Das sind so... Beschleunigungsblumen. Haben den selben Effekt wie wenn... Oh, ein Hase. Los, töten wir ihn. Hasen sind offensichtlich die ultimativen Feinde in diesem Spiel. So. Bam, bam. Ha. Okay. Quasi getötet. Hoppildihop im Wald. Äh, ja. Diese Blumen haben den selben Effekt wie wenn Yoshi irgendwie eine Chili-Schote frisst oder so. Ja gut. Also wir können uns jetzt momentan nur das Abenteurer-Outfit komplett leisten. Deswegen kaufen wir uns das einfach mal. Aber dann laufe ich wenigstens einigermaßen ansprechend hier durch die Gegend. Und schon sehen wir aus wie ein richtiger Forscher. Das ist doch mal toll. Okay. Stammsgemäß gekleidet und auf geht's. Die Handlanger des Ungeheuers dürften auf keinen Fall das geheime Blumenfeld ausfändig machen. Der Zugang ist dort vorne. Anbe wagen es nicht uns ihnen alleine entgegenzustellen. Wir brauchen Hilfe. Blöp, blöp. Ah. Oh mein Gott. Auf einmal haben wir Battalion Wars. Äh. Cut out. So. Bitte mehr Panzer-Action. Panzer in Videospielen können nicht viel verkehrt machen. So. Mit dem ollen Panzer können wir hier alles mögliche kaputt hauen. Können wir das Ding nicht einfach abschießen? Ja genau. Wir können nämlich auch dieses Dreck- und Lehmklumpen einfach beiseite ballern. Und... Ja. Weiter kommen wir leider nicht. Weil der Panzer sich nicht weiter nach oben fortbewegen kann. Ähm. Hier hinten können wir theoretisch... Uppsala. Mal gucken. Genau. Okay. Irgendwie ein paar Items sein müssen. Ups. Ups. Zicke zacke rechts herum. Zicke zacke links herum. Zicke zacke. Schnell hier raus. Boing boing boing. Tchö. Schnell her. Tschö. Und schönen Abend. Und frohe Weihnachten machen. Kann man nicht eine Braut passend zum Kleid klauen? Der Brauser hat ja gewisse Ansprüche, beziehungsweise er weiß ja genau was er will, das ist ja die Sache. Es gibt nur die eine für ihn. Nur die eine. Gefahr, Gefahr. Wie, Gefahr, Gefahr. Ich merke, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Äh, Moment. Hier fehlt doch irgendwas. Wie kriege ich das denn, was hier fehlt? Zieh am Hebel und erhalte einen Samen. Achso. Gut. Samen. Ah, das wollte ich. Ein großer, großer Rack. Die hat uns irgendwie nach oben katapultiert. Ladestation im Robo-Hein. Hier holen die lieben kleinen Roboter sich neue Energie. Achso, solche Raketen gibt es auch nochmal wieder in den Leveln. Die kann ich auch kapern, weil mich damit so neue Abschnitte befördern. Und schon bin ich hier. In einem absolut nebeldurchfluteten, was auch immer Level. in dem man die Hand vor Augen nicht mehr sieht. Buh. Ist das komisch. Duselig. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Ich glaube, die Musik aus dem Wald wird auch zu einem extrem chilligen Strand- und Surflevel passen. Ja, stimmt schon. Irgendwie. Hui. Ah. Kapern. Paragumbas. Paragumbas? Paragumbas. Ups. 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 Okay. Das hatte bei mir damals auch ein bisschen länger gedauert, bis ich den gefunden habe. Die Kameraperspektive hat sich verstellt. Das blöd. Ups. 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 Bin ich safe? Ja, ich bin safe. War das jetzt aber der Einzige? Ich bin mir gerade nicht sicher. Spaziergang im Nebel. Es könnte durchaus sein, dass hier noch ein Mond versteckt ist. Ja. Genau. Es wirkte doch gleich so. Im Nebel versteckte Nuss. So. Jetzt aber. Plupp. Und weg. Dü, 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 dü. Ich glaube die Musik aus dem Wald wird auch zu einem extrem chilligen Strand. Ja, nee. Hatte schon gelesen. Vergiss nicht die Toads. Hm. Hering findet sie alle. Schnappt sie dir alle. Danke für die Aufladehilfe. Bei dem Mond habe ich mich auch so gefragt. Moment, was wollten sie mir jetzt damit sagen? Ja, war wohl ein bisschen zu leicht. Lade, Vorgang, Lade, Vorgang. Bitte beeile dich. Das ist hier so eine Art Robotoilette. Ne, die laden sich ja auf. Muss bald aufladen. Die armen Kerle. So, was haben wir hier? Achso, ja. Mehr Goomba-Action. Ah, Moment. Wobei. Klopp. Ein paar kleine Mäste. So, einmal so. Einmal so. Jetzt versuchen wir nämlich gleich, eine wohlgeschätzte Goomba-Dame zu beeindrucken. Und wie machen Goombas das? Auf die Größe kommt es an. Ei, Süße. Na? Willst du mit uns allen gehen? Offensichtlich ja. Die Frau ist begeistert. Romanze in den Waldruinen. Und ich hüpf' hier nicht auf den Kopf. Okay. Lass mal gut sein. So. Die Dame ist verschwunden. Die Goombas bleiben alle Solo. Für den Rest ihres Lebens. Es ist traurig. Mehr Passer-Action. Uh. So. Wo war denn hier was? Ich glaub da so. Ja, ja, genau. Das ist ein Kuss. Schade. Dann ist ja einfach mal alles Freisprung. So. Wuhu. Angeblich sind die Bieste ja sowieso weder männlich noch weiblich. Gibt es eigentlich auch wieder Yoshi hier? Wer weiß. Ich sage nichts. Gipfelfahrt. Wer diese Steigung zu steil sein sollte, kann dir vielleicht eine Blume ein bisschen Geschwindigkeit verleihen. Das ist ein total cooler Tipp. Blumen-Action. Au. Achso, hier ist wieder ein Bonus-Abschnitt. Den ich eigentlich gar nicht machen muss. Machen wir trotzdem. Wir können mal kurz rein und gucken. Wir haben doch Zeit. Ist doch alles in Ordnung. Wir haben ja auch. Wir haben ja keine Blume. Ein Schuss ins Blaue. Der einen blauen Mond zutage gefördert hat. Der einen blauen Mond zu Tage gefördert hat. schon zutzt sich mario wieder irgendwelche drogen rein ach so die blumen ne gut ne eigentlich ist die blumen ja nicht sondern die blume wird irgendwie an seinem körper befestigt oder so und stößt dann diese diesen powervollen atem aus zu viel feuer zu viel feuer ist ungesund man könnte jetzt direkt auf den schalter stellen oder man versucht erst mal irgendwie nach oben zu gelangen damit man sich die mütze holen kann so dachte ich zumindest ja voll ist glaube ich nicht so verkehrt kappi zieht sich in blume rein oder so dann ist kappi der übeltäter oh allein schon auch diese die verwandlung in den panzer oder auch einige andere verwandlungen und so das hat schon es hat schon sehr viel irgendwie von banjo und banjo kazooie beschränkt sich eher banjo tui da wurden die ganzen verwandlungen von mumbo ne von mumba ja auch immer verrückter und man konnte immer mehr komischen kram machen der nicht mehr ganz und gar nicht mehr so ganz jump run typisch war also die ganzen shooter passagen und dergleichen da sehne mich teilweise eben auch so ein bisschen daran so wenn ich jetzt hier ein bisschen gut springe dann ja müsste das passen das geheimen blumenfeld liegt da vorn bitte behalte seine position für dich okay ich werde nichts ausplaudern absolut rein gar nichts mehr panzer mehr großartige feinde weil hier in der ecke oben ist energiebar hier die ich schon habe ist da sonst noch was hier? nein dann dann gehen wir zum geheimen blumenfeld wo mit bombigen bandagen gekämpft wurde wo wir jetzt mal hier machen mussten scheint ja ruhig die glas klappen und fadda aus ja hm ein mond für dich geheimes blumenfeld fad aber sind wir damit fertig? bestimmt noch nicht ganz denn hier geht es ja auch rein ja verteidige das geheime blumenfeld ja es gab in paper mario auch weibliche toads vor to dead aber in späteren paper mario teilen sind sie ja irgendwie dazu über gegangen den toads ihre komplette persönlichkeit zu rauben und dann sind sie wieder zum einheitsmodell übergegangen dass es halt in tausendfacher anzahl gibt Geheimes blumenfeld Eingang Juhu was irgendwie schade ist oh was bist du denn? saugst du alle blumen ein? das kann ich nicht erlauben und bitte so Bosskampf ausnahmsweise gegen keinen Hasen Blumen, Blumen, Blumen muss alle Blumen haben leg dich nicht mit mir an zwei weinen so in dem Bosskampf finde ich eigentlich ziemlich cool so erstmal müssen wir seine komische Barriere ausschalten indem wir die blauen Kugeln kaputt machen die sich innerhalb dieser Steinkästen befinden so dann dreht er sich nämlich um dann können wir ihn so attackieren und das war dann ein Treffer so und dann macht er den Kram hier wo wir mit unserer Zwiebel dann immer wunderschön drüber springen müssen so oh ja gibt es auch in verschiedenen Variationen was die Höhe angeht und dann startet die ganze Geschichte irgendwie von vorne so zwischenzeitlich bewegen sich die Steinkästen auch mal minimal ups zu das sieht wirklich wieder etwas zu leicht aus wenn ich das jetzt gerade mache aber wie gesagt ich fand den Bosskampf eigentlich ziemlich cool Ich fand es halt schön, dass man den als Zwiebel machen darf. Okay. So. Und. Tschüssikowski! Okay. Okay. So. Okay. Okay. Multimond. Verteidige das geheime Blumenfeld. Mehr als geglückt. Mario muss so einen Dickschädel haben. Oder ständig Kopfschmerzen. Oder das. Das mag durchaus sein. Hm, es duftet nach Blumen. Oh, und jetzt ist alles toll im Forstland. Vielleicht. Man weiß es nicht genau. Tanken wir erstmal ein paar neue Monde. Und dann geht's ab. Also. Weiter. Weiter. Mein ich. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Wir haben noch nicht einmal, ihr wisst schon. Oder vielleicht auch nicht wen getroffen. Die Odyssee. Ja. Mal zu Pause. Wir haben genug Energie um Cityland zu reisen. Überqueren wir das weite Meer. Cool. Auch aus zig Trailern natürlich bekannt. Das Cityland. New Donk City. Ja. Gucken wir mal, wie es da so aussieht. Also. Auf, auf. Da waren die meisten Leute ja immer sehr skeptisch. Wie soll das nur. Wie soll das nur funktionieren. Also. Eine Stadt mit echten Menschen. Und das noch mit Mario. Und bla und bli. Es erinnerte irgendwie an Sonic Adventure. Und man weiß nicht, ob man sich gerne daran erinnert hat oder nicht. Aber gucken wir es uns mal an. In diesem Blumenarrangement steckt so viel Herzblut. Wir müssen Bowsers üble Machenschaften beenden. Wo wir grad ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp. Mützenstoppwurf. Möchtest du einen Kistenstapel demolieren oder einen Fragezeichenblock wiederholt bearbeiten? Drücke und halte einfach Y, um deine Kopfbedeckung zu werfen und kreisen zu lassen. Deine Kopfbedeckung schwebt für einen Moment vor dir und dreht sich dabei. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Als nächstes sollten wir schon mal ein paar Informationen über das Cityland einholen. Bäh. Was war das denn? Na nu. Die Pläne haben sich geändert. Wir pfeifen auf Cityland und greifen Bowsers einfach direkt an. Die Pläne haben sich geändert. Die Pläne haben sich geändert und geschah nicht. Die Pläne haben sich geändert. Ich zeige, dass wir nicht bis Ja so kann es gehen. Schon haben wir eine neue Welt gefunden hier. Obwohl wir hier gar nicht hinwohnen. Wups. Plups. Und Plups. Okay Bowser. Mario, ich habe jetzt echt keine Zeit für dich übrig. Ich habe nämlich meine Hochzeit zu planen. Hast du auch nur die leiseste Ahnung wie stressig sowas ist? Nein, weiß er nicht. Weil Mario noch nie über eine Hochzeit mit Peach nachgedacht hat. Ich mag übrigens die Piranha Pflanzenblumen. Sieht so toll aus. Okay. Sieht leicht lächerlich aus, aber egal. An der Stelle übrigens war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ursprünglich hatte ich gedacht, dass es im Intro einfach nicht so richtig erwähnt wurde, weil das mit Cappy ja quasi erst danach kommt. Aber ich bin eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Bowser quasi auch einen Cappy hat. Also, dass sein Hut auch eine Persönlichkeit hat, nur eben eine böse Persönlichkeit. Aber das ist gar nicht so. Deswegen, das fand ich irgendwie ein bisschen doof. Hätte ich schöner gefunden, wenn Bowser das auch gehabt hätte. Aber nun gut. So, Kampf. Wuhu. Okay. Ah. So. Uh. Äh. Schlagen. Bäm. Nimm dies. Ah. Kannst mal sehen. Es gibt eben keine bösen Hüte. Ja, offensichtlich. So. Hut schnappen. Hut schnappen. Oh, oh, oh. Iiii. Und verkloppen. Und verkloppen. Perfekt. Er will doch auch nur Liebe erfahren. Ja, aber doch nicht mit meiner Freundin. Mit Marius' Freundin. Also. Wie schlimm ist das denn? Man kann nicht einfach die Prinzessin von einem setzen. Also. Weißt du was ich meine? Er geht nicht. Okay. Uh. Gut, dass er nicht auf die Prinzessin gefallen ist. Feuer. Hätte er auch gleich machen können. Aber gut. Ja. Soviel dazu. Mario. Soviel dazu. Mario. Verstehst du jetzt mit wem du es zu tun hast Mario? Tja. Verlorenes Land. Eiland Toxico. Ja. Äh. Ist wohl nix mit Stadt und so, ne? Jetzt sind wir irgendwo im Nirgendwo gelandet. Zumindest unser Outfit passt noch. Äh. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh nein. Die Odyssey ist fürchterlich zugerichtet. Wir brauchen Powermonde um sie wieder auf Vordermann zu bringen. An die Arbeit. Okay. Mit Monden lässt sich alles reparieren. In dieser Welt zumindest schon. Mitten irgendwo im Nirgendwo im Dschungel. Okay. Ich fand das Szenario jetzt aber tatsächlich einfach so herrlich. Dass man vom Wolkenmeer dann heruntergestürzt ist. Und dass man so gefühltermaßen wirklich in einem undurchdringlichen, undurchschaubaren, in einem geheimnisvollen Terrain gelandet ist, das einem komplett unbekannt ist. Und man weiß gar nicht, was hier so abgeht. Ob die Bewohner einem hier feindlich gesonnen sind oder nicht. Also das ist schon atmosphärisch irgendwie ziemlich cool. So, da ist übrigens der Schlüssel zu dem hier. Aber leider komme ich da nicht ran. Deswegen lassen wir das. Wow. In jedem Fall ist hier alles sehr, sehr tödlich. Schwimmen ist nicht. Mal gucken. Vielleicht werden wir im nächsten Spiel mal die Ex-Mrs. Bowser kennen. Ob es die wirklich gibt. Ich weiß ja nicht. Er ist so peach fixiert. Ich glaube in seinem Leben gab es bisher noch keine andere Frau. coat nichtはい guardians. Du kannst verstecken. Du du du. So. O, Hai. Na toll. Soviel dazu. Ja. Hilfe. Na toll. Unsere Kopfbedeckung wurde geklaut. Das einzige, was uns... Was soll ich sagen? Das einzige Item, das uns großartig weiterhelfen kann. Weil ansonsten kann doch Mario nix. Es muss aber eine Frau, einen Koopa geben. Wo kommen sonst die Koopa-Linge her? Aber wurde nicht mittlerweile gesagt, dass die Koopa-Linge gar nicht wirklich seine... Oh. Ein Mond für dich. In der aufragenden Steinsäule. Dass die Koopa-Linge gar nicht wirklich seine Kinder sind. Sondern zwar irgendwie Verwandte, aber nicht wirklich von ihm sind. Oder bringe ich das jetzt durcheinander? Ich meine deswegen ja auch die Diskrepanz mit... Mit Bowser Jr. und den Koopa-Lingen. Klups. Ha. Na, Käppi? Puh, danke für die Rettung. Das eben war so gar nicht lustig. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Mal. Naja, egal. Lass uns Monde suchen. Das können wir eh am besten. Genau. Monde suchen. So, und das hier sind übrigens die neuen Wiggler. Die ich unfassbar putzig finde. Zum einen sind sie total farbig und putzelig und so. Und zum anderen können sie sich so total cool strecken. Und man kann auf die Art und Weise eben Items einsammeln. Flup. Flup. Das sieht einfach so cool aus. Nüt. Nüt. Ich weiß nicht, ich mag das total. Nüt. Nüt. Flup. 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 Das ist total. So, Moment. Dann machen wir einmal so. Und dann bitte noch einmal so. Ein Mond für dich. Auf einem Baum im Zumpf. Flup. Und ja, stimmt. Der Akkordeon-Sound, der macht es nochmal besser. Blöd. Hey, das geht einfach. Okay. Lups. Äh, jo. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Gute Frage. Hier so lang und nicht reinfallen. Danke. Ach, so kommt man dran. Ich schäme mich. Was meinst du jetzt genau? Die Münzen? Oder die komische Banane, hätte ich jetzt auch fast gesagt. Der komische Mond. Du, 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 du. So. Ich bin gefangen? Ich komme hier nicht weg. Ja. Die Viecher sind total toll. Ähm. Man wirft ihnen etwas in die Hand. Wie zum Beispiel Cappy. Und dann im nächsten Moment stürmen sie gnadenlos auf einen Zoo und explodieren. Aber so kriegt man wenigstens die Blöcke kaputt. Oh, Moment. Ha. Unter dem Klippenrand. Guten Abend, Morvan Light. Kannst du auch einen Knoten in den Wiggler machen? Ne, das nicht. Das nicht. So, das hat auch irgendwie funktioniert. Äh, dort unten ist nur ein Quader. Was war da? Alles okay. Ähm. War das hier so nicht? Ach, scheiße. Äh, Cappy. Danke. Moment. Moment, Moment, Moment. Ha. Genau. So, habe ich den Mond schon mal freigelegt. Äh, was hier? Ach so. Einsteinkäfig. Ach, das sollte schnell gehen mit dem Monden hier. Die haben denselben Sound wie die Headcrabs aus Half-Life. Okay. Daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr so toll. Wir haben die Hälfte der Monde gesammelt. Jetzt fehlen uns nur noch fünf. Das ist toll. Oh. Äh, soviel dazu. Schnups. Oh. Schnups. Und so. Und so. Was ist hier? Ach so. Nur ein normaler Mond. Na, Fuzzis. Kein Mario-Spiel ohne Fuzzis. Ups. So. Haben wir dann fast alle. Und ein weiterer Mond. Ja, ich finde Musik hier eigentlich recht geheimnisvoll und spannend. Man fühlt sich halt wirklich wie in so einer unberührten Welt, in der man eigentlich nicht so richtig sein sollte. Oh mein Gott, wer bist du denn? Kapitän Toad. Mario, wie schön dich hier zu treffen. Jep, ich bin's wirklich. Kapitän Toad. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermonden. Wie ich hierher gekommen bin? Ein großer Vogel hat mich hier abgeworfen. Äh, ein anderer großer Vogel als sonst. Aber mir hat die Abgeschiedenheit dieses Ortes ganz gut getan. Ich habe hier sogar einen Mond gefunden. Super, nicht? Ja, und nebenbei hat er noch irgendwelche Besitztümer angehäuft. Ruhe dich aus, Kapitän Toad. Jo. Danke für diese schier unerschöpfliche Schatzkammer. Der Glückseligkeit. Könntest du nicht theoretisch einfach auf die Plattform runterspringen, um den Käfer auf die richtige Bahn zu lenken. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich meinst. Leider. Klubs. 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 Ups. Mundstück im Sopf. So, es fehlen noch drei. Dann hätten wir zum Beispiel einen. Okay. Der auch relativ einfach zu organisieren sein sollte. Über die Fuzzis, über den Sumpf. So. Wir werden jetzt hier durchgehen. Acht-Bit-Röhre. Gibt es eigentlich eine Erklärung, warum man jetzt Monde anstatt Sterne sammelt? Äh. Ja. Nö. Sowas ähnliches wird tatsächlich, glaube ich, irgendwo thematisiert, oder? Weil auch dazu gibt es später ein Aha-Erlebnis, quasi. Achtung, Fuzzis in der Wand. Das kommt aber erst sehr viel später. Einfach auf die Plattform runterspringen, um den Käfer auf die richtige Bahn. Ach so. Ich weiß nicht so richtig, Faura, weil, ähm, ich muss auch zugeben, diese Geschichte mit dem Käfig, die hatte mich eine Zeit lang beschäftigt gehabt. Also mir war das eine Weile wirklich nicht klar, wie man das Ding öffnen soll. Und dann irgendwann hat es einfach funktioniert. Keine Ahnung. Ob ich das dann genauso gemacht hatte, wie jetzt hier eben, oder ob ich das anders gemacht hatte. Ich weiß es nicht. Unter der Brücke hervorglinzt. So. Jetzt können wir so langsam mal sicher wirklich schon wieder zurückgehen. Und dabei haben wir noch lange nicht alles von der Welt gesehen. Man könnte hier noch den ganzen Abschnitt dort oben einfach erklimmen und so weiter und so fort. Eine Sache will ich jetzt noch kurz zeigen. Das mit dem Schlüssel, den wir am Anfang gesehen haben. Ist halt mal was anderes. Mario hat ja jetzt alle Sterne und braucht dann natürlich Monde. Zum Schluss sammelt er dann Universen. Hm. Sonnen hat er ja auch schon gesammelt. Ich hab's in Tadees und Streis, 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 Streis erfahren, blablabla und so weiter. Upsala. Ach nö, ernsthaft. Jetzt hab ich den kleinen... Oh Mann. Och Mann. Ich wollt doch. Ich wollt doch eigentlich. Verdammt. Kommt. Der Umweg muss jetzt sein. Ich will mir doch den Schlüssel organisieren und dann gucken, was da passiert. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Gebet mir einen Wiggler. Irgendwo. Irgendwo. Bin viel zu weit gelaufen. Hätte im Endeffekt dort hinten einfach abbiegen sollen. Ach, ist egal. Na gut, wenn wir jetzt sowieso schon hier oben sind. Dann können wir jetzt auch so entlang gehen. So. Äh. Können wir so machen. Äh, dann können wir... Ach so, nicht so machen, weil wir mit dem Wiggler gar nicht abstürzen können, ne? Ne. Verdammt. Ja, gut. Ist egal. Ich bin so dumm. Was zum Geier? Wie hab ich den Sprung denn jetzt auf einmal verhauen? Wat? Wat, wat, wat? Okay. Sehr seltsam. Sehr komisch. Ich fühl mich jetzt ein bisschen schlecht. Wirklich nur ein kleines bisschen. Aber, äh, definitiv. Definitiv ist das jetzt so ein... Wow. Ein Knackpunkt gewesen. Ui, 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 ui. So. Vorsicht, Hering. Du hast nur noch 180 Leben. Oh mein Gott. Das kann ja überhaupt gar nicht der Fall sein. Kometenstücke gab's noch in Galaxy, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was mein Galaxy gesammelt hat. Er ist zu lange her. Aber es waren doch auch Sterne, oder? Was hab ich denn mit Mario Galaxy 2 gesammelt? Hm. Jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger runterfallen? Ja. Dankeschön. So. Auf die Art und Weise holt man vielleicht den Schlüssel. Ah. Na gut. Schatz, drehe und wende dich. Gut. Hätten wir das. Hinbekommen. Wey. Auf jeden Fall hatte meine Galaxy irgendwann grüne Sterne. Ja, also werde ich dann normal auch normale gelbe Sterne gesammelt haben. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Denke ich mir mal so. Die Odyssey ist repariert. Ei, 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 ei. Aber irgendwas müsste doch passieren da, Tobi, wenn man keine Münzen mehr hat, oder? Ich weiß nicht, ob da extra Game Over eingeblendet wird, oder? Vielleicht werden einem dann noch gar keine Münzen mehr abgezogen. Dann haben sie sich so einfach gemacht. Kann auch sein. Was soll's? Zum Glück haben wir gerade genug Monde sammeln können, um die Odyssey reparieren zu können. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, rolle vorwärts. Wenn du etwas zügiger vorankommen oder einfach einen Hang hinabschnellen möchtest, dann duck dich und drücke Y und du kannst vorwärts rollen. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten in Cityland. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass sie mit Hilfe von Mondenergie erbaut wurde. Cool. Der Wahnsinn. Dann gucken wir uns diese ominöse Stadt mal an. Cityland. New Donk City. Ich glaube, Bowser war hier. Die Geißel auf dem Hochhaus. Oh mein Gott. Alles klar, wir haben es hergeschafft. Sieht aber nicht gut aus hier. Schau mal. Bowsers Schiff. Auf geht's. Und ich finde, das hier ist ein cooler Einstieg. Weil auch damit hatte ich bei meinem ersten Spieldurchgang nicht wirklich gerechnet. Ich dachte halt, dass man sofort in die fröhliche, quietschbunte Stadt am Tag halt so, ja, dass man da hierher kommen würde. Und dass man sich erstmal direkt in der ganzen Stadt umgucken könnte und so weiter und so fort. Aber nö, schlussendessen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen was tun. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mitten in der Nacht. Scheiß Wetter. Und. Oh mein Gott. Wer steht denn hier? Warum ist dieses Ding hier? Was sollen wir bloß tun? Bürgermeisterin Pauline. Pauline? Tut mir leid. Ich hab leider gerade gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Seit dieses Ungeheuer hier einfiel, ist meine Stadt im Chaos versunken. Dann war er auch noch so dreist, in der gesamten Stadt Ankündigungen für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. So, hiervon war ich übrigens so ein ganz klein bisschen enttäuscht. Es war ja irgendwie von Anfang an klar, oder seit diversen Trailern klar, dass Pauline es in das Spiel schaffen würde. Pauline ist ja die allererste Freundin von Mario. Das ist ja die, die er damals vor Donkey Kong gerettet hat. Im Spielautomaten-Klassiker Donkey Kong. Also, dementsprechend, ich hab so ein bisschen gedacht, dass darauf im Spiel auch so ein bisschen Bezug genommen werden würde. So nach dem Motto, hey Mario, cool, dass du da bist. Bist ja nur noch mein Ex-Freund. Weißt du noch damals, als du mich betrogen hast, mit Peach, war keine schöne Sache. Irgendwie sowas in der Art. Aber da wird null Bezug drauf genommen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das einfach so ein bisschen, ob das einfach so der Elefant im Raum ist. Man spricht nicht darüber, aber alle wissen Bescheid. Oder ob da weniger dahinter steckt, als ich dachte. Das war nicht Mario, das war Jumpman damals. Achso, unser Zwillingsbruder. Unser namenloser Zwillingsbruder ohne Persönlichkeit. Dieser Fels ist ungewöhnlich, aber irgendwie macht er gar nichts. Fels? Ein Fels in der Brandwege. Ich auf dem Weg in die Stadt? Vergiss es, viel zu gefährlich. Na gut, dann gehen wir halt. Pauline hat gerade andere Sorgen. Ups. Hier gibt es ganz schön viel fies aussehendes Krabbelgetier. Hinten in der Stadt. In der Stadt der Gesetzlosen. Gotham City. Nur ein Mann kann hier aufräumen. Ähm. Oder so. Wir werden sehen, wer es ist. Eventuell ist es Mario. Wir gucken mal. Münzen, Münzen, Münzen. Tralalala. Und? Oh, was haben wir denn hier? Ist das etwa ein kleines süßes Töv Töv? Nöht. Wuhu. Yay. Dip, 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 dip. Das ist ja besser als Mario Kart. Wuhu. Döht, döht, döht. Okay, so. Aus dem Weg. Macht Platz. Nöht. Okay, weiter komme ich nicht. Habe ich jetzt cool. Au. Der Roller ist eine dufte Sache. Oh, hier. Irgendwie hier rüber. Oh. Gumbas mit Bauhelm. Finde ich sehr gut. Alles nach Vorschrift hier. Guten Abend, Adi. Es ist auch furchtbar irritierend, Mario im Vergleich zu diesen normalen Menschen zu sehen. Fand ich schon in Trailern seltsam. Meine nächste Theorie wäre ja eigentlich, dass Jumpman und Pauline die Eltern von Mario und Luigi sind. Was zum Geier. Okay. Jetzt die Welt sogar noch seltsamer. Für welche Zwerge bauen die so winzige Roller? Für Kinder wie mich halt. Weiß ich noch nicht. Hauptsache es gibt sie. Ist doch egal. Roller sind cool. Hauptsache. Eventuell hätte ich die Gumbas für irgendwas stapeln sollen oder so. Ich weiß es nicht. Buff. Äh. Weiter aus. Oh mein Gott. Wir hauen alles zu Klumpf. Diese Stadt muss brennen. Wohahaha. Ist gerade wirklich voll das Endzeit-Setting. Mit den ganzen kaputten Taxen, die dagegen rumstehen. Im Inneren eines Stahlträgers. Oh mein Gott. Schmeiß fliegen. Dieses furchtbare Graffiti hier überall und oh mein Gott und überhaupt und sowieso. Also das geht ihm mal auf gar keine Kuh. Diese Straßendinger sind auch total cool. Weil, äh, das sind halt so Fragezeichenblöcke wie an so einer... Ach, das sind die Ampeln. Wow. Okay. In dieser Stadt ist er teufellos. Und das nur wegen Bowser. Nur wegen Bowser und seiner Flampenhochzeit. Immerhin tragen die Panzer Hüte. Macht das ganze Szenario gleich viel erträglicher. Und diese Fliegen sind zum Glück nur ein ganz kleines bisschen widerlich. Hey, Fußballspielen mit dem Müllsack. Ich glaube, wir können diese Treppe da benutzen. Ich glaube, du hast recht. Earth Defense Force. Hering kämpft im Panzer gegen Rieseninsekten. Yay. Die ganzen Straßensperren mit kaputten Autos erinnern mich an Resi 2. Jetzt fehlen mir noch ein paar Zombies. Ja, die hatten wir ja schon im Wüstenlevel. Die hätte man auch hier mit einbauen können. Die Stadt könnte auch ein Last of Us sein. Also eine Comic-Version. Naja. Es ist schon bedrohlich. Bedrohlich und nicht einfach. Oh, was ist denn hier hinten? Einen interessanten Weg. Für eine interessante Wandsprung-Einlage. Okay, kann sein. Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen abgekürzt. Haben wir uns dieses Unglück selbst zuzuschreiben? Was wird die Bürgermeisterin tun? Huch, hallo kleiner Mann. Moment, du gehörst aber nicht zu diesem Ungeheuer, oder? Wenn du mich fragst, ist die derzeitige Situation ganz schön aussichtslos. Diese Stadt ist auch total komisch, weil hier nur so Mafia-Leute rumlaufen. Es tut mir leid. Die haben alle so einen komischen Anzug an, tragen noch so einen komischen Hut und es ist alles sehr, sehr strange. Dup, 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 dup. Uh, das war knapp. Ein Mond für dich. Schwingen in der Brise. Schwingen, Schwung, Schwangen. Okay, hier könnte ich reingehen. Oder ich lasse es. Verkloppe noch ein paar Fliegen. Nein, wir wollen da rein. Die Peach auf den Postern die Arme verschränkt. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist noch ganz so intensiv scharf. So, links eher nicht. Also gehen wir hier entlang. Oh, oh, hi, ha, oh, super. Toll. Sehr, was wird das denn vielleicht? Durch das Eintreffen von Bowser hat die Matrix sämtliche Leute zu Agenten gemacht. Das mag Sinn, aber vielleicht. Oder auch nicht. Oh, das Poste noch mal eine große Aufnahme. Da muss ich mir Peach angucken. Ach, komm, ernsthaft. Oh, was ist das? Ich habe die andere Plattform nicht gesehen. Mein Gott. Ach. Das ist doch blödsinnig. Es ist ja schön, dass das so funktioniert. Aber trotzdem. Dann machen wir einmal so. Und jetzt die Münzen. Jetzt alle geholt. Ja. Ups. Ih, uh, ah. Bösartige Scheißviecher. Äh, uh. Ja, ist klar. Oh, mein Gott. Was ist los mit dir? Der hat mich jetzt fast runtergeschubst. Ich bin fast tot. Ich werde sterben. Ich werde jämmerlich sterben. Ich bin das Schlechteste. Sie versprengt tatsächlich ein wenig die Arme. Jetzt können wir nicht. Soll ich da so? Nee, ich gehe mal wieder. Ich gehe mal hier entlang. Aha. Aha. Passt. Passt, wackelt. Und hat fast ein bisschen Luft. Hui. Oh mein Gott. dort in den fragezeichen kisten ist bestimmt irgendwie ein herz oder nein natürlich warum zu diesem zeitpunkt kann man natürlich auch überhaupt nicht getroffen worden sein warum sollten sie sowas einbauen diese plattform kam doch gleich verdächtig herz ja herz super mega herz wir sind immer noch nicht hoch genug ein freund von mir ist da hoch und noch nicht mehr zurückgekommen vielleicht soll es das einfach auch nur sagen dass egal wie anders menschen wesen kreaturen auch aussehen mögen im grunde unseres herzens sind wir doch alle gleich und deswegen muss man sich auch gar keine gedanken irgendwie über herkunft oder dergleichen machen ja sind wir nicht alle charaktere in einem großen sehr seltsamen video spielen es ist auch seltsam dass bowser überall werbung für seine hochzeit macht hofft er dass rtl daraus eine serie macht vielleicht mir kommt das so vor als würde dieses ungetüm die ganze energie absorbieren und woanders hin leiten das ist cool ich würde eigentlich furchtbar gerne die lila münzen da haben wollen geht das geht das irgendwie irgendwo ja irgendwie geht das nein aber nicht so ja ja so ähnlich okay was für trip das alles für peach das so gerechtfertigt ist naja ja im runterfallen haben wir mittlerweile übung oh mein gott das ist ein bösartiges was auch immer lasst drauf schießen das ist unsere chance gute arbeit dieses wesen ist voll unheimlich es kann durch dimensionstore schlüpfen und das ist so insektenmäßig und es kann elektrifizieren und das ist einfach nur widerlich am schlipfen ich will noch einmal, zu viel ich mache 4 ich mache sie gut Was ist dein Problem? Ich kann ihn leider irgendwie nicht angreifen, wenn er an dieser, ja, wenn er so super elektromäßig aufgeladen ist. Ja. Ich brauche jetzt die Liederkugeln zu nehmen. War jetzt schon fast zu simpel. Sehr spektakulärer Kampf irgendwie, aber dann doch ein bisschen zu simpel und zu einfach. Mario Odyssey, bester Shooter 2017? Vielleicht. New Donk City ist ungeziefer Problem. Ja, wir sind nicht nur Klempner, sondern auch begnadeter Kammerjäger. Alles kein Problem. Ja. Die Nacht wird zum Tag. Ein Neuanfang für die City. Wir sind dieses grauenhafte Käferdings los. Und das Wetter ist wieder schön. Leider scheint Bowser an dem Aufruhr entkommen zu sein. Wir sollten uns an seine Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Monde. Gehen wir doch noch welche in der City suchen. Schreiben die Leute schon wieder was von Seilspringen? Ich krieg's kotzen. Warum? Warum Seilspringen? Kein Mensch will Seilspringen. Wie komm ich denn hier rein? Ach so komm ich hier rein. Hi. Geheimer Trägertunnel. Oh, wir brauchen aber noch viele Monde hier. Oh, oh, oh. Da müssen wir sagen, ganz ausführlich jetzt in der Stadt umgucken. Es tut gut, die Leute hier wieder munter und beschwingt zu sehen. Hi. Du möchtest die Leute, meine Leute. Wenn die sprechen, muss ich übrigens ein bisschen an die Sims denken. Bürgermeisterin Pauline ist echt der Knaller. Hoho. Äh. Ja. Ich frag mich, was die nach der jüngsten Aufregung vorhat. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Was für eine Bombenaussicht. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Du kannst mit Blub einen Schnappschuss aufnehmen. Wie zum Beispiel von Ihnen, gute Dame. Äh. Hi. Sie tragen aber einen hübschen roten Lippenstift. Und haben... Na gut, okay. So. Die Bürgermeisterin weilt wieder im Rathaus. Ist es nicht schön? Ja, es ist total schön. Achso. Hä? Mein Controller vibriert. Ah. Wenn der Controller vibriert, dann ist das ein gutes Zeichen, um einfach mal so eine Stampfattacke auszuführen. Ab und zu findet man dann sehr tolle versteckte Sachen. Wie zum Beispiel Münzen. Ja. Oder auch andere Dinge. Macht das... Ja, ja. Das ist sowieso Kirby Freak. Das ist fest eingeplant. Hauptzufahrt. Wie schnell die Bürgermeisterin die Stadt auf Vordermann gebracht hat. Oh. Sieht wieder total cool aus. Und guck mal. Wir sind hier in der Cranky Avenue. Und hier geht's zum Scroggs Park Street Dings. Und äh... mehr Cranky Avenue. Und wie heißt eine andere Straße? Und hier die Dixie Street. Oh mein Gott. Das ist so cool. Diese ganzen Straßen, die sind alle nach Donkey Kong Charakteren benannt. Wuhu. So, und hier... Lust auf Seilspringen? Fang ruhig an. Ja, aber gerne. So. 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 Das ist halt so eine Aufgabe. Die macht man dann halt mal so. Ist schon in Ordnung. Ja. Okay. So. Und jetzt bin ich raus. Ja, das war jetzt alles... Das war absolut... Ab da ist es einfach nur dumm. Okay. Okay. Ab da ist es einfach nur dumm. Ein Mund für dich. Seilspring Akrobat. Also man muss wirklich irgendwie... Man muss in den Flow reinkommen. Und dann muss man... Am besten man konzentriert sich dann wirklich nur aufs Knöpfchen drücken. Und nicht mehr wirklich auf das, was da passiert. Ab einem gewissen Punkt wird das nämlich nicht mehr schneller. Sondern da muss man einfach wirklich nur das Timing drauf haben. Ja. So. Gucken wir doch mal auf die Rangliste. Die Rangliste erlaubt ihr, wenn du an der Rangliste... Achso. Ne. Moment. Nutz mir gar nichts. Weil ich ja mit dem Testaccount drin bin. Das heißt ich sehe jetzt... Ja. Genau. Okay. Alles klar. Gut. Dementsprechend kann ich jetzt eure Sachen nicht zeigen. Naja. Tut mir leid. Ich habe das nur mit dem Roller geschafft. Das Seilspringen? Geht das mit dem Roller besser? Moment. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Fangen ruhig an. Kannst du das aus dem Weg räumen? Na toll. Geht schon mal gut los. So. Okay. Hey. Du versuch's gerne mal wieder. Na cool. Offensichtlich ist es mit dem Roller nicht einfacher. Ja. Ne. Der Roller springt immer gleich hoch. Ups. Ja. Ja. Wenn man sich mit dem Roller richtig platzieren kann. Ja. Äh? Okay. Jetzt ist die Kameraperspektive noch scheiße. Och Mann. Nö. Wir mussten nur den ersten Sprung vom Timing her schaffen. Was eindeutig ein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber ist okay. So. Polly will immer noch einen Keks. Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll an der frischen Luft spielen gehen. Aber ich glaube sie hat nicht das gemeint. nur so ein Verdacht. Aber okay. So. Ja. Äh. Gehen wir mal ein bisschen durch die Stadt. Und statten der wunderbaren Bürgermeisterin einen Besuch ab. Hallo Pauline. Hi. New Donk City bedeutet mir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Mhm. Du musst unbedingt zum bevorstehenden Festival kommen. Ich möchte dir und der Stadt gerne meine Dankbarkeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Oh. Meinst du du könntest vier Musiker für mich auftreiben, die mich bei einem kleinen Auftritt unterstützen? Okay. Wie zum Beispiel den hier? Entschuldigung. Ich habe das Gespräch zwischen dir und... Ja. Zwischen dir, Mario und Pauline mitbekommen. Es freut mich zu hören, dass das Festival wieder stattfinden soll. Langes Zehr. Ja. Sollte die Frau Bürgermeisterin meine Dienste wünschen, wäre ich sofort dabei. No. Yo. Ein Mod für dich, der Schlagzeuger ist dabei. Erst zuhören? Was meinst du mit zuhören? Ah, Katzenmorgen. Die Leute gehen hier total ab. Beste Schlagzeuger der Welt. Oh. Wunderbar. Du hast schon einen der Musiker gefunden. Vielen Dank. Aha. Jetzt fehlen nur noch drei weitere für das Festival. Wenn du noch andere Kandidaten triffst, sprich sie bitte einfach an. Dem Musikern ein wenig zuhören, bevor du sie ansprichst. Achso. Okay. Passiert da noch irgendwas? Oder wie? Oder was? Oder wo? Moment. Das können wir ja gleich weiter erforschen und erkunden. Indem wir wieder zurück rennen. Und uns den Gitarristen schnappen. Hauptsala. Wua. Wuhu. Wuhu. Juhu. Juhu. Mario tanzt zumindest ein bisschen. Er schnippt mit dem Finger. Er findet's cool. Hey Kumpel, alles fit? Willst du ein Autogramm? Äh, ach, ich hab schon von dir gehört. Du suchst nach Musikern, die mit der Bürgermeisterin auf dem Festival auftreten? Habe ich das richtig verstanden? Die Bezahlung für so eine Veranstaltung ist auch nicht zu verachten. Äh, das hast du nicht gehört, ja? Ich bin dabei. Yay. Groovy, Baby. Ich glaub, Mario bräuchte mal neue Kleidung für die Welt. Das stimmt. Ähm, der Gitarrist ist dabei. Ah. Da gehen wir voll ab. Das finden wir voll cool. Mario ist dabei. Und die Halle füllt sich. Wuhu. Ich kann gar nicht glauben, wie schnell du meine Musiker anheuerst. Du bist eine Riesenhilfe. Uns fehlen noch zwei weitere, um das Festival eröffnen zu können. Such bitte weiter nach Musikern. Okay, mach ich, Pauline. Was passiert eigentlich, wenn ich dir auf den Kopf springe? Kann ich dir auf den Kopf springen? Ja, kann ich. Komm. Ich will dir mal richtig auf den Kopf springen. Also richtig lange. Aber das ist nicht so einfach, offensichtlich. Also bei ihm funktioniert es gut. Obst, obst. Sieht aus wie beim Frosch. Okay. Na gut. Ich wollte es nur wissen. Guten Abend, Liban. Wo war denn nochmal der Laden, wo man sich einkleiden konnte? Hier so, da so Lirum, Larum, Löffelstiel. War hier nicht was cooles? Oh. Das ist nicht cool. Aber es reicht, um mein Interesse zu wecken. Oh, okay. Na gut. Dass es so sinnvoll war, weiß ich nicht. Uiuiuiuiui. Okay, hat funktioniert. Notenjagd. Im privaten Raum. Im sehr privaten Raum. Ob wir hier überhaupt sein durften, ich weiß ja nicht. Aber gut. Düp, 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 düp. Äh. Ah, hier ist das Geschäft. Willkommen in der Hauptfiliale von Crazy Cap. Wo die Caps noch so richtig crazy sind. Willkommen. So, ein Bauarbeiterhelm können wir uns besorgen. Oder ein Golfer-Outfit. Okay, finde ich jetzt beides nicht so geil, offengesagt. Wie sieht es denn bei den anderen Outfits aus? Willkommen. Wir haben ganz frisch neue... Ah, das ist doch viel cooler. Ganovenhut und Outfit. Ja. Dann laufe ich auch einigermaßen standesgemäß hier rum. Ich passe mich nur an. Kleider macht halt doch Leute. Das ist so. Al Pacino lässt grüßen. Ja. So. Puh, das ist schwer. Puh, das ist wirklich so schwer. Hm. Wir können. Oh. Äh. Achso. Ja. Gut. Wir können dieses Fahrzeug nur mit den Sticks steuern. Ja, offensichtlich ist es ein bisschen schwer. Hui. Nöd. Autokapern per Fernsteuerung. Okay. So, das war der erste Streich. Deine Leidenschaft für die Funksteuerung ist nicht zu übersehen. Reinspaziert. Ja, das war nämlich nur zum Üben. Hier hat man jetzt eine richtige Rennstrecke. Ähm. Es ist einfach unmöglich, eine Zeit unter 35 Sekunden zu fahren. Total aufregend. Der Trick dabei ist, nicht gegen irgendwelche Hindernisse zu fahren. Okay. Äh. Nein, halt. Mit dir wollte ich nicht reden. Puh, das ist schwer. Ja, dann lass mich mal. So, drei Runden muss ich schaffen. Go, go, go. Ha. Und dazu die coole Musik. Das ist super. Wow. Okay. Ei, 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 ei. Oh. Ja. Also die Musik ist aus Super Mario Kart. Falls sie jetzt nicht sofort klingelt. Huh. 25,68. Ein neuer Rekord. RC Autoprofi. Danke dafür. Ich krieg nachts kein Auge zu, wenn ich nicht weiß, wer gewonnen hat. Total aufregend. Gab's hier nicht auch zwei Monde? Aber welche Zeit musste man nochmal für den zweiten Mond? Ich dachte immer, der eine Typ, der sagt einem das. Kann es sein, dass sie die Zeit schon unterboten hatte? Dass man unter 26 Sekunden kommen muss? Das war jetzt irgendwie seltsam. Es gab zwei, ja. 24,11. Ich glaub, den zweiten darf man erst später machen. Ach, verdammt. Ja. Warum geb ich mir denn jetzt hier Mühe? Ach so, scheiß. Gut. Ich glaub, die Zeit ist wirklich schon unterboten. Na toll. Ja, okay. Aber wir sehen, theoretisch kann ich's. Theoretisch kann ich's. Äh, so. Wohin jetzt? Ach so, ja, wir wollten ja eigentlich Musiker finden, ne? Musikanten. Wo finde ich Musikanten? Äh, indem ich mich vielleicht mal nach oben begebe. Und mehr angucke, was in der Stadt hier sonst so abgeht. Die Stadt ist natürlich irre verwinkelt. Und hat sehr, sehr viele Verstecke zu bieten. Also hier alle, ähm, Münzen zu finden, ist allein schon eine Herausforderung. Aber nun gut. Hier wird noch irgendwas. Nö. Da ist ein Musiktypi. Juhu. Oh, schwänkert. Juhu. 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 Bist ein ganz toller. Was führt dich den weiten Weg hierher? Hm, die Bürgermeisterin? Verstehe, so ist das also. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, am Festival mitzuwirken. Der Trompeter ist dabei. Die Musik wird immer cooler. Die Vorbereitungen für das Festival laufen wie geschmiert. Und das ist dein Verdienst. Uns fehlt nur noch ein weiterer Musiker. Meinst du, du findest noch einen? Den finde ich aber sowas von. So, noch die Mondjagd funktioniert ziemlich, ziemlich gut. So ganz nebenbei. So, zum Glück weiß ich noch, wo der letzte Musiker ist. Wey. Hey, im Football, cool. Der Bassist, richtig? Ich glaube. Die Bürgermeisterin hat wohl ihre ganz besondere Handtasche verloren. Ist dein Outfit eigentlich bequem? Spürst du diese leichte Brise? Irgendwie kühler als sonst. Ja, Gespräch. Warum das trübe Gesicht, Kumpel? Kann ich was für dich tun? Ah, so, so. Die Bürgermeisterin ist ganz schön gewitzt. Egal, ich bin jedenfalls jederzeit bereit. Gehen wir. Yay. Der Bassist ist dabei. Du bist umwerfend. Du hast alle Musiker, die wir benötigen, zusammengetrommelt. Danke. Leider hat sich ein neues Problem aufgetan. Das unterirdische Stromkraftwerk funktioniert nicht. Ohne Strom können wir kein Festival veranstalten. Du kennst dich nicht zufällig mit Stromarbeiten aus, oder? Naja, ich war mal... Klempner. Ach ja. Manchmal feiert sich das Spiel vielleicht ein bisschen zu viel. Aber irgendwie ist es auch gut. So, okay. Stromarbeiten. Stromarbeiten gehen hier los. Äh, so. Ich bin hier, um nach dem Stromkraftwerk zu sehen. Wenn ich nur diesen blöden Kanaldeckel hochbekommen würde. Lässt sich hinkriegen. Beeindruckend, dein Kunststück eben. Hut ab. Oder Hut auf. Hier auf den... Wee. Ach, Details. Die Gitarren hört man nicht raus. Bass hört man nicht raus. Ist doch alles okay. Hauptsache es ist wohl irgendwie an sie gedacht. Tü, 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 tü. Jo. Hallo, Ratte. Ratte tot. Hab Ratte umgebracht. Was mir ein bisschen leid. Jo. So eine Kanalisation, ne. Die hat schon irgendwie... Die sieht schon irgendwie cool aus. Hoppsela. Okay. Gut. Ist dann so. So. Was geht hier noch ab? Nichts Besonderes. Oh. Die Münzen habe ich doch bestimmt auch übersehen in meinem Spielstand. Das kommt mir auch nicht bekannt vor. Interessant. Hoppsela. Uh, hiha. Na gut. Ich glaube, irgendwie sehen sie es. Scheint sie aber auch nicht sonderlich zu stören. Ah. Interessant. Oder so. Hui. Schmeiß pflegen. Schmeiß pflegen dieser Welt. Haut bitte ab. Und zwar ganz schnell. Okay. Hier ist nix. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Moment. Irgendwas kann man hier tun, glaube ich. Uh. Wenn man sich nämlich sehr geschickt anstellt. Ha. Wenn man sich sehr geschickt anstellt. Wow. Dann sieht man, dass hier noch was ist. Schatz in der Kanalisation. So. Dann machen wir einmal so. Und einmal so. Und alles ist fluffig. Oh. Hallo Pauline. Wie bist du denn hierher gekommen? Die Abkürzung hättest du mir ruhig zeigen können. Ich sehe ganz gern selbst nach, was in meiner Stadt so vor sich geht. Das schließt auch das Stromkraftwerk mit ein. Die Freunde von diesem Ungeheuer haben es also bis hier runter geschafft? Offensichtlich. Okay. Äh. Ähm. Wieso? Ups. Okay. So. Und. Nötig. Aufwind weg. Ha. Fall erledigt. Fall erledigt, würde ich sagen. Die Leute freuen sich zumindest. New Donk City Power. Alles wieder okay. So scheint es. Saft fürs Kraftwerk. Na, na, na. Drücke den Knopf. Drücke den Knopf. Okay. Hier werden einfach Power-Monde geschröpft. Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, wie viele Monde diese Stadt haben muss, damit das funktioniert? Wo bekommen die die ganzen Monde her? Wundervoll, Mario. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Das finde ich übrigens... Hat Nintendo nicht irgendwann vor kurzem mal gesagt, dass Mario kein Klempner mehr sein soll? Die halten sich in ihren eigenen Spielen nicht dran. Er ist nämlich doch noch ein Klempner. Herzlichen Dank. Nun steht im Festival nichts mehr im Weg. Jetzt können wir endlich das Festival eröffnen. Die Party kann beginnen. Oh, hey. Würdest du uns die Freude machen und an unserem Festival teilnehmen? Ja. So, okay. Und jetzt im folgenden... Ähm... Ja, Maxi. Ich bin besonders gut im Rohre verlegen. Äh... Jetzt und im folgenden... Genießt. Genießt es. Fantastisch. Ich kann es nicht abwarten, mit dir das Tanzbein zu schwingen. Ein traditionelles Festival. Ladies and gentlemen. Welcome to the New York City Festival. A celebration of the history of our city. And now, to get things started, her honor. Mayor... Pauline. Die Story. Hier we go. Off the rails. But you know it's time to raise our sails. It's freedom like you never choose. In fact. For a pass. Say the word. I'll be there in a flash. You could say my hat gives you to you. Oh, we can zoom all the way to the moon From this wave-wide, wacky world Jump where we're going to be Yeah It's time to jump up in the air Jump up, don't be scared Just jump up and your cares will soar away And if the dark clouds are just worse Don't fear them, share them, share them again I'll be your one-off girl So let's all jump up super hot High up in the sky No wonder of my dancing You know that you're my superstars No one else can take me this far I'm the fiend, I'm the switch Get ready for the star Let's do the Odyssey Olysee, Odyssey Odyssey, Odyssey Odyssey, 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 Odyssey Odyssey, 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 Odyssey Every journey starts a new romance A new world's calling out to you You turn the path Find a new addition to the cast You know that any captain needs a crew Taking strikes loose, side to side They're just different points of view Jump through me, grab coins with me today Come on and jump up in the air Jump without a care Jump up cause you know that I'll be there And if you find your shoulder joy Then break your jump again And you're still a bite-up boy So go on, straighten up your cap Like your toes begin to tap This rhythm is about when it's true Don't forget you're the superstar So no one can make it this far Go on that badge Now you got the next show Let's do the Odyssey Odyssey, 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 Odyssey Vielen Dank für die Teilnahme am Festival Ohne dich hätten wir das nicht geschafft Aus diesem Grund möchte ich dir ein Dankeschön überreichen Ein traditionelles Festival, ein Multimod Ja, ich fand das Lied schon immer toll und dann jetzt hier im Spiel, weiß ich nicht, das war ein absolut genialer Moment, als ich das das allererste Mal gespielt habe Und dazu noch diese Donkey Kong Einlage mittendrin Das war schon echt geil Also, ja Da kann ich persönlich absolut gar nicht meckern Das fand ich einfach nur wundervoll und herrlich Klasse, wir haben endlich genug Monde beisammen Wir können ins nächste Land reisen Wuhu, das können wir in der Tat Genau, passend gespielt würde ich mal sagen Das ist schon wirklich ein sehr, sehr schöner Moment gewesen Die Odyssey ist leistungsfähig So, wo landen wir denn jetzt? Oh, die Qual der Wahl Was meinst du? In welches Land hat sich Bau sowohl verkrümelt? So, Polarland oder Küstenland? Ihr entscheidet Wo soll's hingehen? Küstenland, Machineplay war schneller Das Küstenland, gute Idee Urlaub Yay Bei mir war ich schneller Der Chat lügt nicht Der Chat lügt nicht Da die Wüste gefroren war Es ist Polarland Lava Mal gucken Das nenne ich mal ein überwältigend energetisches Festival Nutzen wir diese Energie für unsere weitere Reise Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen Reisetipp Wandsprung Spring gegen eine Wand und drücke B, sobald du sie berührst, um einen Wandsprung auszuführen Drücke immer wieder B, sobald du eine Wand berührst, um so immer weiter nach oben zu springen Das wird uns bestimmt weiterhelfen Nächster Stopp, Küstenland Dort gibt es ein prächtiges sprudelndes Meer Und vier gigantische Fontänen, die man gesehen haben muss, steht hier Die man gesehen haben muss Gesehen haben muss Das war jetzt keine falsche Entscheidung, Leute Das war die einzig richtige Entscheidung Küstenland am Blubberstrand Blub, blub, hurra Hier fühlt sich ein Fisch doch wie zuhause Das Glas ist halb leer Okti schnokti So Was ist denn das da oben auf dem schicken Glas? Hi Hey du, du siehst wie ein hilfreicher Zeitgenosse aus Siehst du dieses grauenhafte Wesen direkt vor uns? Da hat es sich breit gemacht und schlürft genüsslich unser kostbares Edelwasser an sich hinein So tu doch bitte etwas Kostbares Edelwasser Hey, lass uns gefälligst auch noch was übrig, du greifarmiges etwas Bowser war hier Mit diesem fürchterlichen Ungetüm vor der Nase traut sich kein Urlauber her Bausers Fußabdrücke Wohin ist er wohl verschwunden? Vielleicht ist er ertrunken Spiel vorbei Ich vermisse das schöne Bild, wenn die vier Fontänen gleichzeitig sprudeln Wenn das Wasser der vier Fontänen gemischt wird, dann entsteht das begehrte Edelwasser Die Legende besagt, dass jeder, der von diesem wundersamen Elixier trinkt, ein glückliches Leben führen wird Klingt super Will ich haben Da scheint ja ein echter Fachmann die Fontänen verstopft zu haben Mist, so Wie können wir das ganze öffnen? Eine sehr sehr gute Frage Ähm So, was geht hier alles? Wir haben hier sehr viel Strand Und So weiter Und da haben wir einen Shop Die sehen hier so aus Willkommen an Bord Wir haben geniale neue Artikel bekommen Mustermix, Mechaniker, Piratenhut Oder einfach die Punkteshorts Ja gut, komm Schönen Dank Aber sicher, warum unnötig warten? Ziehen wir unsere Shorts an Und Es ist Zeit für Urlaub Aber nicht ohne unsere Mütze Wuhu Das Spielfeld ist bereit für einen spannenden Ein Beachvolleyballfeld Schade, dass gerade niemand spielen will Achso Ja, wir müssen uns erstmal um das Problem hier kümmern Bevor sich irgendeiner erbarmt mit uns zu spielen Dups, die Dups, die Dups Sieht nach Wasserlevel aus, wir haben schon keine Lust drauf Du musstest ja nicht spielen Wir sind ja nicht lange hier Ihr seht's doch oben links Wie viele Monde sind das? Es sind wirklich nicht viele Also Im Endeffekt, wir sind doch eigentlich schon durch Eigentlich sind wir schon durch Oh, man kann hier sehr viele Muscheln einsammeln Ops Der Eingang des Leuchtturms befindet sich etwas weiter in dieser Richtung Aha Eigentlich muss ich aber gar nicht hier hin Wo muss ich denn hin? Ich muss eigentlich dort Dort hinten hin Au Das war doof Das war doof Um auf den Leuchtturm zu kommen, musst du erst durch diesen Tunnel Wie licht ist das? Ich weiß gar nicht Wir machen Sachen So, hui 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 Okay Irgendwom nirgendwo Unter Wassertunnel zum Leuchtturm Und einem Cheep Cheep sollte das Ganze ein bisschen angenehmer und einfacher sein Das ist doch jetzt wieder etwas beschauliches, oder? Oh Blick zurück in den dunklen Tunnel So So Das hier ist weniger beschaulich Hallo Moren in Action Kein 3D Mario Spiel und Moren Uh Mario 64 war in der Hinsicht einfach zu prägend Wow Wow Okay Du 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 So Was geht hier ab? Achso Menschen Hering hast du eigentlich vor, das Spiel noch schnell zu spielen? Und da darf man auf 1,24 Stunden das Typ Ja, weiß ich nicht Wir liegen doch noch gut in der Zeit, oder? Oder vermisst ihr etwas? Denkt ihr, ich soll das Tempo anziehen? Also Oder? Nicht? Stopp! Ja, nein, vielleicht Ich denke eigentlich, dass wir einigermaßen gut in der Zeit liegen Knappe 4 Stunden schon Joa Aber ist okay Bin ja auch, habe ja auch schon ein bisschen was geschafft Wir haben schon ein paar Welten gesehen, also so ist ja nicht Ein Mond für dich Das Siegel des Leuchtturms Achso, das war wichtig Das war tatsächlich wichtig, weil ansonsten kriegen wir A Ich verstehe Ja, Hering, wir liegen gut an der Zeit 24 Stunden, ganz nach Schatten Ja, ja, ja Oh wei Oh wei, du willst die 4 Fontänen wieder sprudeln lassen? Ich gebe das köstliche Edelwasser nicht kampflos her Oh So Noch 3 weitere Fontänen Weiter geht's Ähm Das sieht lustig aus Da müsste ich eigentlich auch relativ einfach hinkommen, glaube ich Glaub ich So Was auch immer das hier ist Äh In jedem Fall kann man sich damit cool fortbewegen Ähm Gute Nacht Tim Und dir ebenso Ein frohes Weihnachtsfest Tupzi 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 Tupi Ha Schon im zweiten Korken Entkorkt Genau so. Noch zwei Fontänen. Gut. Ups. Mit den Dingern können wir uns auch ziemlich schnell und gut in Bewegung setzen. Wir kommen eigentlich fast überall hin. Deswegen ist es super praktisch, damit unterwegs zu sein. Uh. Ii, was ist das denn? Holla, das sieht extrem heiß aus. Vielleicht hilft dir Wasser. Vielleicht. Thermal-Insel. Äh, soll das so? Und mit irgendwas muss ich mir hier tun. Ich weiß noch nicht genau was. Aber irgendwas soll man hier tun. Ach so, kann es sein, dass ich... Ah, heiße Quellen sind so wohlig, warm und entspannt. Aha. So was gedacht. Gut gemein. Bis dann, Nixan. Schon ist die ganze Lava hier komplett weg. Ist hier eigentlich noch irgendwas anderes. Die Münzen sind hier. Arme Kerl, kriegt bestimmt Kopfschmerzen. Nur noch eine Fontäne. Auch den letzten Korken ploppen. Lass ihn uns irgendwie irgendwo ploppen. Uh. Klop, 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 klop. Hurra. Klop, klop. Upsa. Klop, hurra. Oh, was ist denn hier? Nix ist hier. Höchstartige Goombas sind hier. Münzen sind hier. Es wirkt im ersten Moment so unscheinbar hier, aber dadurch, dass man ja auch viel Unterwasser machen kann, ist das Ganze tatsächlich größer, als man im ersten Moment glauben mag. Man begreift die Magie des Ortes nicht ohne die vier sprudelnden Fontänen. Ich kümmere mich ja schon drum. Auf dem Weg durch die Schlucht ist das richtige Timing alles. Alles klar. Ich glaube übrigens, dass man hier ein bisschen abkürzen könnte. Aber wir gehen trotzdem den normalen Weg. Der normale Weg heißt, nicht von Stachelkugeln überrollen lassen. Wäre besser. Wie? Ah. Oh. Ja, hier ist eine Miss Goomba. Das heißt, theoretisch sollte man mit einem Goomba-Kommando hier mal durch die Höhle rennen. Damit man die gute Dame ein bisschen beglücken kann. Boah. Hui. Knäppchen, Knäppchen. So, und was geht hier so? Zack, zack, zack. Alles gut, alles klar. Und beide haben's. Ein Mond für dich. Das Siegel in der Schlucht. Der letzte Kurken. Wenn mich nicht alles durcht. Durch. Jetzt ist er mächtig sauer. Famos, es ist Zeit, dass wir uns das Edelwasser zurückholen. Zeit zum Verwandeln. Ähm, es ist tatsächlich Zeit zum Verwandeln. Weil ich brauche jetzt so einen Typie hier, der mich gegen ihn kämpfen kann. Dab, 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 dab. Ui. Ja, toll. Wir versuchen jetzt nämlich ein bisschen, äh, sein Gemüt abzukühlen. Ach, ich versuche nicht überall reinzurasen. Das wäre zumindest schöner. Wenn wir ihn noch ein bisschen weiter beackern. Ja, dann. Dann. Och, komm. Ja, Kollege. Du bist schon so ein bisschen anstrengend. Ich fand aber auch schon damals irgendwie den ersten Kampf gegen ihn ein bisschen doof. Vielleicht bin ich auch... Ich stelle mich zu ungeschickt an, glaube ich. Wir liegen überall Herzen rum. Ich bin mir jetzt überhaupt gar nichts mehr zu nutzen. Verdammt, komm. Ah. Hä? Das ist genug. Bin ich fertig? Wow. Ach, komm. Ah. Perfekt. Er ist halt schon ein bisschen nervig, ne? Wie sieht's aus? War es schon Schneebild? Ähm, Polar-Dingens und, äh, als nächstes. Boah. Boah. Hallo. Ja. War mir nicht fertig, Kollege. Oh. Ja. Boah. Ja. 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 Oh, die Fontänen vereinigen sich. Aber wir sind hier am Strand. Müsste das denn nicht alles Salzwasser sein? Was soll denn das dann für ein komisches Gesöff hier sein, was dabei rumkommt? Kann man das wirklich trinken? Ist das unbedenklich? Oder sollte das nicht erst durch einen Filter gejagt werden? Ich bin nicht so überzeugt davon, aber nun gut. Nicht die Fontänen kreuzen, Ehring. Niemals die Fontänen kreuzen. Das Glas ist halb voll. Buhu. Buhu. Ja, mach doch mal. Zwei Monde noch übrigens. Zwei famose Monde. Ach komm, ernsthaft? Ja, ich hab auch... Ich... Okay, es hat trotzdem geklappt, aber ich hatte die falschen Blumen eigentlich genommen dafür. Schweige habt's. Notenjagd auf der Meeresoberfläche. So, und dann können wir noch eine Runde Beachvolleyball spielen. Und dann haben wir's hier im Endeffekt eigentlich auch schon wieder. Tüps, 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 tüps. So. Lass die Partie beginnen. Yay. Tüps, tüps, tüps. Ich merke, dass ich das irgendwie eine Weile nicht gespielt habe. Ich kann mich ja dran erinnern, dass der Ball so aussah, wie er aussieht. Okay. So. Kommst du nicht an den Ball heran? Ja, ja, ich... Für das Spiel hab ich auch ewig gebraucht. Und ja, es ist irgendwie nicht einfach. Obwohl es eigentlich so simpel wirkt. Ja, genau. Aber dann passieren solche Geschichten und... Naja. Man kennt es ja. Man kennt es ja. So. Herrlich, äh, meine lieben Schnecken und Schneckinnen. Aber... So schön auch das ganze Inseltamtam sein mag. Und so cool es ist, auch hier ein bisschen Urlaub machen zu können. Wir haben noch eine Prinzessin zu retten. Auf, auf. Ab wann gibt's den? Ab 100, glaub ich. Den zweiten. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Jetzt können wir ins Polarland reisen. Mach dich auf was gefasst, Bowser. Genau. Auf, auf und davon. Das ist der 99,99 Euro DLC. Leech Volleyball aus der Sammler-Edition von Mario. Gab's nicht auch irgendein... Bei Mario-Party kann man doch bestimmt auch Beachvolleyball spielen, oder? Wir sind jetzt auch perfekt gekleidet übrigens für die Schneewelt. Bowser will also eine Rede halten und sie mit Edelwasser begießen? Scheint als käme er mit der Vorbereitung... Mit den... Scheint als käme er mit den Vorbereitungen voran. Den Vorbereitungen... Den... Er kommt voran. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp. Stampfattackensprung. Wenn du hoch hinaus willst, aber ein normaler Sprung nicht den gewünschten Effekt erzielt, dann spring nach einer Stampfattacke. Dieser Stampfattackensprung verleiht dir den gewünschten Aufschwung. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Das ist irgendwie neu, oder? Nächster Stopp Polarland. Das sieht aber echt kalt aus. Die Rennen dort sollen sehr beliebt sein. Und der Preis ist eine... Zuckerguss-Torte? Dup, dup, dup. Wen will er mit Edelwasser begießen, Peach? Wer weiß. Schlotter Compton. Ähm... Äh... Mario? Haben wir uns richtig gekleidet? Geschenk vom Tortendieb. Es ist eiskalt. Wir sollten besser in die Puschen kommen. Mario? Mario? Im nächsten Moment macht es einfach nur... Kliru! Game over. Mario ist leider erfroren. Ja. Ui! Okay. Wir halten... Wir bewegen uns einfach und schon ist uns warm. Ist in Ordnung. Dup, 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 dup. Kein Problem hier, Regen. Du hast dieses Spezialmenü aus Breath of the Wild gegessen. Achso. Okay. Ergibt Sinn. Ja. Ist ja auch von Nintendo. Spielübergreifend. Alles klar. Wui! Oh. Wui! Dup, 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 dup. Oh. Ah! Kalt! Superkalt! Oh Gott! Ich dachte, es wäre gefroren. Man könnte drauf laufen. Offensichtlich nicht. Dup, 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 dup. So, ja. Mit umgucken ist irgendwie nicht großartig. Ein bösartiger Schneesturm. Man sieht die halt einfach Augen nicht. Moment mal. Hörst du nicht auch etwas unter dem Schnee rumohren? Klingt das etwa wie... Das ist doch nicht... Ist es etwa der... Das wäre ja total passend zum heutigen Stream. Und zum bevorstehenden Fest der Liebe und Glückseligkeit. Das klingt so weihnachtlich. Das war jetzt extrem schwer hier hoch zu kommen. Aber leider ist hier rein gar nichts, ja. Na gut, dann halt nicht. Hui! Oh mein Gott. Schlotterkompensiedler. Hast du uns erschreckt? Oh, ihr seht so putzig aus. Ihr seht so unfassbar putzig aus. So. Plupp. Was haben wir hier? Ist da etwa ein kleiner Schnuffel? Das sieht aus, als wäre da ein kleiner Schnuffel im Hintergrund. Warum ist da ein Schnuffel? Ah. Du gehst schon? Na dann, tschüss. Nein, nein. Oh, winke, winke. Nein, ich gehe noch nicht. Keine Sorge. Ich bleibe hier noch. Ewig und drei Tage. Hoppsela. Eingang zu den Schlotterkompensiedler. Eingang zu den Schlotterkompensiedler. Und ja, die Musik ist schön. Wir sind derzeit alle ein bisschen angespannt. Wo ist hier? Nix. Auch hier ist nix. Ach, nichts als Scherereien, seit dieses Ungeheuer vorbeikam. Kein Rennen, keine Torte? Schlimmer könnte es echt nicht kommen. Du möchtest Souvenirs? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen, mein wertiger Freund. Na, gibt es hier vielleicht... Nö. Okay, der hat nichts... Der hat nichts Cooles. Dann laufen wir weiter in Shorts rum. Und für das andere habe ich noch nicht genug Münzen. Die Form deines Schnurrbads. Fast schön hypnotisierend. Um an den Rennen teilzunehmen, sollte dein Körper schön rund sein. Boah, ist ja noch fast. Irgendwie. Dieses Ungeheuer hat die leckere Zuckergusstorte gestohlen, die wir sonst als Preis für den ersten Platz vergeben. Ich habe Hunger. Dann hat es den Zugang zur Rennpiste versiegelt. Wir brauchen Powermonde, um wieder reinzukommen. Oh mein Gott, wir brauchen Powermonde. So, zufälligerweise gibt es hier genau vier Wege, und hinter jedem Weg verbirgt sich ein Powermonde. Das ist ja wie in einem Videospiel. Windige Höhle. Oh, ui. Eindeutig sehr windig. Ui. Und der Kollege kann auch ganz gut meine Feinde verscheuchen. So, ja. Ansonsten nutze mir aber leider nichts, wenn er da drin eingesperrt ist. Äh, so. Machen wir mal so. Und dann puste ich und huste ich. Wow. Ist gut, Kollege. Oh, die Münzen sind ja cool, aber, na gut. Lassen wir das. Ähm, so. Dann auch noch mal so hier pusten und pusten. Äh, Moment. Das sieht doch eigentlich so aus, als ob man... Dort oben ist nix. Aber das sieht so aus, als ob man das kaputt machen könnte, oder? Habe ich jetzt zu weit gepustet? Vielleicht habe ich zu weit gepustet. Ach, ist egal. So, die Viecher kann ich nicht kontrollieren. Leider. So. Aber den kann ich kontrollieren. Pusten. Das ist irgendwie... Ein befriedigendes Gefühl. So, mal gucken, was hier so geht. Ich kann Münzen einsammeln. Ach so, theoretisch kann ich... Das auch wieder ein bisschen so hinpusten. Genau, dann könnten wir... Könnten wir da noch mal hochgehen. Vielleicht mache ich das einfach mal. Einfach so Interesse halber. Und? Ah! Wer hätte es für möglich gehalten? Über einem stürmischen Bogen. Coole Sack. Oh, 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 oh. Ja, toll. Du wärst da oben raufgekommen, Hering. Okay. Für mich sah es zu weit aus, deswegen... Ging ja dann auch so. Was hat das denn noch so? Was ist denn? Okay. Uuuh. Ups. Wow. Das war knapp. Äh, Hilfe Ach Kannst du bitte weggehen? Danke Meine volle Ruhe Das funktioniert So, und nochmal Pusten Und pusten Es funktioniert Da wolltest du ihn kapern Aber Pustekuchen Aha, ja In der Tat Oh Ist das hier noch was cooles? Ne, ist es nicht Hätte ja sein können Guten Abend, Sensenmann TV Sind nicht mehr da Doch, irgendwie schon Glaube ich Damit Hätten wir das erste Die erste Barriere beseitigt Fehlen nur noch drei Die Macht der Monde Wird die Hindernisse öffnen So ist der Plan Schneebedeckter Berg Na, so oft bin ich Jetzt auch nicht gestorben, oder? Ich glaub ja Irgendwann nicht Oh Richtig schöner Pulverschnee Also theoretisch wissen wir Jetzt in jedem Fall Dass ich Hinter den Türen Nicht nur ein Mond Verbürgt Sondern es wird wohl Analog funktionieren Wie in einem anderen Raum auch Es werden wohl Zwei Monde sein Gutes Umgucken Wird also gelohnt Theoretisch Das hier interessant aus Oder nicht Ich weiß grad nicht Irgendwie sieht das interessant aus Ah Hinter dem schneebedeckten Berg Die Musik hat sich grad so komisch verändert Kann es etwa sein? Wir sind nicht alleine hier Die Zuckerguss-Torte gehört jetzt uns Anscheinend verbindet der Chef keine positive Erinnerung mit Torten Egal Unser Job hier ist jedenfalls erledigt Jetzt fängt der mit sowas an Verdammt Sehr intelligent Offensichtlich nicht ganz so einfach Wenn es rutschig ist Und du kommst zurück nichts an Wir sind mittlerweile in der Polarwelt angelangt Ich laufe immer noch mit Shorts rum Es funktioniert schon Irgendwie Man muss übrigens nicht wirklich auf die Hüte drauf springen Es reicht wenn man dann gegen sie gegenläuft Zum Glück Au Das Schneeberghindernis Tschö Umziehen wolltest du dich am Laden nicht? Nee Ja Gab ja nicht Das olle Crazy Cap Outfit oder wie auch immer das heißt Das ist jetzt auch nicht so So unfassbar prall Gehnender Abgrund Ja warum Soll denn hier ein gehnender Abgrund sein? In erster Linie sind doch hier nur Oh Oh Ah die Viecher waren lustig Man sieht nur ihren Schatten Und dann im nächsten Moment Schnappen sie nach einem Am befördern einen auch erstmal so ein bisschen nach oben Damit man sich umgucken kann Also eigentlich ganz praktisch Bisschen alles gut und einfach Hast du eigentlich den neuen Star Wars? Nein hab ich noch nicht gesehen Nein hab ich noch nicht gesehen Kann ich dementsprechend echt nichts zu sagen Hab mich aber schon mehr oder weniger komplett spoilern lassen Also ich weiß schon was drin passiert Ups Also weitestgehend Nicht jedes Detail Aber Das ist wichtig Zu glauben Ups Hier gibt's auch bestimmt noch was La 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 Seine alten Klamotten sind ja wohl nichts mehr wert Nein Die hab ich ja schon mal getragen Also Das macht mir ja bekanntermaßen so Klamotten sofort wegwerfen Sobald bin sie einmal getragen Das Eismauerhindernis Es geht sich auch wieder mehr oder weniger komplett aus Wenn ich jetzt beim letzten Hindernis wieder zwei Monde bekomme Dann für die letzte Aufgabe Na wird es auch noch einen Multimonde geben Also kriegen wir sogar noch ein paar Monde mehr obendrauf Das ist ja super toll Ähm Außerdem dafür ist aber natürlich Dass ich Jetzt und im folgenden Nicht zu viel Mist baue Und auch tatsächlich Ah Cooler Scheiter Und auch tatsächlich den zweiten Mond hin Der sich hier verbirgt Das war ja einfach Wer oder was hatte ich denn gespoilert? Ja ich hab mich selber gespoilert Weil ich mir so ein Kinomagazin dazu angeguckt habe Also Hier Halt Auf YouTube Im Video Wo sie über den Film geredet haben Und dann Hab ich es einfach laufen lassen Als sie dann mit Spoilern angefangen haben Weil es mich dann einfach ein bisschen interessiert hat Ich war mir halt selber nicht sicher Ob ich überhaupt dafür ins Kino gehen will Oder nicht Deswegen war mir dann eigentlich relativ Egal Irgendwie Fand ich jetzt nicht schlimm Aber das kann jeder handhaben Und da ist unser wunderbarer Munchen Und da ist unser wunderbarer Munchen Hu Hi Ha Hu Ill Natürlich Ey Oh ihr kommt hier hoch? Ich wollte mich eigentlich noch dort oben umgucken Aber okay Da ist eh nix Da ist eh nix Das ist jetzt lustig Weil es eine Videospielfirma gibt Die eh nix heißt Also Square Enix Ach ist egal Ist egal Ein Mond für dich Das Eiszapfenhindernis Der Schlotter Grand Prix Jetzt wird geschlottert Ja ich weiß nicht Dadurch dass ich schon den siebten Jetzt nicht so super prall fand Also den siebten Star Wars Film Ich fand ihn nett Aber jetzt auch nicht so super Mega special Ober awesome Ähm Dementsprechend war ich halt so Ja mein Gott Irgendwann gucke ich mir den Irgendwann gucke ich mir halt den achten Dann halt an Wenn er jetzt im halben Jahr Dann halt Äh Auf Wo auch immer zu sehen ist Amazon Prime Netflix Oder wie auch immer Und dann ist auch okay Aber so Und Rogue One Hab ich bisher auch noch nicht gesehen Ne Unser Preis Die Zuckergusstorte wurde gestohlen Stattdessen gibt es jetzt Einen Multimod Aber du bist eh zu klein Um gegen uns anzutreten Schnurrbartmann Ich bin zu klein Hm Für alles bin ich zu klein Uh Badauts Schneeflockenpiste Katzenmario Wui Hallo Hm Wir können das Rennen leider nicht starten Es fehlt ein Athlet Du kommst schneller um die Kurven Wenn du springst wie ein Flummi Timing ist alles Springe erst wenn du den Boden berührst Wir benötigen noch einen weiteren Athleten Auf diesem Weg gelangst du zurück Wui Wui Ich will endlich loslegen Ja Einer der Athleten kommt nicht aus dem Warteraum Warum dauert das so lang Gucken wir doch mal nach Ja weiß ich nicht So krass ist das jetzt eigentlich auch nicht Nightlife Ich konnte der Prequel Trilogie durchaus ein bisschen was abgewinnen Also Ich bin jetzt auch nicht einer der die irgendwie total in Grund und Boden hated Ich hatte mir da jetzt auch die Tage Einen etwas längeren Podcast Von ein paar Leuten dazu angehört und so Und da war ich halt auch so erstaunt Wie die wirklich Die Prequel Trilogie dann weitestgehend doch ein bisschen auseinander genommen haben Ich weiß nicht Irgendwie Ja Mein Gott Unter dem Strich Ja Es ist Es ist wie süß Hi wer bist du Rennen Nein ich will nicht Die anderen sind alle Vollprofis Da habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen Wenn nur jemand an meiner Stelle antreten würde Dann wäre ich aus dem Schneider Ja aber vielleicht Ha Boing Okay Kula 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 So Wir begreifen jetzt an der Stelle Dass das hier ein sehr lustiges Völkchen ist offensichtlich Wenn die sich sofort bewegen Na Halleluja Hui 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 Boing Buff Wie ein Flummi Gute Nacht Sensenmann TV Und Ebenfalls auch dir ein frohes Fest Na endlich Na endlich Jetzt können wir das Rennen starten Die Zuckergusstorte wurde gestohlen Darum gibt es für den Gewinner einen Multimod als Preis Bist du bereit für das Rennen? Ja Seit dem letzten Rennen ist eine Weile vergangen Darum beginnen wir mal mit einem Trainingsrennen Ich finde das Rennen ja irgendwie genial Boing Boing Diese Wesen sind generell irgendwie der Knaller Wuhu Boing Davon sollten sie mal ein richtiges Rennspiel rausbringen Ich weiß nicht Das hat was Hui Hui Ich denke mal dass wir jetzt für das echte Rennen bereit sind Wahrscheinlich ist ihm gerade schon schlecht geworden Wu Boing Boing Okay lass loslegen Training beenden Auf jeden Fall Schlotter Grand Prix Schneeflockenpiste Klasse A Bab 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 Okay Drei Runden Mal gucken wer am Ende siegreich sein wird Mir fehlt jetzt irgendwie noch ein flotter Kommentator Der das Ganze so ein bisschen begleitet Boing Hätte doch nicht drin sein müssen Wu Oh das war nicht so gut abgeprallt Ah Timing ist alles Timing ist alles Ah ja Boing 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 Oh 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 Die Strecke werden wir eh überarbeitet Ups Ein paar Mario-Kerze Oh Schaffe ich es vielleicht sogar noch ein paar überrunden? Das wäre ja der Knaller Na gut nicht ganz Oder doch vielleicht Ha Ich bin der strahlende Sieger Was für ein unglaubliches Rennen Man konnte dich fast nicht erkennen Du Überschallschneeball Der Multimod ist unser Preis Für den ehrenhaften Gewinner 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 Du hast mich verbesiegt Ja Und dann Hey wo kommt der Klempner in Unterhosen her? Ah ja Der Schlotter Grand Prix Geschafft Und jetzt macht es schneller Hering Ja Theoretisch Juhu die Sonne scheint Kalt ist es allerdings immer noch Jetzt kann man hier ein bisschen was sehen Der Schneesturm hat sich gelegt So Theoretisch ja Aber wir sind ja jetzt hier quasi fertig Deswegen Schiff auftanken Und ab in die nächste Welt Go 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 Wir haben ja noch ein bisschen vor uns Die Odyssee ist leistungsfähiger 117 Monde schon Wir gehen ab wie nix Auf ins Schlemmerland Bowser kann nicht Bowser kann nicht auf ewig vor uns Davon laufen Okay Irgendjemand schrieb vor Whole Cake Island Schlemmerland ist glaube ich Sowas ähnliches Aber wenn es die Zuckerguss Torte jetzt schon im Polardingens gab Was braucht Bowser dann aus dem Schlemmerland? Das Hauptgericht Zur Hochzeit wird es also auch eine Zuckerguss Torte geben? Aber nicht wenn wir die Bande vorher abservieren Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen Du weißt aber Ja ja One Piece Reisetipp Hechtsprung Wenn du richtig weit springen oder noch schneller als es beim normalen Rennen möglich ist sein möchtest Dann renn, duck dich und spring Du machst einen Hechtsprung und hüpfst davon Das wird uns bestimmt weiterhelfen Wir sind auf dem Weg ins Schlemmerland Hier steht, dass dieses Land bekannt für seinen auf einem Vulkan zubereiteten Schlemmer-Eintopf ist Also wirklich der Hauptgang Echt feurig Schlemmerland Schlemmerland Wir liegen verdammt gut in der Zeit Ja Dafür, dass wir uns eigentlich nicht mal ein Ziel gesetzt haben Also was heißt verdammt gut in der Zeit? Ich weiß doch gar nicht Was glaubt ihr denn, wie lange es dauert? Die Broodlets als Vorkoster Ihr müsst wahrscheinlich sowieso morgen alle früh raus, ne? Deswegen sollte ich mich extra beeilen Ich meine, wer wird denn nach Mitternacht hier noch bei mir sein? Die Broodlets sind da Oh no Nicht die Broodlets Ich brauch 18 Munde Ernsthaft Das ist schon ein bisschen Ein bisschen was, was ich jetzt tatsächlich hier so organisieren muss Ihhh Ah Achso, ich hab mich schon gefragt Wozu die ganzen Goombas Das erklärt vieles Ähm Flup 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 Also spätestens Mitternacht Ja, ja genau Ihr habt ja morgen ein wundervolles Weihnachtsfest vor euch Oh ja gut Oh ja gut Oh ja gut Oh God Oh ja gut Ach 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 Oh ja gut Guck Du 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 Hallo du kleiner Mond Du Vielleicht schaffen wir noch den Weltrekord Any% Ich glaube ja nicht Da hätte ich schon vor drei Stunden fertig sein müssen. Mindestens. Ups. Okay. Ich habe Zeit. Kannst du so lange machen, wie du willst. Okay. Kriegen wir hin. Wir haben echt tonnenweise Schlemme-Eintopf für das Hochzeitsessen des Chefs mitgehen lassen. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen. Aber erst, wenn ich mit dir fertig bin. Der andere Brudel, den wir beim letzten Mal besiegt haben, der ist übrigens irgendwie weg. Also, der ist endgültig tot. Zeigst du jetzt eigentlich am Ende noch das letzte Bonus-Level? Ja, kommt darauf an, wie wir dann zeitlich liegen, ne? Und wie ich mich dann fühle. Da wir ja anscheinend noch ein bisschen brauchen werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich bin mir halt wirklich nicht so sicher. Scheiße. Insbesondere, weil wir dann halt etwas machen, was ich... Nicht mal... Nicht mal kennen. Oder ich kenne es halt nicht. Das ist für mein Hauptproblem damit. Ich dachte, ich könnte auch wieder rausspringen. Was? Ich werde so weit zurückgesetzt? Och, komm. Come on. Warum? Warum? Warum spielen? Warum? Wow. So. Neuer Versuch. Überspringen. In roten Bohnen müssten Herzen sein. Ach so. Okay. Gut zu wissen. Danke. Und ich bin mir nicht mehr so... Wie? Sind das Killertomaten? Ja, so ähnlich. Angriff der Killertomaten. Ich kenne übrigens nur die Zeichentrickserie dazu. Ich weiß, dass die irgendwie auf einem... Trash-Horrorfilm basiert. Der irgendwie ja einen gewissen Kultstatus erreicht haben muss. Und das kann ich mir nicht erklären, warum sie dazu eine Zeichentrickserie gemacht haben. Ich weiß nicht mal mehr, worum es in der Zeichentrickserie überhaupt geht, aber die müssten dann ja auch komplett für Trash gewesen sein. So. Geh doch. Angriff der Killertomaten ist doch ein lustiger Film gewesen. Ich habe ihn wie gesagt nie gesehen, ich kann nichts dazu sagen. Also, ein Mond für dich. Die Brutal ist als Vorkoster. Eintopf, Eintopf. Wir organisieren uns einen Eintopf unter den Käsefelsen. Mhmmm, yum yum Käse. Dafür, dass die Zeichentrickserie nie in Deutschland ausgestrahlt wurde? Nee, das kann nicht sein. Also, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die als Kind gesehen habe. Also, ziemlich, ziemlich sicher. An so einen Scheiß aus meiner Kindheit erinnere ich mich eigentlich. So, was ist das hier unten? Ich... Wir brauchen Monde. Äh... Interessant. Okay. Weniger interessant. Nichts, ob eine Seele ausgeführt hat. Du tu, du, 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 du. Doch wurde sie, ich hab sie auch gesehen. Mit der kleinen Knuddeltomate. Hm. Dumm doch für die Kinder, was dabei ist. Oh. Feuer überhaupt gar nicht geachtet. Eieieieiei. Äh, B5. Okay. Huhi. Okay. Ähm, irgendwie... Achso, ne, da ist der letzte Mund. Alles klar. Alles Klärchen. Aha. Stammfattackensprung funktioniert tatsächlich. Bin begeistert. Ui. Angreif der Killertomaten ist exakt der gleiche Film wie Mars Attack. Mhm. Sogar mit dem gleichen Twist. Nur halt nicht wirklich gut. Aber das Geräusch der Tomaten ist legendär. Es kann sein, dass ich Mars Attack mal gesehen habe. Als der mal auf RTL 2 lief. Oder so. Mars Attack ist doch... Ende der 90er oder 2000 oder so. Gab's den da? Also, ganz schrecklich alt ist er noch nicht, oder? Willkommen auf der Schmausspitze. Der Ort, an dem kulinarische Träume wahr werden. Ich würde dir nur allzu gern alles zeigen. Leider steht uns momentan die Brühe bis zum Hals. Ich unterhalte mich hier mit einer Gabel. Okay. Hallo. Der Vogel da oben ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich unseres Topfs bemächtigt. Und auch noch ausgerechnet dann, als wir einen Nachschlag unseres berühmten Schlemme-Eintopf zubereiten wollten. Schlemme-Eintopf. Alle hatten sich schon so darauf gefreut, sich nochmal ordentlich die Bäuche vollzuschlagen. Mars Attack ist von 96. Okay. Ah, gut. Ja, Ende der 90er. Ja, ja. Irgendwie so. Laut Wiki lief die Zeichentrickserie nur in Amerika. Also, warum kennen wir diese Serie nochmal? Dann lügt das Wiki. Dann haben das Leute geschrieben, die obsensichtlich keine Ahnung haben. Ich meine, es wird schon seine Richtigkeit haben. Früher war es total einfach, den Berg hochzukommen. Aber jetzt ist der Fahrt zur Spitze völlig unbrauchbar. Die einzige Möglichkeit, jetzt zum Eintopf zu kommen, ist irgendwas mit Flügeln als Fortbewegungsmittel zu nutzen. Flügel wirst du ja kaum wachsen lassen können, hä? Wir werden sehen. Oh, was haben wir denn hier? Eine goldene Rübe. Die werfe ich in den Topf. Und bekomme dafür einen Mond. Du, du, du. Goldrüben Rezept 1. Ja. Wenn ich jetzt normale Rüben allerdings dort reinwerfe. Das meine Rüben könnte einen jetzt an der Stelle irgendwie an Super Mario Bros. 2 erinnern. Also, das Mario Bros. 2, das wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das nur Hommage sein soll. Wahrscheinlich eher nicht. Aber nein, das ist irgendwie witzig. Wir haben neue Artikel bekommen. Wie zum Beispiel... Das total lustige Clowns Outfit. Alle Leute lieben Clowns, oder? Ihr liebt doch auch Clowns. Na, 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 na. So. Um der ganzen Sache eine gewisse Ernsthaftigkeit zu verleihen, unterstreiche ich mein Auftreten ab sofort als Clown Mario. Ich bin Clown Mario und ich mache alle Kinder froh. Ob ich mir hier oben etwa einen Lenz mache? Ich habe zuerst gelesen, einen Lenz mache. Warum sollte er sich einen ehemaligen... Wir hätten das Moderator machen. Hm. Ups, Ups. Mond. Hallo Pennywise Mario. Yay. Ich bin ein lieber Clown. Ich habe Kinder nur ein bisschen zum Fressen gern. Wow. Das sah jetzt sehr hübsch aus, aber wer sammelt die Dosen im Nachhinein bitte wieder auf? Hä, hä, hä? Spiele eine Runde Jackpot, das Spiel, das von der Brutzelebene aus die ganze Welt erobert hat. Zehn Münzen bekomme ich von dir für ein Spiel. Wie wäre es mit einem Ründchen? Wenn du gewinnst, wink dir ein Mond. An deiner Stelle würde ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Spielen. Jackpot kann beginnen. So. Mh, mh. Ja. Okay. Jo. Okay. Wow, das war ein bisschen knapp. Den habe ich nicht mal anvisiert, aber schön. Okay. Schwein gehabt. Kinder sind ja auch schwer verdaulich. Omnomnom. Jetzt erstmal so ein kleines Kind. Ach. Wäre das Leben nicht schön. Möchtest du einen Tipp zu dem Minispiel Gering? Weiß ich nicht. Ich hätte es zu spät. Es geht ja auch so. Es geht bestimmt einfacher. Aber es geht auch so. So wie ich es gezeigt habe. Lups. So, was geht hier so? Gar nichts geht hier. Ich kann mich in einer Blubbermasse fortbewegen, was sehr, sehr cool ist. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang will. Vielleicht sollte ich erstmal... Vielleicht ist das... Upsala. Sehr, sehr dumm, was ich gerade tue. Scheint eine Sackgasse zu sein. Das ist vollkommen richtig. Ich sollte erstmal die normale Story des Landes machen. Bevor ich mich mal irgendwie irgendwelchen Unflug beschäftige. Hol ich mir die Fahne? Ich hole mir die Fahne. Ich brauche diese Fahne niemals. Aber ich hole sie mir trotzdem. Die Salzhaufen Insel. Einziger riesengroßer Salzhaufen. Irgendjemand hier hingestellt hat. Die lassen sich doch noch Monde finden, oder? Willkommen zurück, Nico. Was ist das hier für eine Welt? Und... Do dey, do dey, do dey. Schnipps. Und Schnipps. Ha? Und Schnipps. Und... Irgendwie... Ja, ne... Achso. Eigentlich sollte man das anders machen. Das ist okay. Plup. Plups. Ui. Weg. Okay. Wow. Puh. Das wolltest du nicht. Okay. Das war noch nicht alles. Per Gabel zum Gipfel. Ha. Ich wusste es nicht. Huh. Boing. Das war so eindeutig. So unfassbar eindeutig. So unfassbar eindeutig. So unfassbar eindeutig. Deswegen ist es so ein bisschen... Warme Erdbeer Milch. Sehr heiße Erdbeer Milch. Flup. Flup. Ich hab noch Schuppen Milch. Flup. Flup. Da oben ist auch ein Mond. Flup. 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 So. Wer bist du? Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben, um unserem Schlemme-Eintopf den letzten Pfiff zu verleihen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über dem Vulkan es sich schnappen wird. Du fragst dich, worin es mariniert ist? Ganz einfach, wir legen es in Salz ein, bevor wir es dem Gericht hinzufügen. Das ist ja genial. Das verleiht dem Ganzen noch etwas mehr Pfiff. Köstlich. Oh mein Gott, es sind Bratpfannenbrüder. Also nicht Hammerbrüder, weil sie werfen halt Bratpfannen. Das sind deswegen die Bratpfannenbrüder. Ups, ups, ups. Oh, ii, ah, uh, ah, ah. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Ich hätte mir jetzt noch was beim rumsehen können, weil ich dem 조금 keine vermessen bin. Ah, hier ist einer. Das ist offenkundig ein toller Ebel, der man irgendwie bezitigen kann. Ich glaube, irgendwie... Wenn man das hier ein bisschen frei weg... Ah, beziehungsweise Münzen sind hier. Gucken, ob hier noch mehr ist. No, nicht der Käse. Doch, der gesamte Käse. Er muss weg. Käse, Käse. Außer Käse nichts gewesen. So. Ähm. Aha. Das war absolut relevant, was wir hier getan haben. Offensichtlich. Wow. 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 Hering, spielst du noch die Resensiven DLCs? Ja. Ich weiß nur noch nicht wann. Unter den Käsefelsen. Babadababab. Hering macht Löcher in Käse. Topf auf dem Vulkan. Tauch ein. Das ist aber ein großer Vogel. Fahrt zum Pökel-Plateau. Diesen Namen. Da weiß man doch wieder, warum man Nintendo-Spiele spielt. Es ist so schön und herrlich. So. Was ist denn das gut, Kollege? Hui. Hui. Oh. Ah. Hier ist eine kule Tür. Hier ist wieder jedem eine Käse. Achso, das ist eine Goldrübe. Joa. Da habe ich jetzt aber keine Lust, die... die zurück zu bringen. Ja. Okay. Das sieht sehr... specialmäßig aus. Wabbel, 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 wabbel. Wir wollen umgucken. Wer weiß, wo es ist. Hopsala. Wow, wow, wow. Mal langsam mit den jungen Pferden. Äh. Moment. Hops. Einmal bitte so. Und einmal bitte so. Und dann machen wir jetzt folgendes. Wir springen mit unserem Feuertypi hier rüber. Und können dann in den Glipsch der Tomate hinein. Um dann hier so hoch und dann diese Banane einzusammeln, hätte ich fast gesagt. Man. Wer auch immer damit angefangen hat vorhin. Um den Mond einzusammeln. Uh, Banane. Bananarama. Äh, so. Düb, düb, düb. Düb, düb, düb. Äh. Was tun? Zicke, zicke, rechts herum. Zicke, zicke, links herum. Uh, der Affe freut sich. Ja. Genau das. Düb, düb. Und wenn der Affe sich freut, dann freuen wir uns doch alle. Ist hier noch mehr? Ne, irgendwie nicht. So. Das ist doch mal ein Sprung. Den lobe ich mir. Und hui. Wow. Wie auch immer. Was auch immer. Ist egal. Hauptsache geschafft. Und bam. Hering spielst du auch wieder etwas zu Silvester? Äh, momentan sieht es so aus, als ob... Zumindest den Tag... Also am 30. Aber wahrscheinlich werde ich nicht am 31. Und auch nicht am 1. Streamen. Also... Weil... Nö. Die Sache ist halt direkt am... Äh... Ja. Also ich kann nicht kurz nach Mitternacht dann wieder streamen, falls irgendwie darauf der ein oder andere spekuliert. weil das mir dann doch ein bisschen zu doof und anstrengt. Äh... Ich hab ja dann nur den... Den ersten quasi zur Erholung und Regeneration und am zweiten muss ich direkt wieder arbeiten. Deswegen... Das würde ich mir offen gesagt nicht so stressig und blöd gestalten wollen. Deswegen darf ich lieber am 30. Nächsten halt schön streamen und dann... Dann ist gut in diesem Jahr. Denk ich mir so. Uppi-dupp. Pökel-Plateau. Ah. Sehr viel Salz. Boing. 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 Wo will ich jetzt eigentlich hin? Achso. Oh nein. Wir sind ein Stück Schinken und wir werden entführt. Uh. Das ist mal ein schöner Schlemmer-Eintopf, oder? So lobt man sich das. Und? Das war einfach als gedacht. Ich dachte, wir müssen noch gegen den Vogel kämpfen. Ein Multimond für dich. Topf auf dem Vulkan. Tauch ein. Ah. Okay. So viel dazu. Er macht eine gute Figur so als Clown. Er fällt in diesem Abenteuer so oft von oben runter. Er kann einem Nuller tun. Den Magma-Fall hinauf. Wahnsinn. Bis hierher geschleudert? Das ist mal ein Vulkan mit richtig schlechter Laune. Krass. Der Vulkan spuckt immer noch Lava. Und wir haben immer noch nicht genug Monde. Yay. Mehr Vulkan-Action. Die Explosion hat alles zerstört. Das ist schlecht und schlimm. Achso, Moment. Da kann man nicht... Hi, wer bist du? Ah. Ein Feuerbruder. Ah. Okay, sucht dazu. Entzünde die beiden Flammen. Das war jetzt fast schon zu simpel. Ähm. Und nu? Da gibt es doch bestimmt noch ganz, ganz viele sehr einfach zu erreichende Monde. Da hat sich ein bisschen was an der Umgebung verändert. Ach, Feuer! Plops. Wollte ich hier heben. Keine Ahnung. Wah! Geht auf. Seid nicht so geschleudert. Lalalalala. Arbeit so hoch. Geh mir aus den Augen. Geh. Ist aber nicht so frech. Oh. Acht-Bits-Clown-Mario. Im Kampf gegen die Hammer, Brüder. Hübsch, hübsch. Einfach nur hübsch. Ups. Oh. Ich möchte euch einsammeln. Einfach so. Aus Prinzip. Hier noch irgendwas. Nur Energie. Passt schon. So, wo kommen wir hier? Ah. Das sieht cool aus. Sag ich jetzt einfach mal so. Hat man hier irgendwie... Nö. Wäre auch zu schwimmen. Einmal hübsch. Und nochmal hübsch. Und hübsch die hübsch. Ups. Okay. Achso, Moment. Ah. Alles eine Frage der Perspektive. Äh. Hui. Ein Mond für dich. Alkoven hinter den Magma-Säulen. Ja. Whatever. Und... Too easy. Piece of cake. Bin mal gespannt aus, wie viel in der Kostüme sie neue Amiibos machen. Na, dafür ist der Zug, glaube ich, schon abgefahren. Sie haben schon exklusive Amiibos für das Spiel gemacht. Und ich glaube, dabei belassen sie es auch. Chefgok. Konfrontation. Na, das machen wir noch, oder? Dann hat die Welt wenigstens auch sowas ähnliches wie ein Abschluss. Södele. Hauptsache. Huh. Hi. Ha. Geh ich überhaupt nicht richtig? Ich weiß es nicht. Huh. Achso. Ah. So bewegen sich die Plattform. Ah, dahinter sind die Schatztruhe. Okay, da wäre vielleicht noch ein Mond drin gewesen oder so. Man weiß es nicht genau. Hilfe. Hilfe. Oh. Toll. Das will ich doch alles gar nicht. Ach, Mann. Warum ist hier so viel los? Ups. Hui. Gib auf die Plattformen da oben acht. Die überschlagen sich gerne mal. Das ist aber nicht nett von den Plattformen. Zieh mich zurück und... Ja, genau. Können wir da nicht wunderbar... Wo soll ich abkürzen? Ist hier nicht... Aber... Theoretisch... Kann man doch einfach so machen. Ah, das ist die Plattform, die sich überschlagen. Sehr hübsch. Oh. Iiget. Was ist das denn? Zu viel Gemüse. Ah. Als ob das sein müsste. Jo. Ah. Okay. Jetzt ergibt das mit den sich überschlagenen Plattformen. Jetzt ergibt das viel mehr Sinn. Jetzt kommen wir hier bequem herüber. Hilfe. Oh. Gih. Nicht aufgepasst. Na toll. Schön vergeigt auf den letzten Metern. So. Was geht hier? Gar nichts geht hier. Am Ende des Spitzenfahrts. So. Wann wird das an die Energie wieder aufgefüllt? Wird... Wenn man so eine Fahne durchquert. Und blubst. Solange er den Vogel nicht besiegt hat, kann er nicht reisen. Sicher? Nö. Eigentlich hat es damit nichts zu tun. Weil ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, dass ich diesen Endgegner hier ausgelassen habe. Damals. Auf meiner Odyssee. Also ich hatte ihn zuerst ausgelassen. Weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon viel zu viele Monde. Und dementsprechend konnte die Odyssee schon weiterreisen. Und das war kein Problem. Ich lasse mich jetzt an der Stelle ein Glück noch. Ich bin da meinetwegen, dass es egal ist. Prima. 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 Puh. genau so voll widerlich die ganze zeit und ich dann sein naja seinen ausküssen entgegen schwimmen was für ein leckerer eintopf ja ich kann mir auch nichts schöneres vorstellen so ok ja das ist jetzt das coolste wenn er diese komischen plattformen ok ja ich finde das jetzt auch gerade perspektivisch irgendwie nicht so hundertprozentig einfach so und na danke schwein gehabt und schon haben wir ein bisschen hühnchen als beilage ich mag hühnchen clown mario freut sich konfrontation konfrontation ich kann nicht mehr lesen es tut mir leid wir haben ihn besiegt wir haben ihn besiegt ja 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 so und weiter alles klar da mal bowser hinterher dupdidup odyssey auftanken und es fehlt nicht mehr viel leute es wird nicht mehr viel guckt euch mal diese segel an guckt euch mal diesen wunderbaren ballon an die odyssey ist leistungsfähiger wir haben es bald wir haben es bald wir haben es bald es ist 23 uhr und wir haben es bald jetzt können wir bausers land reisen ein moment mal der kerl hat auch noch sein eigenes land wir reisen jetzt in das bowser land bowser land bowser land bowser land bowser land klauen das ist so toll da er sich die mühe gemacht hat den schlemmereintopf mitgehen zu lassen hat er wohl einige gäste zu beköstigen wo wir gerade ein bisschen zeit haben können wir ein paar kleinigkeiten nachlesen reisetipp dreisprung wenn du rennst und richtig hoch springen möchtest springe dreimal hintereinander mit guten timing dein dritter sprung in diesen drei sprungen trägt dich extra hoch hinaus also springen mit rhythmus im bein das wird uns bestimmt weiterhelfen so zurück zu unseren recherchen als nächstes hätten wir war der browser in bausers land ist der browser ich habe plötzlich ein ganz mieses gefühl bei der sache ich habe plötzlich ein ganzes mieses gefühl bei der sache ein ganzes ja wackelt hier etwa alles warum okay und ab jetzt wird es komisch hallo äh hi mal sehen wie dir das hier schmeckt klemmten allein wow wow Ja. 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 Ruinenland. Schuttlingen. Ich hab's geahnt. Die Odyssee ist schon wieder beschädigt. Wir sollten Power-Monde sammeln, um sie zu reparieren. Hier in dieser trostlosen Ödnis. Die einem Dark Souls Spiel entsprungen sein könnte. Also in dem Moment war ich wirklich geflasht, als ich das das erste Mal gesehen hab. Und ich hab mir so gedacht, was zur Hölle ist denn jetzt bitte los? Also, warum? Wieso? Weshalb? Und überhaupt? Und sowieso? Gibt doch alles hinten und vorne keinen Sinn mehr. Aber okay. Ist erstmal nett. Äh. Kann man sich drauf einlassen. So. Schauen wir uns mal weiter um. So. Ja gut, toll. Hier kann ich noch nix machen. Dups. Dups. Hier noch irgendwas tolles. Gut, dass du das Clowns-Kostüm hast. Ja, das ist jetzt super passend natürlich. Nächste Woche könntest du ja auch Dark Souls durchspielen. Ja, genau. In der antiken Schatztruppe. Hier fehlt mir noch ein Mond. Und ich weiß nicht, was das Spiel da von mir will. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon alle Monde habe oder nicht. Dup, dup, dup. Ah. Stroh. Hi. So, ähm, und jetzt kämpfen wir gegen einen riesigen, gigantischen, furchtbaren Drachen. Ja klar. Ja klar. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Darf man sich an der Stelle zurechtfragen. So. Okay. Was er genau jetzt macht, weiß ich nicht, weil offensichtlich ist er dann eingeschlafen. Aber so können wir ihn hier fest passieren. Wie nehmen das sechsjährige Kinder auf, die das Spiel unter Umständen spielen? Ich weiß nicht, die sehen, glaube ich, einfach nur, dass da ein großer Drache ist, der besiegt werden soll. Der sieht halt nicht gerade knuffig aus, ne? Wie man es halt nimmt. Er ist lila. Das hilft vielleicht. Vielleicht. Wir schaffen das. Yo, wir schaffen das. Ja, der würde super gut in so viele andere Spiele reinpassen, aber ich bin an Mario spielen. Oh, danke für das Herzen. Oh, danke für das Herzen. Oh, so vielen Dank für das Herzen. Boah. Boah. Und bam. Vielleicht haben sie hier auch ein bisschen herumexperimentiert. Die wollten mal gucken, wie der Look so ankommt. Und nächstes Jahr beschreibt uns Nintendo dann sowas Nintendo Dark Souls mäßiges. In genau dem Look. Wer weiß. Ein Multimon für dich. Kampf gegen den Herrn der Blitze. Und weg. Ja, das war die ganze Welt. Prinzipiell war das die ganze Welt. Im Nachhinein kann man dann natürlich nochmal hier hin. Und dann kann man hier und da so ein paar kleine Sachen machen. Aber, ja. Das war es im Endeffekt. Wäre halt interessant gewesen. Also, wenn sie sich getraut hätten, wirklich eine richtig, richtig vollwertige Welt draus zu machen. Aber nun gut. Es war kurz, ja. Ein bisschen zu kurz. Aber nun gut. Zumindest funktioniert jetzt unser Schiff nun wieder. Das war jetzt eine ziemlich unerwünschte Unterbrechung. Aber hey, immerhin haben wir das Schiff repariert. Also halb so wild. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Ich finde es toll, dass Mario die ganze Zeit so geduldig ist. Reisetipp, seitlicher Salto. Dreh dich schnell in die entgegengesetzte Richtung und springe, um einen seitlichen Salto zu vollführen. So nutzt du dein Renntempo, um seitwärts hoch in die Luft zu springen. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Also, vor uns liegt Bowsers Land. Architektur, Statuen, Bowsers Festung. Der hat eine eigene Festung? Wir müssen Tiara und Peach unbedingt helfen. Was war eigentlich kaputt an dem Schiff? Alles. Es war ein Trümmern. Es wurde elektrifiziert. So, Bowsers Land, Bowsers Festung. Bowser, Bowser, Bowser. Bowser, wohin man sieht. Schleich dich in Bowsers Festung. Okay, das Ganze wird eine Stealth-Mission. Ich darf nicht gesehen werden. Nein. Es ist unausweichlich. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich fürchte auch. So. Also dann. Auf geht es. Wir treten an. Gegen... Oh, wir werden erwartet. Ja, es sind Goombas mit Plätzchen auf dem Kopf. Ne, ernsthaft, was ist das? Sind das Plätzchen? Sind das Sitzkissen? Das sieht komisch aus. Warum tragt ihr sowas? Ich verstehe das nicht. Aber man kann euch sehr hoch bauen. Das ist cool. Ups, Ups, Ups. Dup, di, du, du. Ah. Deswegen kann man euch so hoch bauen. Ups, Ups. Strohhüte. Natürlich. Das sind Strohhüte. Goomba-Turm über der Mauer. Das sind Strohhüte. Also Plätzchen. Ja, ja, ja. Genau. Eindeutig Plätzchen. So, was ist hier? Nix ist hier. Ich sollte es vermeiden, mich zu viel umzugucken, oder? Das ist nicht gut. Ich sehe schon wieder, äh, die Bildunterschrift unter diesem Level. Zu wenig Fortschritt in zu großer Zeit. Die Gegner hier finde ich übrigens klasse. Diese tollen Vögel. Denn, ähm, zum einen kann man mit ihnen ganz toll die Gegner pieksen. Und zum anderen kann man mit ihnen auch sich so ganz toll an so mancher Mauer entlang bewegen. Und dann so ein bisschen, ja, nach oben, äh, befördern. Das ist voll klasse. Das ist eine super tolle Fähigkeit. Irgendwie auch, äh, charmant und, äh, kreativ und weiß nicht. Das bereichert das ganze Level im Endeffekt. Weil man jetzt so viele zusätzliche Areale hat, wo man eben hingehen kann. Weil man sich mit diesen Vögeln jetzt einfach überall so zack, zack, zack. Also das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Dips, dips, dips. So. Hier noch irgendwas? Noch keine Ahnung. So, und weiter geht's. Checkpoint. Was mach ich mit dir? Mit dir mach ich auch gar nichts. Ah. Hilfe. Oh, oh. Oh, oh. Ja, es war so klar. Oh, nee, ist ja geklappt. Oh, danke. Das sind Reishüte. Also sowas ähnliches wie Plätzchen. Ja, bei mir auch, Edna. Aber das ist ja irgendwie auch das Coole. Man freut sich dann ja auch immer sehr, wenn man's geschafft hat. Also von daher. Passt das schon. Ich bin böse. Und ich stampf dich. Ich hau dich. Ich bin aber ganz leicht zu besiegen. Ha. Hm, hm, hm. Dupf. Tschö, Nico. Yahoo. Ein Mond für dich. Schleich dich in Bowsers Festung. Ach, jo. Cleverer Bombeneinsatz. Wir sind noch lange nicht fertig. Und bei dem Clowns-Kostüm kommen sich die Gegner wahrscheinlich nochmal extra veräppelt vor. Können wir mir vorstellen. Und ja, der Soundtrack ist auch hier wieder schlimm. Mittelhof. Noch ein Grund, die Vögel cool zu finden. Man kann ihnen nun so wunderbar die Bomben durch die Gegend kicken. Das ist auch etwas sehr, äh, sehr, sehr Schönes. Das ist gut organisiert. Der Schnabel funktioniert aber natürlich nicht bei jeder Wand. Also, ähm, diese massiven Stahlwände hier. Da kommen wir mit unserem Schnabel nicht rein. Sollte man also ein bisschen drauf achten. Okay, hier sind überall nur Münzen, Münzen, Münzen. Jede Menge Münzen. Ist alles doch okay. Gehen wir mal weiter. Ich versuche jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr aufs Tempo zu drücken. Ups. Nämlich absolut kein Gefühl mehr dafür, wie, wie groß die Festung und dem Strich ist. Oh, hier unten ist glaub ich irgendwas. Ups. Moin. Moin. Soviel zu, ich drück aufs Tempo. Okay. Nur Münzen? Das wäre seltsam. Sieht doch so hier viel zu krass aus. Aha. Düp, 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 düp. Schatz im Turm. Ah. Und schon sind wir hier. So, wo sind jetzt aber die restlichen Monde? Einen sehen wir dort hinten. Und hier sind noch mehr Münzen aller Art. Und da sind noch mehr Münzen aller Art. Achso, Moment. Ha. Das war so klar. Ob es noch etwas mit einer Kleidung aus dieser Welt was wird? Vermutlich nicht. Aber wir können uns ja sonst im Shop für die normalen Münzen noch was kaufen. So ist es ja nicht. Damit wir nicht gänzlich als Clown das Finale des Spiels bestreiten müssen. Cleverer Bombeneinsatz. Konfrontation mit den Broodals. Oh yeah. Fette goldene Bowser-Statuen. Wo nimmt er nur immer diese Ideen her? So, hier ist der Shop. Viel Spaß. Sie dürfen nochmal einkaufen. Kleiden sie sich gut. Hier ist das Finale schon Reichweite. Na, ein bisschen ist schon. Ein bisschen. Ja, gut. So viel dazu. Okay. Äh. Brr. 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 Piraten Outfit. Danke. Brr. 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 So, Bowser. Arr. Ich werde dich Kiel holen lassen. Arr. Okay. Hätten wir das geklärt. Hui. Lustig. So, wer bist du? Achso. Wenn du sehen willst, was da drin abgeht, musst du dich schon mit mehr Hingabe deinen Klamotten widmen, mein Freund. Du siehst nicht gerade wie ein Samurai aus. Du aber auch nicht. Nur weil du so einen komischen Helm auf hast, das macht dich noch lange nicht zum Samurai. Das tut mir leid. Äh. Okay. Das hier wirkt irgendwie seltsam. Oh. Okay. Dops, 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 dops. Dops. Ähm. Ah. Lustig. War jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt davon, ob ich wirklich die richtige Statue genommen hab. Aber okay. G-So in einer Reihe. Ups. Ups. Ta-ta. Haupthof. Eingang. Ähm. Kämpfen. Wusste nicht, dass man die kontrollieren kann. War jetzt auch nur geraten. Ja, das war's für mich. Yep. Die Hochzeit steht kurz bevor und der Chef macht sich da vorne im Turm schick für das große Ereignis. Ihr beiden macht euch aber besser schnell aus dem Staub, denn ihr steht nicht auf der Gästeliste. Ich hab die Fahne nicht aktiviert. Das ist jetzt schlecht. Dann sollte ich wohl besser nicht sterben, oder? Das ist nur so ein Gedanke. So, sie hat jetzt zwei dieser Dinger. Das ist ja doof. Der ist ja nervig, so, Mädel. Was machen wir denn jetzt? Boin. Ah. Das machen wir. Okay. So. Hm. Guck mal, ob ich auf die Art noch einen Treffer hinbekomme. Gerne. Nee. Irgendwie nicht. Okay. Leider nicht. Boah. Wo knallst du die denn hin? Viel zu weit weg von mir. Ach. Unnötig. Treffer versenkt. Nee, wir werden mehr als 20 Minuten brauchen, Maxi. Mehr als 20 Minuten. Also, außer ich höre 20 Minuten einfach so auf und sage euch dann, okay, Leute, tschüss. Ich hab die Fahne doch aktiviert. Hä? Bin verwirrt. Ho, ho. Der Chef hat nicht übertrieben, als er meinte, ihr werdet hartnäckig. Das macht aber gar nichts, denn ich werde der Familie der Brutals alle Ehre machen und euch ausmerzen. Du, 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 du. Boin. Sollte meine Kommentare weiter beim Shop? So. Ja, okay. Das war jetzt aber dann auch wirklich nicht eindeutig. Also. Da sind ja so viele Fahnen, wo sie sich das wissen. Aber gut. Okay. Okay, das ist... Äh. Ich glaube, ich stelle mich gerade nicht sehr klug an. Ich kann mich auch täuschen. Ich werde gleich sterben. Ich werde definitiv gleich sterben. Wow. Zu viele Hüte. Zu viel. Man könnte das vermutlich relativ einfach deichseln. Wenn man sich nicht treffen lassen würde. Ich muss jetzt aber nur den einen wieder machen, oder? Ja, es sieht so aus. Gut. Ach komm. Okay, das war benötigt. Wie ich auch lieber Gegner liebe, die sich nur... die sich auch beschränken, einen einfach nur berühren zu wollen. Obwohl sie de facto eigentlich nichts Gefährliches an sich haben. Was nichts Gefährliches. Scheiße. Nein. Nein. Mein Momentan kommt er mir einfach nur mit seiner ollen Flauze entgegen. Kann mir auch keiner erzählen, dass er schaden macht. Jetzt spiele ich aber auch wirklich so ein bisschen... ...nicht gut. Das ist schon richtig. Das wäre cool, wenn irgendeiner in dieser Fusion noch mal besser hinterlassen kann. So, lass mich raten. Jetzt, jetzt, jetzt. Äh genau, kommst du nicht zum Kram? Wow. Huh. Bap, 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 bap. Okay. Ähm. Na gut. Ich das... Ich wollte. Ähm. Neuer Versuch. Stell ich mich so an. Er ist nicht schwer. Er ist de facto nicht schwer. Oh. Huh. 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 So. Ach komm. Ernsthaft? Huh. 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 Abstand halten. Abstand halten. Und ein paar Hüte platt machen. Ist noch nicht so schwer. So, jetzt machen wir einmal so und dann zicke zacke ganz schnell weg. Und dann machen wir wieder so und so und so und wieder zicke zacke ganz schnell weg. Und dann machen wir so und so und so und so. Ups. Und dann machen wir so und so und so und so. Und dann machen wir so und so und so und so und... Tünne. Wie viele Welten gab es bei Super Mario 64? 15. Es gab 15 Welten. Und ja, Faura, ich musste jetzt irgendwie auch an die Rabbids denken. Es stimmt. Es stimmt total. Abrechnung in Bowsers Festung. Es sieht toll aus. Jo. Dann. Auf. Rein in die gute Stube. Endlich. Wir haben den Haupthof erreicht. Es wird, Leute. Es wird. Es riecht nach Finale. Riecht ihr das auch? Es riecht gut. Dubs. Dubs di dubb. Dubs di dubb. Dubs di dubb. Dubs di dubb. Bowser wird endgültig dafür bezahlen, dass er uns mal wieder ein Hobby verschafft hat. wir werden sagen du 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 bösartiger bauser macht das nicht so bald wieder bitte erst beim nächsten mario spiel wieder ja ja genau das werden wir sagen so vogel action na gut der reis ist heiß er ist mächtig irgendwie ist das cool wenn es funktioniert wenn man hier zwei stunden und länger braucht ich bin ein cooler vogel ha ha sieht das nicht toll aus am fuße des turms so besonders viel zeit haben fixen wir hier noch mal katzen peach was man hat mit seinem schnabel so machen kann mit dem schnabel vor das große tor okay leute seid ihr bereit das sieht schon mächtig imposant aus würde ich mal so sagen feuerwerk feuerwerk und riesiger mond im hintergrund und wir können noch mal zurückblicken auf bausers land das gar farbenprächtig irgendwo im nirgendwo herumschwebt zeig sie okay jetzt geht sie einen kragen showdown im mondenschein du bist zu spät wir müssen leider weg unsere hochzeit findet auf dem mond stadt ja ein szenario das sich ständig wiederholt es sind die brudels es sind die brudels in einem unglaublichen roboter 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 hilfe also noch kein bau so aber was nicht ist das kann ich noch werden und ich dachte als pirat wäre entern kein problem ja wir haben uns schon sehr stümperhaft angestellt das stimmt aber jetzt auch irgendwie nicht in ordnung baumfeld also gut so das war der erste ich finde so cool dass man den kampf tatsächlich als kleiner piekmanns bewerkstelligen darf so und dann dazu und da beginnt genau so so und nicht an so und dann oh genau so Er hat einen Power-Stein aufgesammelt. Döp, 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 döp. Ah, Hilfe. Wah. Wir müssen warten, bis der Effekt nachlässt. Und dann sofort den Blitz zünden. Oh. Das ist so geil. Kann ich? Ah. Was ist da tuschen? Sehr viel von Silvester irgendwie. Oh. Das ist fair. Ich brauche mehr Bomben von dir. Das wäre doch wunderschön und fein. Ich brauche mehr Bomben von dir. Dann haue ich dir eine rein. Out. Äh. Was ist denn da? Ich muss mich irgendwie einen Weg suchen, um da hochzukommen. Oh Gott. Das war kompliziert. So. Wir schaffen das. So. Wir schaffen das. Hilfe. Leider sind wir als Vogel nur nicht so schnell. Okay. Okay. Da ist eine Bombe halt gesessen. Ich wollte mich gerade umgucken, wie viele Steine hier noch sind mit Herzen. Leider nur noch der eine Stein, der auch noch ganz hinten ist. Das ist nicht gut. Boing, boing, boing. 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 Und. Okay. Nein. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Ups. Und so. Und ich glaube, wir haben es. Uh. Der Rammelnator 5000 in seine Einzelteile zerlegt. Feuerwerk, Feuerwerk. Oh. Wie süß. Yay. Monde, Monde, überall. Geentert, ihr Loser. Abrechnung in Bowsers Festung. Ein Multimond. Tja. Und nun? Jetzt gibt es für uns nur noch ein Ziel. Wir waren so nah dran und jetzt hat Bowser sich zum Mond aufgemacht. Wir können ihn aber mit der Odyssey verfolgen. Wirf mich auf den Globus da. Ist klar. Das letzte kleine Segel wird jetzt hoffentlich gebaut. Okay. Alles andere wäre jetzt auch sehr enttäuscht gewesen. Über 150 Monde. Huiuiui. Die Odyssee hat ihr maximales Potenzial erreicht. Sie ist jetzt das Beste, das Tollste, das Teuerste Traumschiff auf der Welt. Ja. Bowser kann sich nirgendwo mehr vor uns verstecken. Wir folgen ihm auch noch ins Mondland. Auf geht's. Tiara und Peach, eure Rettung naht. Mondland. Wie viele Monde gibt's im Spiel? 300? Mehr. Mehr. Also regulär finden kannst du, ich glaub, 866 oder so. Aber durch Shop-Einkäufe und so weiter kannst du 999 haben. Ja, oder 880 reguläre. Irgendwie sowas um den Dreh. Deine Stimme wird immer leiser, oder? Eigentlich nicht. Hoffe ich, denke ich. Also dann liegt's, weiß ich nicht. Vielleicht lag's jetzt daran, dass ich zu nah, zu weit vom Mikrofon weg war oder so. Ich hoffe ja eigentlich nicht. Ein Haufen Holz jedenfalls. Ein Haufen Holz. Mondland. im Mondschein-Krater. Weltraumanzug wär jetzt cool gewesen. Aber nun gut. Bausers Mondhochzeit. Na, wenn du mal nicht adrett aussiehst. Achso, ja, stimmt. Ah, wir haben das Piraten-Outfit abgelegt. Wir haben jetzt ein Hochzeits-Outfit an. Tiara und Peach sind da drüben. Beheilen wir uns. Ja, und jetzt haben wir auch einen richtigen Zylinder. Fühlst du dich auch so leicht? Boah. Die Erde. Der blaue Planet. Wee. 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 Die Erde ist viel zu groß, oder? So nah ist der Mond doch gar nicht an der Erde dran. Wir befinden uns hier in einer anderen Welt. Es passt schon. Wee. Wee. Ah, ja. Ah. Wee. Ähm. Okay. Wee. Gute Nacht, Machineplay. Und, äh, frohes Fest hier. Wir können mega cool springen. Das ist toll. Das ist toll. Seht euch das an wundervoll. Hui. Wow. Es ist der Wahnsinn. Hui. Ein Mond für dich. Mit dem Mondschein im Wettstreit. Die Kirche erinnert an die Zitadelle der Zeit. Ja, aber ich finde das ist auch hier ziemlich, äh, ja, wie soll ich es beschreiben? Also irgendwie hat was von der Atmosphäre. Wieder diese verdammt ruhige, minimalistische Musik. Und im Hintergrund hörst du die ganze Zeit nur dieses, äh, Kirchengeläut. Das heißt, du weißt im Endeffekt, dort hinten, da geht dann jetzt gleich so richtig die Luzi ab. Darum geht's ja. Das wollen wir sehen. Das wollen wir haben. Und, äh, ja, deswegen gehen wir da jetzt auch so langsam aber sicher hin. Oder machen wir doch mal vielleicht ein, zwei Umwege oder so. Und massakrieren hier einen weiteren Hasen. Äh. Niemand mag Hasen. Ich meine, das ist das, was uns das Spiel hier im Endeffekt gesagt hat. Hui. Und jetzt wird das Spiel zu Mario Galaxy. Das, was die Leute die ganze Zeit wollten. Super Mario Galaxy 3. Ding Dong Hochebene. Oh. Hallo Bowser. Moment, kann ich nicht. Hui. Es funktioniert. Okay, cool. Äh, du siehst irgendwie ungesund aus, Kollege. Wow. Du siehst irgendwie so aus, als könntest du mir wehtun. Aber ich kann auch dir wehtun. Ha. Wer hätte damit nur rechnen können. Uh, eine Mondwelt. Ja, ja. So. Hier geht's rein. Sei vorsichtig. Dieses Loch ist unglaublich tief. Die ruhige Wand. Hier geht's eigentlich rein. Aber, ähm, kurz vor dem Stream hat Mio mir ein Video geschickt. Ich soll doch bitte mal was ausprobieren. Ähm. Ich soll doch bitte mal was ausprobieren. Moment. Krieg ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht hin. Davon abgesehen. Aber. Äh. Ne, irgendwie. Moment, wie ging das? Man muss hier so machen. Dann muss man so machen. Und dann weiß ich schon nicht weiter. Okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also im Endeffekt würde es jedenfalls darauf hinauslaufen, dass man hier irgendwie ganz coole Wandsprung-Action und so weiter und so fort macht. Und, ähm, dann schafft man es theoretisch irgendwie, irgendwie dort hoch, sodass man sich den ganzen Kram da in der Höhle sparen kann. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei denn in der Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Solltest du dich derzeit wirklich mit dem Beantworten von Fragen befassen? Kleinkariert. Solltest du dich derzeit wirklich... Hm. Solltest du dich der... Nun ja. Solltest du dich der... Nein. Sehr wahr, Meister der richtigen Antworten. Momentan benötigen andere Dinge deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Geht an der Wege, Reisender. Hier gibt es nichts zu tun. Okay, danke. Gut, das hat sich ja gelohnt. Okay, also. Wir gehen den normalen Weg. Ich meine, abkürzen. Das wäre auch total... Doof. Dann sehen wir ja gar nicht alles. So, ja. Okay, so viel dazu. Es ist so cool, dass Bowser jetzt eine japanische Welt hat und nicht mehr irgendwas mit Lava und dergleichen. Ja. Ist ja komisch. Die Schwerkraft scheint hier ganz normal zu sein. Da haben wir unsere Lava-Welt. So und nicht anders. Düp, 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 düp. Wir dürfen hier mit Knochen trocken rumfliegen. Knochen trocken, Knochen trocken, Knochen trocken. So. Ich frage mich gerade, ob das hier gut ist, dass ich es mache oder nicht. Uh, hi, ha. Ich glaube, ups. Ich brauche jetzt nicht mehr. Hier könnte man irgendwo einen Schlüssel besorgen. Ich habe aber auch nur ein weiterer Mond. Und weiter geht's. Yay. Hammer, Bruder, Action. Irgendwie ist das schon eine Genügtung, dass man jetzt an der Stelle in die Rolle dieser tollen Feinde schlüpfen darf. Ich meine, wie oft haben die uns in diversen Mario-Spielen genervt. Und dann darf man jetzt an der Stelle einfach so in die Rolle schlüpfen. So. Hallo, Wiggler. Gering setzt zum Endspurt an. Schon so ein bisschen. Irgendwie hier drum. Das ist nicht verkehrt. Und dann wird es irgendwie so. Und, ach so. Abhauen. Wäre auch nicht blöd. Okay. Bis hierhin alles gut. Bis hierhin alles gut. Dupti-dupti-dupti-dupti-dupt. Was soll hier nur schief gehen? Waaah. Riesen-Kugel-Willi. Wann sei Bill. Juhu. Super Abschluss. Macht sehr viel Spaß. Riesen-Kugel-Willi. Oh, hey. Hey, alte Bekannte. Super Mario World. Die Chucks. Wie hießen die so? Ich glaube, oder? Ich kann es sagen, dass sie noch einen leicht anderen Namen haben. Die Football-Heinies jedenfalls. Schön, dass die es auch hier reingeschafft haben. Schön, dass man auch deren Kontrolle übernehmen darf. Wey, jetzt komme ich. Bam, 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 bam. So schön. 1, 2, 2. Kann ich hier nicht... ...einfach rüber? Ja, kann ich. Sollte ich dann einmal so? Oh, die, ah, die, oh. Okay, 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 okay. Warum hast du die lila Münze nicht mitgenommen? Weil es kein 100%-Run ist. Genau. Es geht hier in diesem Run einzig und allein darum, dass ich den Abspann sehe. Was jetzt irgendwann bei Zeiten der Fall ist. Also, von daher passt das. Ich bin's, Madame Brood, zu der du im Kaskadenland so ungebührlich warst. Um genau zu sein, warst du zu allen Broodals ungebührlich. Darum sind wir nun auch alle hier. Nun denn, mein lieber Kettenhund ist hungriger denn je und wartet schon auf sein Abendessen. Oh mein Gott. Hallo, rosa Kettenhund. Warum hat er so viele Wüter? Beides sind gefällt. Und back. Fantastisch. Ich finde, Käppi freut sich ein bisschen zu sehr dafür. Also, ich meine, das ist irgendwie ein versuchsam Mord, was wir hier tun. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es besonders angenehm ist, so eine fette Eisenkugel ins Gesicht geklatscht zu bekommen. Aber okay. Ist das Bausers Mama? Ich denke nicht. So ein Halbschwester. Ja. Irgendwie. Gewisse Verwandtschaftsverhältnisse müssen noch geklärt werden. Man ist sich nicht ganz sicher. Man ist sich nicht ganz sicher. Oh, tschüss. Oh. Da ging sie von dannen. Und von hinnen. Und irgendwo hin. Wo sie keinen mehr stört. Sie ist jedenfalls weg. Ach ja. Aber davon abgesehen. Ernsthaft, wer ist sie? Also, ist sie die Mutter der Brutels? Oder ist sie... Ich weiß nicht genau. Sie hat ja jetzt irgendwie nochmal so einen prominenten Spot bekommen. Aber... Nein. Das passt schon. Oh, haben wir es hoch geschafft? So, hier hätte man übrigens hoch springen können. Von der Sphinx aus und dann so ein bisschen Blabla, Wandsprung und so weiter. Und dann werden wir hier hochkommen. Hering, du Mörder. Vielleicht. Weiß ich nicht. Muss noch geklärt werden. Münzen. Boah. Das ist ein cooler Shot. Das sieht echt toll aus. Ja, das sieht wirklich toll aus. Ich mag es. Gut. Der ewige Hügel. Schnell. Sie haben den roten Teppich schon ausgerollt. Komm schon, beeil dich. Ja, ja. Ich beeile mich. Oder auch nicht. Gucken wir uns erstmal an, was sich hinter der Kirche befindet. Einfach nur so. Weil wir haben ja Zeit. Ist kurz vor Mitternacht. Also. Ich werde im Spiel schneller durch sein, als ich dachte. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ein Frosch? Ja, wo kommst du denn her? Wee. Ich bin ein Frosch. Ich bin ein Frosch. Okay. Also dort wird ein Mond sein. Ah. Aber schau mal an und guck, was hier ist. Versteckter Eingang. Hochzeitssaal. Wir schleichen uns von oben an. Oben im Gebäck. Okay. So. Da wären wir reingekommen. Wir stellen uns das jetzt vor. Lalalala. Mario betritt die Kirche. Oh mein Gott. So. Sitzt der Anzug. Passt die Fliege. Ist alles in Ordnung? Okay. Wir betreten jetzt den Saal der Seele. Wir wohnen jetzt der Hochzeit bei. Wir klopfen erstmal an. Wir klopfen erstmal an. Kommt bei den besten Hochzeiten vor. Es ist auch wirklich ein sehr großer Ring. Zugegebenermaßen. So. Und guck mal die ganzen Gäste hier an. Oh. Alle so glücklich und zufrieden. Was geschieht hier nur? Und dafür wurde ich vom Kochtopf weg hierher gezehrt. Und überhaupt. Und wer seid ihr? Und hallo. Na. Und Pauline ist auch da. Mensch. Ist ja super. Gerade noch rechtzeitig. Und du bist extra hergekommen um sie zu retten. Na. Man hat mich gezwungen. Kann ich etwas Eintopf haben? Okay. Ja. Der sieht es pragmatisch. Das finde ich gut. Wenigstens das Essen ist gut. So. Ja. Ähm. Leute. 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 Letter Versuch, Kerpy. Gut. Wie so oft sind wir gefallen. Du willst die Hochzeit platzen lassen, Mario? Das ist schäbig. Du solltest dich schämen. Zumindest der Ring hat jetzt eine anständige Verwendung. Darüber hinaus bist du nicht schick genug angezogen. Das ist aber auch egal, denn du bist nicht eingeladen. Und du machst jetzt mal den Brautstrauß und fliegst raus. Mach dich auf was gefasst, Mario. Wir werden sehen, Bowser. Da hast du deine schlechten Zeiten. Bis dass der Tod uns scheidet. Okay. Gut. Wir kennen das Szenario. Theoretisch. So, Bowser. Ja, ich erinnere mich. Ich hatte beim Bowser-Kampf so ein, zwei kleinen Problemchen. Mal gucken, wie viele Probleme ich jetzt haben werde. Okay. Nimm dies. Ja, äh, ich würde gerne Lebensenergie nehmen. Gibt es die hier irgendwo? Oder so? Wow. Das ist zu geil. Okay. Cool. Bupdi-dupdi-dup. Das könnte jetzt eventuell dauern. Soviel dazu. Mit dem Spiel schneller fertig, als ich dachte. Ho, 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 ho. Didum. So. Zack, zack, zack. Nein. Nein. Wow. Okay. Ausweichen jetzt geklappt. So. Was mache ich jetzt aber bei der Geschichte nochmal? Kacke. Am besten nicht in seinen Maul stellen. Wäre irgendwie gut und günstig. Äh. Da-da-da-da. Ich mache mir hier ein bisschen Sorgen, 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 Sorgen. Ich glaube, Herzen bekommt man hier, wenn man die Fake-Hüte angreift, oder? Tja. Wenn wir jetzt noch intelligent werden. Okay. Wow. Wow. Cool. Perfekt. So. Bowser, lass mich in Ruhe. Bowser, lass mich in Ruhe. Ui. Und ui. Und ui. Und ui. Und ui. Wie im Zirkus. Wie im Zirkus. Ups. Ah. Herzchen. Herzchen, Klein. Du musst nicht traurig sein. Ich nehme dich auch ganz allein. Hm. Okay. Wirkt jetzt... Bis hierhin nicht ganz so durch. So. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Und... Machen wir so. Machen wir so. Yay. Oh. Oh. Böse Mächte. Mondquader. Oh. Oh mein Gott. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Oh nein. Geht es Tiara und Peach gut? Wir gucken. Und wir werden sterben. Und wir gucken. Und wir werden sterben. Und... Peach. Peach. Was sollen wir tun? Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Links. Ähm. Bowser. Flup. мhm. Yayo. Hands. 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 G También sehties. Hahahaha. Ha. Ja, ja, ja. Das ist so cool. Das ist einfach nur cool. Super Mario Bowser-Mon. Ja. Ach. Aber da ist er tatsächlich mal ein bisschen nützlich. Würde ich mal so sagen, ne? Ich hätte eine Pause. Huh. Ha, und das war noch nicht alles. Acht-Bit-Bowser. Bitteschön. Das ist so cool. Das ist einfach nur cool. Döp-döp-döp. Ach, meine Herren. Oh, äh, das war weniger. Ah, ich wusste nicht, wo es... Ja, 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 ja. So, so viel dazu. Mal von vorne. Bewundern wir noch ein bisschen das wunderbare Panorama. Mit den zigtausend fallenden Steinen und der, ja, der seltsamen Laber-Wild. Im Endeffekt soll es das doch sagen, dass der Mond gleich Tünnif ist, oder? Zu viel Dart. Geh mal nach oben, Hering. Ja. Versuche es zu beherzigen. Geh mal nach oben. Und go. Ups, ups. So. Aha. Hier entlang war eindeutig die bessere Wahl. So. Ups, ups. Und go. Wow. Wenn Bowser die ganze Zeit so mächtig ist, warum schafft er es nie, Mario zu besiegen? Guckt euch das an. Und jetzt gibt es noch coole Musik zum Abschluss. Guckt euch das an. Ich bin gerade ein bisschen verbürzt. Ach so, da hinten noch. Oh. 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 Das ist cool aus. Hallo Rango! We did it! We did it! Ja, das war's. Oh, oh, oh. Okay, das war so ein richtiger Bitch-Move von Mario. Entschuldigung. Aber, na gut. Super Mario Odyssey. Ach ja. Ja, gute Nacht, Walphorn. Wenn du das noch hörst. Also Mario hat sie jetzt gerettet und sie lässt ihn einfach links liegen. Was ist das denn für eine doofe Kuh? Ja, sie war jetzt irgendwie so ein ganz klein bisschen überfordert, denke ich mal. Aufgrund der Situation. Ich meine, es war jetzt so passend. Sie trug ein Hochzeitskleid. Mario hat sich auch entsprechend angezogen. Also, es war jetzt auf einmal die Chance. Zumindest für Mario auch vielleicht sowas ähnliches wie einen Antrag zu machen oder so. Ich meine, so ein romantischer Moment. Wie oft hat man da sowas schon? Und dann, naja, okay. Ich fand es irgendwie total cool dann, dass sie quasi beide abgewiesen hat. Also, Bowser und Mario. Und, ähm, dass die beiden dann wirklich so da saßen wie, ja... Wie ein großes Häufchen Elend. Er sagt schon viel über die Beziehung zwischen den dreien aus, glaube ich. Eigentlich liebt sie ja Balu nicht. Unter Umständen. Ach, Mann. Tja. Aber alles in allem. Ähm, ja. Ja, das war Super Mario Odyssey. Ein, äh, ein Spiel, das sich verhältnismäßig schnell durchspielen lässt, wie wir jetzt gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz ein super tolles und cooles Spiel. Und bis jetzt irgendwie auch so ziemlich mein allerliebster Nintendo Switch Titel. Ja, das Spiel ist natürlich auch noch um einiges umfangreicher und größer als, ja, das, was ich euch jetzt gezeigt habe. Im Wesentlichen, wir haben zwar die Story durchgespielt, aber wie gesagt, wenn man es drauf anlegt, man könnte sich noch die Menge Herausforderungen suchen. Es gibt noch genug Monde da draußen, die man sich organisieren kann. Und man kann diese ganzen tollen Welten eben noch ein bisschen ausführlicher erforschen. Aber nun ja. Jo. Und sonst, ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr dem Ganzen hier gerne beigewohnt habt. War, glaube ich, unterm Strich ein schöner Abend. Danke fürs Spielen. Danke so much for playing my game. For playing my game. Aber gerne doch, Charles Martinet. Aber gerne doch. Okay, und dieser Shot soll uns zeigen, die die Revolution der Frösche. Sie steht kurz bevor. Ganz offensichtlich. Du kannst nun zum Pilzkönigreich reisen. Die Shops haben weitere Monde im Angebot. Die Musikliste wurde dem Kartenbildschirm hinzugefügt. Pilzkönigreich. Pilzpalast. Ja. Da ist also noch eine Welt. Und da sind nicht die letzte. Es kommt da noch ein bisschen was. Und Gruß zurück, Anni. So ruhig. So friedlich. Als wäre unsere Reise zum Mondland nur ein Traum gewesen. Ha. Zum Glück war das alles kein Traum. Denn wir haben unsere lieben Freundinnen, äh, Tiara und Peach gerettet. Juhu. Dieser Albtraum ist jedenfalls vorbei. Wir können echt stolz auf uns sein. Und doch, ich habe unsere Reisen total genossen. Und ich möchte nicht, dass schon alles zu Ende ist. Es gibt doch noch so viel zu tun. So viele Hüte, die du noch treffen musst. Ich wette, wenn wir noch mehr Power Monde sammeln, können wir zu einem neuen Ort reisen. Unsere Reise ist also noch längst nicht vorbei. Hurra. Lass uns erstmal in den Pilzpalast gehen. Yay. Pilzpalast. Pilzpalast. Hier stehen überall Toads rum. Pilzpalast. Pilzpalast. Okay, so eine wichtige Sache will ich euch eigentlich noch zeigen. Jetzt frage ich mich nur, wie ich euch das am besten zeige. Also wie gesagt, das hier ist jetzt wieder eine vollwertige Welt. Auch wieder mit lila Münzen und so. 100 Stück. Aha, aha. Alles cool. Alles interessant. So. Pilzpalast. Haupteingang. Mario, furchtbare Neuigkeiten. Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Sie hat ihren Koffer gepackt und ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck. Einfach von dann. Wir können sie nirgends finden. Wo kann sie nur sein? Nein. Tja. Sie macht Urlaub, übrigens. Im Pilzpalast. Ah. Fast wie früher. Schön. So, und hier oben ist Toadette. Huhu, Mario. Bist du wieder auf einem deiner spannenden Abenteuer unterwegs? Wie wunderbar. Ich dokumentiere nämlich all deine glorreichen Taten und habe ebenfalls alle Länder bereist. Ich hoffe, das ist okay. Nee. Was sollte ich jetzt dagegen haben? Ich habe auch ein paar Powermonde als Belohnung für deine glorreichen Taten bei mir. Oh, Prinzessin Peaches Rettung hast du schon abgeschlossen. Mein herzlichen Glückwunsch. Soviel zu Powermonde. Also die offizielle Erklärung ist, dass die in jeder Welt quasi anders aussehen können. Und in unserer Pilzwelt sind es halt Sterne. Und das ist halt so cool, dass der Mario 64 Sound da kommt. Wenn man sich also, ja, wenn man so einen Mond, in Anführungszeichen, dann hier einsammelt. Jo, gut. Von ihr bekommt man jedenfalls noch einige Monde geschenkt, wenn man ein paar Voraussetzungen erfüllt. Glückwunsch, Mario, das einen neuen Erfolg zu verzeichnen. Deine neue Leistung lautet endlich wieder Weltfrieden. Ja, stimmt. Ja, ein Stuhl vor der Treppe. Ja, ja, ja. Na gut, sie haben ein bisschen umdekoriert. Es passt schon irgendwie so. Das ist schon echt, echt cool. Auch hier wieder an der Stelle. Sidney hat es vor dem Treffen geschrieben. Ja, Fanservice. Also, das Spiel ist in so vielen Belangen echt so großartiger Fanservice. Das ist einfach nur toll. Das ist einfach nur toll. Und apropos Fanservice. Oh, was haben wir denn hier auf dem Schloss? Ein Yoshi-Ei. Oh, ich kann ja gar nicht richtig auf die reiten. Na, ist ja egal. Denn ich kann dich auch einfach kapern. Wir sind jetzt Yoshi. Wir können rumlaufen. Wir haben den Flatterflug. Und wir können mit unserer Zunge irgendwas machen. Yay. Yoshi. Hui. Das ist so cool. Das ist so cool. Ja, und mit ihm können wir jetzt auch hier in der ganzen Welt rumlaufen. Also nur in dieser Welt zugegebenermaßen. Aber naja, immerhin. Und ja, hier können wir dann auch noch jede Menge Aufgaben erfüllen. Allein hier hinter dem Schloss. Oh, was man hier noch alles so erledigen kann. Und hier sind wieder Schafe. Und hier Raketen. Und hier sind Pilze, die im Garten wachsen. Das ist der Gumba-Forst. Und den kann man vielleicht auch einfach mal so stehen lassen. Hui. Ja. Und, äh, jo. Dann geht es jetzt im folgenden eigentlich darum, dass man immer mehr Monde ansammelt. Man benötigt jetzt 500 Monde für das allerletzte Level. Äh, ja. Da sitzt man dann also noch eine kleine Weile dran. Aber man kann ja jetzt in alle bisherigen Welten wieder zurückreisen. Und sich die nochmal genauer angucken. Und da hat sich ja jetzt hier und da auch ein bisschen was verändert und so. Und, jo, dementsprechend, da hat man schon ganz gut und gerne zu tun. Die Odyssey benötigt noch 96 Monde. Yay. Ich habe diese Welt zum ersten Mal durch ein Bild betreten. Da kam ein Kommentar zur Form der Monde. Du hast vollkommen recht. Das hatte ich auch so gemacht. Deswegen erinnere ich mich auch an den Kommentar irgendwie. So, genau. Bislang können wir nur zum Mondland reisen. Später gibt es noch, ja, das hintere Mondland. Und dann kommt noch was. Also, ja. Und wie gesagt, man kann halt in die alten bisherigen Welten nochmal gehen. Und wenn wir uns so jetzt mal die Listen anschauen, guckt euch das mal an. Ja, ja. Also, hinter den Ziffern verbergen sich Sterne. Oder, beziehungsweise Monde. Das heißt, wir haben im Endeffekt so gut wie gar nichts eingesammelt. Wenn man sich das hier mal so reinzieht. Ja, ja, ja. Das ist, äh, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Auf gar keinen Fall. Jo. Ähm. Wir speichern das Ganze ab. Und. Dann. Würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir es nicht. übertreiben. Dass wir es nicht übertreiben. Und, äh, ja. Ich dann jetzt so langsam aber sicher zum Ende komme. Wow. Weil ich es mir auch ein bisschen verdient habe. Und weil die Kopfhörer total drücken auf meinen Ohren. Und überhaupt nun sowieso. Und diese Mütze will ich auch so langsam aber sicher mal loswerden. Äh. Weil, äh, es wird mal gut hier mit Weihnachten und so, ne? Okay. Ihr lieben Leute. Das war dann also der, äh, vorweihnachtliche, vorweihnachtsstream. Wir haben Super Mario Odyssey von Anfang bis Abspann durchgespielt. Und hatten hoffentlich ganz viel Spaß dabei. Äh, so. Dann wünsche ich euch an der Stelle eine wunderschöne gute Nacht. Übertreibt es nicht mehr. Gar so lang. Und, ja. Dann wünsche ich euch morgen einen schönen Heiligabend. und halt irgendwie so ein schönes Weihnachtsfest und so weiter und so fort. Lasst euch krass beschenken. Verlebt ein paar schöne Feiertage. Und, ja. Dann sehen und hören wir uns hoffentlich hier an der Stelle ganz, ganz bald wieder. Ja, ich gehe nochmal kurz in Discord. Alles okay. So. Dementsprechend. Äh, ich sag jetzt an der Stelle dann wieder. Tschö mit Öl. Frohe Weihnachten. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Und, ja. Tschö mit Öl. Vielen Dank.